Assalamu alaikum Habibi! Hallo? Ja, okay, funktioniert. Ja, ist aufgehoben, Kidboy. Nervnöt! So, ist vorbei, Oma, ne? Ich kann starten, oder? Das macht Dexis schon wieder mein Live-Partner-Channel. Raus hier! Go, go, go. Okay. Eins, zwei, drei. Ich mach nix. Okay. Kein Crash. Ha, ha! Hier merkt man aber an der Stelle, hier ist ein bisschen FPS-Problem. I don't know why. Boah, ich bin doch fast verhungert. Das Tag ist immer fest. Rob, ist okay. Ui. Ui, Nino. Over here. Wir haben genug zuerst im Ball. Twinkie hat mir gerade geschrieben, die kann heute nicht kommen, weil Mama geht es nicht gut. Die muss zur Mama fahren. Oh, oh. Dann hat die jetzt Durchfall. Nein, die hat eine Inselkrankheit. Dann gehen wir alleine kundig. Volo zeige ich dir sofort. Moment. Seit wann ist mal trinken so lange? Oh, oh. Die hat das ganze Essen. Ich habe nur noch ein Korn, Dock und Schokotorte. Scheiße. Und zwei Tänkepäckchen. Scheiße. Mila hat das ganze Essen, Alter. Nein. Oh mein Gott. Boah, ich hoffe, das Pinsel wird halt. Wir werden so verungern. Boah, ich muss mir das reinziehen. Oh mein Gott. Bitte nicht. Ach, ich fress einfach Pinsel. Die Frage ist, rennt er jetzt schon rum? Wo ist der, Alter? Pinsel! Wo ist der? Scheiße. Hallo? Kann mich jemand hören? Pinsel? Pinsel? Ich werde verhungern. Pinsel. Ich habe Angst. Verdammte Scheiße. Hallo? Was mache ich jetzt? Hier muss es doch irgendwo was festen geben. Boah, die Klappe, blöder Papagei. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Pinsel! Ei, 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 ei. Andi, Mila kann heute nicht kommen und die hat das ganze Essen und ich habe nichts mehr, Alter. Ich habe zwei Trinkepäckchen noch und eine Cola. Und ich glaube, der Pinsel hat auch nichts. Ich habe ein bisschen unter wasch. Kein Handy, nix. Pensel! Boah, warum wohnt hier keiner? Ich habe Durst. Hallo? Wo ist denn der Geltner oder so? Was ist das denn da oben? Der hat schon mit dem Fallschirmspringer. Hallo? Herr Juri! Herr Slava! Ja, boah, das ist ein Auto. Relächst das auf. Da, bitte. Bitte. Bitte abessen. Bitte. Bitte abessen. Oh. Oh. Oh, nix drin. Komm, fahr! Scheiße. Oh mein Gott. Leer. Pinsel! Oh, ein Vogelkäfig. Na, gar nicht. Hier kommt die Puma rein. Okay. 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 Pinsel! Ich laufe jetzt zur Haustür. Ich weck den jetzt. Ich weiß nur nicht mehr, wo wir gewohnt haben. Du kannst nicht rüberschwimmen. Erstens ergibt das keinen Sinn. Im zweiten sind der Haie. Hier kann man nix kaufen, Schwester Kusch. Pinsel! Pinsel! Warum ist denn hier ein Pool? Und was für ein kleiner Pool? Pinsel! Oh. Deko-Obst. Kann man nicht essen. Außerdem will ich das nicht essen. Pinsel! Pinsel! Bleib sofort stehen! Bleib stehen! Sag mir bitte, dass du was zu essen bei hast. Hast du was zu essen bei? Oh-oh. Twinkie ist krank. Und die hat heute Nacht alles gegessen. Die ist im Hotelzimmer. Oh-oh. Ich hab nix mehr. Und ich glaub, die hat alles gegessen, unsere ganz Vorräte. Hast du was oder nicht? Ich hab noch acht Flaschen Cola und zwei Tink... Oh mein Gott! Hier! Hast du die Burger? Jupp. Damit werden wir nicht hinkommen, ne? Ich hab nur mehr. Gut. Dann können wir halt die Insel erkunden. Da haben wir noch mal Schwein gehabt. Ich hab die Burgers und ich hab nur Colas. Ich hab auch noch Cola und seit dem Gepäckchen. Vorne ist ein Auto, aber kein Schlüssel drin. Na dann. Ich seh immer nur aus wie der letzte Trottel. Ja. Ja, aber das ist immer so. Was? Das ist immer so. Hast du Crack geraucht? Nein. Du bist anders. Was? Bist du verrückt? Komm, stichst du auf, dihst du mich. Warum? Ich hab nichts getan. Wo gehst du hin? Das hat mich so verändert. Ja, wo gehst du hin? Lass mich nicht alleine. Oder willst du nicht mehr mein Freund sein? Drück dich jetzt. Was? Drücken. Nein. Aber wer? Ich wollte pupsen, aber ich hab nur nichts gegessen. Oh. Hallo, hier bin ich. Ja. Gut. Also, ich hab nur noch trinken. Und du kannst essen. Okay. Pingi bleibt im Zimmer? Ja, der hat übelst da mal gekramt. Oh. Inselgrippe. Oh. Oh, ich hab es gehört. Was denn? Da hat jemand die Tür geknallt. Hallo? Da schon wieder. Da hat gar nichts. Oh. Das ist an sich. Sollen wir die Insel kunden? Wir haben Proviant. Jo, wir hätten uns Autoschüsse holen müssen. Haben wir aber nicht. Ja. Guck mal, dann. Vielleicht liegt er hier drinnen. Oh. Oh. Warum bin ich hier geschlafen? Wer ist das? Ach, das ist Monsieur Candy. Hm. Was ist? Was? Ähm, ich weiß nicht, wer das ist. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich hab Kim Bollywood geguckt. Warum Bollywood? Oh, guck mal, Klebeband. Nimm mit. Brauchen wir, falls wir so ein Speer basteln müssen. Eine Schere. Nimm auch mit. Einpacken. Komm mal dabei. Wie ist Cowboy-Channel geguckt? Ich hab das Programm geguckt, was du mir gesagt hast. Ja? Ja. Channel 247? 247. Und? Aki. Ach. Aki. Oh. Oh, der Bollywood. Aki. Oh, der geht gar nicht lang. Danke. Scheiße. Ja. Und hat dir gefallen? Es war... Ach, der ist aber so. Hat keine Socken an. He he. Äh. Ekelhafter. Upsi. Upsi. Sollen wir die Insel erkunden? Ja. Ich will noch einen ägyptischen Sonnenbrillen vorschwangen. Die gibt's hier auf der Insel. Ich hab den gehört. Wie macht der? Ja. Ja, man hat so Quark, Quark. Nein. Doch. Oh, scheiße. Warum? Na, bei uns auf der Insel gibt's hier auch. Nein, die gibt's da nicht. Wow. Die leben nur so in tropischen Inseln, Dinger. Wo geht's da hin? In Treppen. Da müssen wir auch schon rum. Keine Lust. Und wie hast du geschlafen? Hm, ja, ging so. Nicht gut? Ich möge überall. Hab ich doch gesagt. Ja. Aber ich hab kein Spray bei. Was hast du nicht? Kein Spray. Komm, wir gehen hier rein. Mit kein Spray. Ach so, Spray. Da musst du dich mit Fipi einreiben. Das hilft auch. Hallo? Hier wohnt Slava. Oh, guck mal. Klebeband. Klebeband. Und eine Schere. Und das gleiche Bild. Und die Sandra. Oh. Und Slava. Guck mal. Guck mal. Guck mal, oben rechts. Oben rechts? Yep. Warte, ich muss noch mein... Ich hab jetzt... Oh, mein Haar ist nachgewachsen. Da oben? Da oben? Ja. Das ist ein Piloten. Yep. Das ist Slava. Meinst du, das ist er? Die heißt Sandra. Ei. Alte Sandra. Da, nimm mal die Papiertaschtüche mit. Dann brauchst du nicht in deinen Socken reinmachen. Ja. Nimm mit. Alles mit. Hier noch. Das nehmen wir noch. Tuch. Guck mal, da ist Herr Juri. Mit seinen Nutten. Welchen Hüten? Das Slava. Hüte? Hüte? Welche Hüte? Helolite. Hat. Pensel, du benimmst dich sehr merkwürdig. Boah, ich hab kaum schlafen. Du machst mir Angst. Nein. Komm mit, ich weiß, wo es geht. Was geht? Wo was abgeht. Okay. Hast du auch die ganzen Papageien? Ja, und Grashöfer. Ja. Und Grillen. Aber keine gebtischen Sonnenbrünen, Frosch. Nee, den Höchner. Och, du Scheiße. Ihr Garten. Ein Labyrinth. Pfff. Die kommen jetzt da durch. Die haben bestimmt, die sind überall Kameras, die beobachten uns bestimmt. Das ist bestimmt so eine Mörder, Mörderinsel. Denkst du, das ist so ein... Du denkst, du bist im Urlaub, aber eigentlich... Ja. Sind wir Versuchsobjekte? Bestimmt. Für so eine Studie. Ach, Quatsch. Du auch. Stimmt, so eine Studie wegen Fitnessprogramm. Da steht zuerst der Dick oder der Dumme? Oder ich. Ronny. Ich sag halt der Dumme. Ach, du Schande. Da laufen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Da verändern wir uns. Ja. Das ist alles sehr komisch hier. Gestern war das cooler. Gestern war es dumm. Da habe ich nicht gesehen, wie komisch das ist. Da vorne sind die Pferdedinger. Das ist die Tür, wo wir... Siehst du, da sind Kameras. Überall. Ach, der ist jetzt in Lampen. Nein, da oben ist eine Kamera. Ja. Huckaloo. Huckaloo. Danke für den Zap. Huckaloo. Danke. Danke, der Heldbänger. Danke. Und Darksheldo, danke. Die sehen uns. Die Arschlöcher. Die lachen über uns bestimmt. Und irgendwie war es. Niemand mehr. Hier kommen wir raus. Ja? Und da vorne ist das Auto. Aber kein Schlüssel. Was machst du? Warum läufst du gegen die Tür? Wir müssen das große... Du hast gesagt, da kommen wir raus. Ja, hier, das große Tor. Oh, was ist denn da? Ach so. Der ist bestimmt abgeschwirt. Nee. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir rausgehen sollten. Wir haben gesagt, hier gibt es Pumas. Ja. Oh, ich habe den Frösch gehört. Wo? Hey! Lass mich nicht allein! Wo ist der? Mal draußen. Ich habe was gehört. Warum rennst du wieder rein, wenn es raus ist? Mann, ey. Scheiße. Pack den wieder ein. Du kannst ja den doch hier nicht auf die Hand klopfen. Aber ich habe über Mücken. Ja. Du musst... Du musst ein eigenes Sprich machen aus Elefanten, Pipi. Okay. Du kannst sie leider nicht durch das geschlossene Gesellschaft. Ah, ich kenne den Trick. Also, wenn die Tür nicht richtig aufgeht... Hm. Okay. Bist du bereit? Ja. Du musst folgendes. Das geht so. Du musst die Tür ansehen. Ja. Ja? Hallo? Ich sehe die Tür. Ich sehe die auch. Das ist aber ein Tor. Berühren. Das kommt dasselbe raus. Berühre das Tor. Oh ja, praktisch. Magisches Tor. Ich kann dich berühren. Okay. Dann... Du musst wie... das Tor sein. Du musst das Tor anbeten. Oh, magisches Tor. Ich gehe aber nicht auf die Knie. Nein, nur beten. Okay. Magisches Tor. Du... Mit deinen brachvollen, großen Türen. Aber du bietest das Haus an. Oh. Habe ich mich verirrt. Ah, hier. Oh, magisches, großes Tor. Mit deinen brachvollen Holzgriffen und Lenden. Du bist einzigartig. Ronny... Das ist aber aus Metall. Mach mir mein Spruch nicht gewollt. Okay. Ronny... Rambock. Rambock. Weißt du, Pinsel? Schlaue Leute laufen einfach dagegen und dann geht das auf. Aber wenn es zugesperrt wäre, wäre es jetzt offen. Soll ich dir bei der Tür sein? Wir sind gerade schon durchgelaufen. Ah. Das Tor ist auf. Siehst du? Aber wir sind auf der anderen Seite durchgelaufen. Sonst kommt nur das Auto in den Türen. Wir müssen auch beide aufmachen. Aber wir haben keinen Schlüssel fürs Auto. Riech. Bist du sicher, dass wir raus sollten? Oh, oh. Oh, oh. Was steht? Guck mal, was da oben steht. Und das eins lang. Iteran. Da steht was auf einer anderen Sprache. Auf dem Schild da oben. Iteran. Das ist Deutsch. Da oben. Deutsch. Ja. Dann ist das Symbol von Slytherin aus Harry Potter. Das ist Hogwarts. Lass mal den Ghetto Dumbledore suchen. Deshalb sehen wir auch keinen. Aber wir sind Muggel. Muggel? Quatsch. Doch, kannst du zaubern? Ich kann zaubern. Zeig. Ich kann die Luft zum Stinken bringen. Siehst du? Ich habe funktioniert. Ja. Und was kannst du? Außer Autos beklauen. Ähm, ich kann nicht zaubern. Was ist mit deinem Finger? Hast du deinem Finger gebrochen? Was hast du mit deinem Finger? Pinsel. Weiß ich nicht. Ist ja nicht schuldig. Was ist mit deinem Finger? Ist der kaputt gegangen? Was hast du mit deinem Finger? Was machst du denn? Was machst du denn? Bleib mal stehen. Ich will den Finger gucken. Okay. Mach das nochmal. Was hast du gerade getan? One for the pinky, two for stinky oder was? Was ist denn das für ein Ente Haken? Hast du das voll damit zu angeln oder was? Was ist denn das für ein Genkzeichen? Was ist denn das für ein Genkzeichen? Jeden Tag was Neues mit dir. Ach Mann, oh. Merk dir ja, wo wir sind, sonst verlaufen wir uns. Captain Hook. Du bist jetzt Captain Hook. Ach Mann. Ich kann schon nicht mehr. Heute wieder hochpinseln. Ist heute überhaupt Montag? Ja, heute ist Friday. Heute fällt dir ein. Oh, guck mal, ein Haus. Ich habe so Angst vor diesem komischen Poma, was sie gesagt haben. Nach dem Töten, ja. Warte, ich habe doch eine Waffel dabei. Waffeln? Waffeln. Ich habe auch eine. Ja, dann knüppeln wir den zu Tode. Wir schlagen aus seinen leblosen Körper ein. Und du ziehst ihn hier in die Villa zurück mit deinem Enderhaken. Aber jetzt? Ach Mann. Ich kann noch nichts dafür. Damit hättest du nicht gerechnet, ne? Nee, habe ich schon. Hallo? Ist der offen? Ist der auch auf? Nee, abgeschlossen. Ihr? Auch abgeschlossen. Oh. Toll. Und wie lässt man die Haustür denn auf? Sind wahrscheinlich Horstspieler. Wenn du den ägyptischen Sonnenbrühen frisch hörst, oder siehst, sag mir Bescheid. Okay. Wir müssen ihn fangen. Wannst du ihn mitnehmen? Ich nimm den einfach mit. Aber der ist so gar nicht giftig. Wenn du den berührst, bist du tot. Da darf ich ja den Enderhaken. Ja, eben. Wir angeln den einfach. Das ist nach vorne. Und warum lassen wir das Licht an? Wir haben noch hell. Immer diese verschwenderischen Inselbewohner. Da liegt jemand, oder? Da liegt jemand, oder? Liegt jemand? Das ist Holz. Nein, da liegt jemand. Gar nicht. Denk dann, ihr rennt Mölder rum. Der Machetenmann. Siehst du, das ist Holz. Ich hab' ich Holz. Machetenmann. Der beobachtet uns bestimmt schon. Durch die Kameras? Ja. Guck mal, kennst du den Film Kickboxer von John Klo und von Damm? Ja. Ach, kennst du gar nicht? Doch, kenn ich. Jetzt, die saßen, wo der ging getreten hat. Hm? Wovon riechst du? Du kennst den gar nicht. Nein. Nee. Hauptsache mich anlügen, ne? Er ist nix. Nix. Außer Joga, meint du. Er ist nix für uns. Das hab' ich schon probiert. Oh. Was denn? Eine Veranda. Langweilig. Ja, was ich kann sagen. Es lohnt sich nicht, da hinzulaufen. Ich glaub, wir laufen noch falsch. Ich glaub, wir müssen da ganz hinten hin, zu dem Tower. Oh, oh. Da ist die richtige Wildnis. Das ist aber weit. Ist nicht weit. Ist weit. Kannst du mich tragen? Hukulupack? Hukulupack? Hukulupack. Nein. Das ist ein neuer Rapper. Hukulupack. Jo. Das war überhaupt nicht lustig, jo. Jo. Wir sind auch gegengestert. Ey, das ist unser Turf. Du hast eine wrong Motherfucker-Neighborhood. Ach, Mann. Wir kommen hier niemals lebend von der Insel runter. Und das glaubt uns eh keiner. Siehst du das? Da hinten, ja? Mhm. Da ist ein Licht. Was tut das? Jo. Da läuft schon irgendwas. Komm, wir gehen da hin. Vorsichtig. Sei bloß vor. Ganz vorsichtig. Soll ich es weit drauf zulaufen? Vielleicht ist es der Puma. Da ist noch was. Eine Berge. Pinsel. Aber wenn hier eine Frösche ist, dann... Nein, ich höre den. Ich kenne mich damit aus. Ehe. Du musst eins sein mit dem Busch. Ja. Ja. Eins mit dem Busch. Und pass auf, der Frösche ist gut getan. Okay. Kamouflausch. Pinsel. Ah. Ah. Da ist ein Auto. Wo ist das Licht hin? Es ist weg. Ja, ich möchte es gerade auch. Meinst du es auf? Fleisch? Warte auf mich. Was machst du? Ich wollte hier rum. Bitte sei auf. Scheiße. Kommisch. Hey, die haben meine Unterhose aufgehangen. Das ist nicht nöt. Wow. Oh. Riesig. Nein, das ist ein Kleid von Twinkie. Riech mal dran. Aber... Okay. Komm nicht dran. Schuhe hoch. Komm nicht mal hochgepacken. Warte. Ein, ein Trick. Ich hab ihn gehört. Oh. Der kam von da. Da. Hast du gehört? Nein. Hörst du? Nein, ich hör nichts. Wie, du hörst es nicht? Wie macht der Wroch? Riech. Es ist nur ein Loch. Es kam von da vorne. Oh. Bist du hinter mir, Pinsel? Ja. Der muss da vorne irgendwo sein. Der hat seinen Paarungsruf gemacht. Der will fucken. So nennt man das. Du musst ihn an deinen Fingern lutschen lassen. Aber ich dachte, es gibt dich. Ja. Aber ich habe ein Heilmittel dafür. Wo? In mir. Ich habe ihn gehört. Hast du gehört? Ja, da. Geradeaus. So. Ja. Sag ich doch. Ein Moloch. Ein Moloch sind... Ja, was für ihn? Ich habe es gemacht. Ja, das ist auch ein halber Moloch. Das ist ein klitzekleiner Fusch. Der ist nur so groß wie ein Fingerkuppel. Aber der hat voll die krassen Zähne. Ist er so wie ein Vampir? Was? Warum soll das ein Vampir sein? Mit langen Zähne. Ich habe es ja wieder gehört. Oh. Da. Ja. Hast du gehört? Ja. Geradeaus. Rechts von uns. Geradeaus rechts. Der läuft weg. Der ist verdammt flingend. Ha. Ich bin Krokodil-Dunkey. Oh Mann. Ich will ihn unbedingt haben. Ich sollte mich da auf die Kuppe. Okay. Er ist vorsichtig. Bleib bloß vorsichtig. Der wird nämlich aggressiv, wenn der uns sieht. Aber wir sind jetzt übersehen. Ich habe ja nicht die Pflanze. Die ist auch gefällig. Echt? Das ist Baumwolle. Oh je. Oh. Guck mal. Wow. Ich habe schon wieder gehört. Guck dir das an. Wunderschön. Echt nichts könnte diesen Moment gerade zerstören. Ja. Was? Hey, wie darfst du nicht mitnehmen? Die ist sehr legal. Oh. Aber die haben sie mir gelassen. Nee, du hast die gebunkert. Ja. Du hast die versteckt. Ganz leise. Oh Mann. Oh, guck mal. Der Sonnenuntergang. Aber ich sehe keine Sonne. Ja, weil die auch untergeht. Ach so. Und der Wasser. Nein. Die Erde ist eine Kugel. Das weiß ich. Ach ja. Ja. Die Erde dreht sich einfach und dann verschwindet die Sonne. Da oben ist der Mond. Stimmt. Möchtest du die Kuh schreien da hinten? Das ist keine Kuh. Doch, das ist eine Kuh. Err, err. Nein, das ist der ägyptische Sonnenbrillen, Frosch. Hä? Hat er schon. Und ohne den verlasse ich die Insel nicht. Ich sag's dir. Ich hab's Twinkie angedroht. Dann sag ich schon mehr auf hier. Warum wolle laufen? Pass auf. Oh, guck mal. Dreckliches Marihuna. Was ist das? Das kann man rauchen. Das ist aber so eine Mutation. Eigentlich haben die nur sieben Blätter. Komm jetzt, du Sozialpädagoge. Oh Mann. Ich blöse die anderen Schuhe dabei, die werden bequemer. Ja. Da würdest du die ganze Zeit so beim Laufen machen. Ja. Obwohl, hier ist Sand. Das haben wir den Frosch verloren. Oh. Irgendwie kommt der Turm nicht näher. Ja, wir laufen noch ganz Richtung Turm. Doch eigentlich schon. Ja. Binsel, du bist doch mein bestester Freund, oder? Äh, ich glaub schon. Du willst doch bestimmt nicht, dass ich sterbe, oder? Nee. Kannst du dem Frosch für mich fragen? Der ist nur in den ersten drei Sekunden tödlich und giftig. Aber... Sobald man ihn fängt, spritzt er alles ab aus seinen Brüsen. Und danach hat er nix mehr. Aber... Dann ist er zahm. Und nicht mehr giftig. Aber... Bitte. Aber dann brauchen wir erst Zeug zum Fangen. Ja, wir nehmen deine Kappi. Mit der Kappi? Ja, wir fangen den wie mit einem Kescher. Und wenn er Freunde hat, schlagen wir auf den drauf mit unseren Taschenlappen. Bring alles um, seine ganze Familie. Da wird einfach draufgehauen. Bam! Au! Zum Glück hast du gedreht und nicht mit der Taschenlappen geboxt. Ja. Ja. Ich werde immer so. Boah, mich packt dann die Action, wenn ich darüber rede. Jo. Oh, war mich denn nieder. 55.000 kostet das. Was denn? Na, wenn ein Doktor kommen muss. Hä, ich bin doch Doktor. Ich kann nicht verraten. Komm. Okay. Ich war mit dem Survival-Camp. Und? Ja. Wie war es? Schrecklich. War kein Klopapier mehr da. Alles ausverkauft im Gormakt. Drei Stunden war ich da. Hab ums nackte Überleben gekämpft. Drei Stunden? Aber am Ende hab ich Dosen-Ravioli gefunden. In der Spielzeugabteilung. Oh. Hat irgendeiner versteckt. Oh, Mann. Ja. Einzige Spiegel. Wenn du dem Frisch wirst, sag Bescheid. Warum bleiben wir immer stehen? Tanmodus. Außerdem, ich hab Verbandskasten dabei, ne? In meine Ba... Tanmodus. Ni hao. Oh, hi, Ogozama. Was? Ja. Roni-San? Si. Un baguette toujours aujourd'hui. Warum hast du ne Maske auf? Warum liegt denn da Gras? Jetzt weiß ich, was für Filme du guckst. Du kennst ja bestimmt die Casting-Coach. Hier ist abgetrennter Gebiet. Ich glaub, hier sind die ganzen Wildtiere drin. Im Gehege? Mhm. Hoffentlich komm ich rechtzeitig zur T-Rex-Fütterung. Nein. Pinsel auf den Plan. Das funktioniert da nicht. Das ist kein Tor. Aber hier ist keiner. Ja, die verstecken sich auch, die Tiere. Dino? Nein, es gibt keine Dinos. Meinst du, ist da Strom drauf? Verarscht. Da ist kein Strom drauf. Ich hab' kein Überlegen. Da muss ich dich jetzt weg, Boxer. Aber dann hättest du mich auch erwischt. Drei Sekunden lang hatte ich Stromschläge durch meinen Körper. Du hast mir nicht geholfen. Das sieht man mal, was du für ein Freund bist. Aber ist der Strom drauf? Nein. Fass an. Ist kein. Oh, oh. Wir sind eigentlich im Jurassic Park. Ähm, kannst du... Wir sehen uns, Pinsel. Ähm. Erdnuss? Ja? Erdnuss? Ja. Ich komm' gleich wieder. Kannst du mal sehen? Was denn? Hallo? Was denn? Was ist denn? Mein Arm. Es steckt. Oh. Im Zaun? Ja. Was gibst du mir, wenn ich dir helfe? Ein Frisch. Okay. Bist du, Steprosa? Ich bin stuck. Ich bin stuck. Ja? Ja. Komm weg. Komm. Was ist denn los? Danke, sure. Mein Steprosa ist stuck. Oh, nein. Was hast du? Was hast du? Ich weiß nicht. Du laufst so komisch. Hast du Rückenschmerzen? Ich habe scheiße geschlafen. Ja. Das sieht man. Erst dein Finger, jetzt dein Rücken. Dein Körper ist eine reine Baustelle. Aber sexy pants. Naja. Sailor Moon. Sag dir Zauberwurz und du hast die Kraft. Nein. Falsch. Wie ging das denn noch mal? Sag dir Zauberwurz und du hast die Macht. Wenn der Mond in dein Ghetto kracht, kauf mein Album an Massiva. Ich fühl mich vor Schnee. Weiß auch. Ich höre noch nicht mehr. Wo ist er hin? Vielleicht war das einig. Das ist ein Fleisch. Ich glaube, da hinten finden wir mehr. Eine Lampe. Hier. Und wenn nicht, klettern wir da oben drauf. Von da oben sehen wir den bestimmt. Der ist so groß wie eine Fingerkuppe. Kupplung auch. Was ist denn mit dir? Waschen? Nix. Guck nur. Hast du was Schönes geträumt? Heine Nacht? Ja. Ja? Du hast bei uns wieder durch ein Schlüsselloch geguckt, ne? Ich hab dein Auge gesehen. Du bist nämlich ein Spaner-Pensel. Aber ich hab nur... Aber ich wollte nur... Ich brauchte Mehl. Und Zucker. Mehl? Warum? Und meinen Kuchen. Du hast gar keinen Kuchen gemacht. Oh, hast du ihn da stehen lassen? Du hast gar keinen gemacht, du Lügner. Doch. Du hast dich ja geluschert. Nein. Dreckbar. Wollte ich nicht machen. Machst du wohl. Wollte nur Mehl. Opa, Willi hat es mir erzählt. Sag mal, hörst du das? Da. Ich sag doch, da oben finden wir den. Und was ist das für eine Siege, die hier so schreit? Das ist der Frosch. Sie ist aber ein großer Frosch. Komm. Machst du. Ich wollte da rein. Der ist hier im Wald. Oje. Sind das hier für Blätter alle? Der Briefträger? Oh, Mann. Hier, die sind auch giftig. Was? Die Pflanzen sind auch giftig. Die roten? Ja, hat Herr Juri gesagt. Wenn du traust dich nicht, die zu essen. Da. Wie schön. Ich habe wieder gehört. Komm, wir klettern hier auf den Baum. Geht nicht. Doch. Gar nicht. Aua. Alles gut? Nein, geht nicht. Da kann man nicht drauf klettern. Das ist nicht möglich. Er ist so weit oben, der Ast. Aber ich glaube, ich habe meine Nase gebrochen. Guck mal. Bin ich noch hübsch? In diese Augen kann ich mich nicht verlieben. Was? Bin ich noch hübsch? Oh, blöd, blöd, blöd. Wunder. Darf ich dir eine gruselige Geschichte erzählen? Es ist wunderschön. Ja? Ja. Es war einmal für lange Zeit. Ein böser Mann unter deinem Kleid. Ah! Heulsuse. Das war nicht mal gruselig. Pinsel? Pinsel? Komm zurück. Bitte. Da ist er wieder, der Frisch. Pinsel. Pinsel. Frisch oder Pinsel? Pinsel, komm, ne Frisch ist da hinten. Pinsel. Du bist ein Stichlässer. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. Wo bist du? Oh. Pinsel? Trieb kein Spielchen mit mir. Pinsel? Was ist das? Das ist eine Leckmuschel. Pinsel? Pinsel? Oh, da bist du. Ach Mann, ich will dir folgen. Da, der Frisch ist da vorne. Oh. Hörst du die nicht? Nee, ich höre eigentlich eine Siege schreien. Das ist der Frisch. Mann, der hat verschiedene Rufe. Du glaubst ja nicht. Na dann, wo ist er? Na wie mir. Nö, du hörst jetzt hin, bis du den hörst. Okay. Du musst deine Natur kennenlernen. Komm, wir gehen da oben und drauf. Obwohl, da sind viele Treppen. Opfer dich. Du bist ein Opfer. Warum? Du darfst nicht Opfer zu mir sagen. Was? Du darfst nicht Opfer zu mir sagen. Nein, Opfern. Was Opfern? Irgendwas. Wir müssen mal den Gottes an Gott geben. Ja, Peanut mag Pui Pui. Hukulu. Ja, Hukulu. Und Abo. Taube. Wir sind schon fast zu Hause. Jetzt ist der der Follene. In dem Flott. Ist der auch ein Frosch, ne? Yo. Soll ich da hoch? Weiß nicht. Will ich mal gucken, ob es oben Seile gibt? Wird sie mich hochziehen? Oh, warte mal. Lootboxen. Hier ist ein Helm drin. Eine Hose und Magazine für eine M4. Freie Rüstung. Ja. Ja. Hier ist ein Schalldämpfer. Für eine Panzerfaust. Kann ich haben? Nee. Den brauche ich. Ich brauche Frags. Bist du gut mit dem Besucher? Ja. Okay, behalte. Okay. Abgelootet, schnell weg. Und immer so. Wenn einer schießt, dann trifft er nicht. Hallo? Komm, wir gehen jetzt da hoch. Ich schaff das schon. Okay. Das ist doch easy. Sie sind ja doch gelacht, Mensch. Nicht. Ich kann nicht mehr. Möchte ich schieben? Ja. Und hopp. Ein fastes Fuckboy. Fastes Fuck. Aber fall nicht runter. Ja. Nee. Oh mein Gott. Fall du nicht runter. Ja? Nee. Schieb mich. Schieben. Oh. Ah. Oh, da sind noch mehr Boxen. Power Metal. Eine Schere. Und Klebeband? Nicht. Guck mal, wir müssen nur nur da vorne hin. Dann sind wir fast zu Hause. Dahin ist die große Yacht. Die ist schon. Oh, hier vorne ist ein Dorf. Wo? Da vorne. Stimmt. Komm, wir gehen da hin. Wollen wir dorthin? Ja. Okay. Durch den Wald? Vielleicht was kaufen die Vollstelle. Müssten wir keinen fangen. Jetzt hab ich ihn gehört. Sag ich doch. Warte. Hä? So geht's mal ab. Juhu. Am fastes Fuckboy. Bei denen sieht dann übrigens so aus, als würde ich hier runtergleiten. Im Sitzen. Wo ist der? Danke. Hast du gesehen? Der ging viel schneller. Ich hab's verkackt. Ich wollte auch. Mach noch mal. Komm, das hat super Spaß gemacht. Wenn nur hier. Noch einen höher. Ein Stück. Ich bin von ganz oben runter. Ui. Ich rutsche hoch. Okay. Oh mein Gott. Pass dir auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Du hast den Körper gemacht. Oh, so Glück hab ich eben dreier Helm gefunden. Geht's dir gut? Oh Mann. Du bist doch nicht so Fuck is fast boy. Nein. Was soll der will fahren? Ich hab meinen Kopf genussed. Mein Kopf genussed. Zum Glück hast du einen Helm auf. Ja, Gott sei Dank. Wenn du gestorben bist, hätte ich dich gefressen. Okay. Ich bin da. Warte, wir müssen einen Stock suchen. Warum? Warum? Du bist gefangen. Ich glaub, da kommst du nicht raus. Da doch. Gut, zum Glück. Das wär's jetzt gewesen. Hast du Schmerzen? Rutscht du immer noch im Arsch rum? Ich ne. Okay. Wir brauchen einen kleinen Stock. Aber hier ist sie da. Am Fasten ist Fuck boy. Warte. Hau rein. Okay, ich komm mit. Komm. Da soll noch mal einer sein. Man kann im Sommer keinen Schlitten fahren. Oh Mann. Oh. Ich hab mich geschnitten. Hast du Taschentücher? Ich hab Verbandskasten dabei. Ah, ich hab auch Tücher. Ah. So. So. Hier rauf. Oh. Warte, ich verabende dich. Danke. Wo hast du dich geschnitten? Hier? Ja. Da tut weh. Was tut weh? Ich tue hier so ein Pflasterchen drauf, okay? Ja. Ich tue hier so ein Pflasterchen drauf. Ja. Du bist mein Freund, Pünferl. Hab keine Angst. Das ist ein Umschlag. Ja, stimmt. Da hab ich draufgeschrieben. Alles gut. Ja. Alles gut. Danke. Da war schon wieder ein Pflasterchen. Danke. Ich musste dich festen. Pflasterchen drauf. Kleingeld fragen. Ach, Kleingeld fragen. Keine Ahnung. Ich kenne keinen. Oh. Du bist... Hast du gehört? Ja. Da vorhin. Ja. Stimmt. Ganz vorsichtig. Oh, der ist ja richtig. Wenn du den siehst, schau mal deine Kappi ab. Ja, warte. Wenn du den siehst, stürz dich drauf und fang den mit deiner Kappi. Ich warte hier so lang. Okay. Ich tue hier schon. Ich tue echt jetzt bitte. Und guck dir ihm nicht in die Augen. Guck dir ihm nicht in die Augen? Nein. Los, Pinsel. Er ist hier vor mir. Im Busch. Du schaust da schon. Hup. Oh nein. Nein, 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 nein. Halb hier. Was machst du, du kleines Arsch? Du musst ihn fangen. Kämpfe mit dem Etnus Ja Etnus Ja Etnus Ja was denn Hey Etnus Ja ich rede doch die ganze Zeit mit dir Komm her Hast du den Guck mal Gib mal die Müsse hoch Warte Guck dem nicht in die Augen Geht schon in der Müsse Oder nicht Gib mal ganz kurz hoch Ganz ganz vorsichtig Halt ich setz mich nebendran Asin Ja das ist er Ist er das? Ja Boah sogar ein hübsches Exemplar Hier nimm Ich will den nicht Gib her Ui Das ist jetzt mein Haus Ich muss ihn verstecken Ich nenn ihn Haschisch Haschisch Hakim Haschisch Du darfst Trinkie nix davon erzählen Bis ihr wieder zu Hause sind Okay Okay Ja Okay Oh Gott Oh Gott Ich tu dich In meine Hose hinten rein Oh Gott Oh Gott Danke Jetzt hab ich nen Freund Noch einen Auch Wir haben's erledigt Jetzt will ich nach Hause Schnell weg hier Na dann Los geh ich Komm wir versuchen hier jemanden zu finden Hallo Hallo Komm da vorne ist ein Krankenhaus Kleine süße Frau Hallo Hallo Ist hier jemand? Der wackelt ihn in meine Hose Ich merke den Wie ist hier das? Ja bisschen Wie mein eingewachsenes Arscher damals Eingewachsenes Weiß Ascher Ascher? Die von Baum? Nein nicht die Nicht der Aschenbecher Wie ist offen? Wo ist offen? Ah Die Häuschen Häuschen? Was schön hier Guck mal da grillt einer Da ist jemand drin Da kocht jemand Ich will da kommen Klopf mal an Er wieder kocht da jemand Oder das brennt da drin Hallo? 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 Entschuldigung? Wir brauchen Nahrung Essen Trinken Macht euch weg Ihr Arschlöcher Hast du es gehört? Was hat er gesagt? Er hat gesagt Ich habe nicht verstanden Macht euch weg Ihr Arschlöcher Schnell weg Da will uns Mördern bestimmt Da im Container So kommen wir nach Hause Dann hilf schon Da war jemand Der Klang ist ja alt Oh Gott Das ist ja wieder ich Das war der Frisch Der Haschisch Halt die Klappe Haschisch Leise Haschisch Der will uns noch verraten Kommt keiner Oder? Nee War das ein Böser? Ähm Der hatte Der hatte Schwarze lange Haare Mit Grau Der Liedsinger von Metallica? Nee Der Typ Der war doch An dem Türschlitz Dann lass uns weiter laufen Besser weg hier Ja Wo ist meine Taschenruppe? Wenn uns einen angreift Dann werde ich Haschisch in sein Gesicht Dann ist er direkt vergiftet Da ist ein Boot Toxin Wo? Ach ja Da Da Sind wir hier? Da oben im Dschungel Im Dschungelcamp Oh nee Wir müssen Känguruten fressen Ich muss eine Spinne im Mund nehmen Guck mal Das ist ein Riesenhaus Siehst du es? Ja Ich bin ein Splint Aber Warum doge ich mich hier Bauerblitz? Ja Weiß nicht Meinst du wir schaffen Das Boot zusammen zu bauen? Ähm Weiß nicht Können wir rauf und mal gucken Ob überhaupt der Motor da ist? Ich komm da nicht drauf Aber du Boah Guck mal Kram Boah Guck mal Endlich aufstehen Ohne Rückenprobleme Da kriegen wir dich Endlich auf die andere Seite Halt die Klappe Was denn? Sett euch lieber aufs Boot Guck ob es noch fährt Aber es hat keinen Reifen Oh Gott Und? Oh Gott Was denn? Was siehst du? Äh Ein verrösteter Motor Dann ist der kaputt Oh Die Klappe erschießt Und eine Schere Nehme ich mit, ja? Ja Und Klebeband Ja Nehmen wir Ja Okay Ich guck mal noch in die Kabine Ist da Piratengold? Hier nichts Wenn du Piratengold findest Teilen wir den Schatz Ja klar Wir sind ja beste Freunde Danke Nee Da ist nichts zu machen So Wütenaushieb Dann komm Ab Toll wie kommen wir jetzt da rüber? Geh lang Balancieren Pass auf Wow Was denn? Der Kranführer Klaus Meinst du der arbeitet hier? Alle Klause arbeiten im Kran Oder beim Gabelstabler Da kommen komische Geräusche aus dem Haus Welchem? Da hat gerade einer gequietscht Oh Das ist dann wie euer Bett Halt die Klappe Ich hab's ja noch nie gehört Weil ich bin ja nie Am Schluss noch Nein, nein Wie ist das denn? OVRI LAPORT Guck mal Da steht Fuck Wo? Wo steht Fuck? Hier Über der Lampe An der Wand Ah Abflug steht da Abfuck Voll Abfuck hier Das sind Kisten Das ist ein ganz komischer Ort Ja Oh guck mal Eine Schere Ja Nimm mit Nimm mich mit Und Klebeband Jep Ich daneben Hier Ich hab was gefunden Damit können wir Twinkie zurück ins Meer bringen Wir müssen hier einfach nur da drauf tun Da müssen wir noch eine Palette drüber legen Da vorne ist Licht an Da brennt was Da vorne brennt Ja, ich seh's Ach du Scheiße Guck mal Hier Da war der Trojanische Pferd drin Wo? In der Tür hier Weißt du was ich mich frage Pinsel? Wenn? Wenn Herr Juri aufsteht Aus der Villa Wie findet er uns? Oh Na wir rufen um Hilfe Ach du heilige Mutter Gottes Was dann? Ist irgendwas mit der Schisch? Nö, ist er da Alles gut? Jep Okay Der Sonne schlafen lässt mich viel zu aktiv Hashish Hashish Guck mal die Bäume sind gar nicht im Boden drin Haben die keine Wurzeln? Das ist ein Mutationsbaum Haben die keine Wurzeln? Vielleicht ist das nur so ein Pilz da unten Das Sieht aus wie der Fußnagel von Twinkie Ist er so groß? Oh Gott Ich sehe euch Oh Es gibt Dinge die wir nicht wissen Warum? Sehr furchtbar Boah überall ist hier Wasser Wie sollen wir da hinkommen ohne Boot? Wie kommen wir hier? Herr Fischer, Herr Fischer Wie tief ist das Wasser? Ich kann da nicht rüber 50 Meter Wie kommen wir da rüber? Dann können wir drum herum laufen Lauf drum herum, okay Dafür, dass hier viel Licht an ist, ist das hier kaum jemand, ne? Ja, die schlafen alle, oder? Heute ist Ruhetag Heute ist Feiertag Heute ist Feiertag, ne? Was sind Feiertag essen heute? Ähm, der 2. April Soll der Unabhängigkeits-Tag Ja Meinst du, zu Hause geht mehr als vier? Ich glaube nicht Nö, die stehen im Kreis am Kinderfeld Ich will nicht wundern, wir werden gleich einen Kreis hier finden Ich habe jetzt schon Angst, ans Ufer zu rennen Ich bin mal wieder im Kreis Gehen wir heute arbeiten? Ja, wenn wir einen Flieger finden und kriegen Morgen ist die Feier, ne? Am Samstag Ist heute Samstag? Nein, nur ist Freitag Dann ist morgen Feier Warum nicht heute? Weil heute Freitag ist Okay, Mann, schreib mich nicht so an Wer nimmt dich langsam wie Twinkie Wow Meinst du, ich versuch dir nur eine gute Ersatz hier, Frau zu sein Ja, nie Doch Meinst du, wo der Sheriff findet, mein Frau Schachisch? Ähm Wir brauchen ein Klebeband Und dann? Machen wir dem den Mund zu Dann kommt der Tod an Wenn du nicht sagst, außer Schisch, dann sagt er auch nichts Der hört auf Komponente Er weiß Außer Schisch Weißt du? Ah Nix Okay Sank ich doch Ich hab's gehört Das war mein Schuh Ich schwör Dein Schuh Ja, mein Schuh war das Der quietscht beim Laufen manchmal Hachisch Hachisch Die klagt nix Das hier Hier werden diese berüchtigten Neigschuhe gemacht, oder? Wo? Ich glaub schon Ach du Scheiße Guck mal, Dattie haben wir in die Fensterscheibe eingeworfen Wir haben auch ein paar so Zeile abgehangen Oh, langsam wird es dunkel Klar, 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 da war Ach, guck mal, hier kommen die Kippen her Oh, oh Hier werden Zigaretten produziert Oh, oh Fang gar nicht an zu rauchen, Pinsel Nein Na, du Schulti Wollt oben ins Fenster gucken Hier wird Tabak gemacht Tabak? Ja Kippen Ah, was steht da? Wo? Trash Trash Tosche Tosche Hast du das Tosche gesagt? Nee Ich hab' mich versprochen und hab' es besser als die Mord versuchten Milas Fischerie Los, Zander Mila? M-Milas Milas Fischerie Milas M-Milas… M-Milas Fischerie M-Milas Fischerie Wie kommen die Fische her? Hallo? Warum klingt die Türe nach Holz? Ach, weil die ein Holz... Nee, die ist komplett auf Schabern. Ach, komm, hör auf zu lügen. Weil ich einen Holzfinger habe mit einem Haken. Der Haken ist ein Holzfinger. Ein MC Hook. Der Lachsage der Haschisch. Ich höre hier Stinkemücken. Dann geh duschen. Das sind Fliegen. Hier muss eine Leiche sein. Ich will dir keine Angst nach dem Pinsel, aber ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Und ich weiß auch nicht, wie wir zurückkommen. Ja gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Und mir tun langsam die Füße weh. Das sieht aus wie eine Schere mit Klebewand. Ja, lass mal gucken. Muss da sein. Da liegt mit Sicherheit eine Schere. Denkst du Klebewand? Hoffentlich. Oh, was ist denn das? Das Zeichen kenne ich. Da sind explosive Sachen drin. Aufpassen. Tangas und so. Meinst du? Ja. Du hast zuerst die Schere gefühlt. Wo ist die? Hä? Hier ist keine. Die schwanken können, die liegen auch hier. Da liegt sie doch. Wo? Hinter dem Ding. Hinter dem Öl. Ja. Hinter Ron. Stimmt. Hinter Ron. Dann nimm die mit. Ja genau. Gute Idee. Ich habe heute keinen Platz mehr in den Taschen. Doch, hast du. Es wird langsam dunkel. Wir haben hier Lampen. Wie viel Verpflegung haben wir noch? Brauchst du was? Machen wir Mittag? Hm. Lass uns einen coolen Ort finden. Oh, da war ein Babyelefant. Hast du das gehört? Nee, wo? Da, wo es qualmt. Was hat sich so angehört? Hier gibt es keinen Elefanten. Oh. Hier gibt es doch keine Frösche. Na, und wie erklärst du die Hashish? Das ist ein Gift Frösche. Guck. Da, guck. Das ist Hashish. Guck ihn dir an. Ich habe ihn auf dem Finger. Wehe, du haust ihn runter. Dann töte ich dich. Mach es schnell. Das ist mein kleiner Hashish. Willst du den streicheln? Komm streichel den kleinen Finger. Aber nicht beißen. Nee, der beißt nicht. Der hat ja den Maulkorb an. Oh, das ist kein Scham. Ja, sag ich doch. Ich habe den gezähmt. Ich habe den nämlich schon lange. Wie lange? Locker eine Stunde schon. Oh ja, das stimmt. Ja. Und jetzt kommt Hashish wieder in sein Käfig. Ewig. 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 Boah, ich bin ein falsches Film. Da oben habe ich was gesehen. Da können wir kurz Rast machen. Okay. Wir müssen ein Feuerchen machen, damit wir uns auf uns aufmerksam machen. Pass auf, wir sind alles giftige Pflanzen hier. Gibt es hier Schlangen? Ja. Na klar. Wir sind auf einer Insel. Auf einer Insel gibt es immer Schlangen. Aber wir haben halt Skispeite, Frist Schlangen. Boah. Guck mal, da rechts, da können sie Steine abbauen. Wir haben aber keine Spitznacke dabei. Und da vorne sind Leute vom Wald. Da gibt es Baumstimme. Wir können da oben auf den Berg gehen. Oh, habe ich schon ganz... Ist das hier der Flughafen? Bin sie, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Äh. Doch, da ist der Turm. Wir sind dran vorbeigelaufen, da hinten. Oh. Hallo Zimmer. Ich bin so langsam müde. Ich bin so müde, ich bin so geschlafen. Hör auf. Hör auf. Wir müssen ja weg. Au. Warum haust du dich selber nicht in die Haut? Weil ich dumm bin. Wir werden sterben hier, glaube ich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ganz mies sterben werden. Doch, nee. Ich habe nur Essen und Trinken. Ja, aber wie lange hält das? Ich habe jetzt schon wieder Hunger. Komm, wir laufen nie lang. Möchtest du einen Felschki? Ja. Gibst du mir rein? Ja. Danke. Ich habe eine Methode gefunden, mir mal den richtig gut zubereitet. Guck, du tust das Pulver hier so in die Dose. Ja, sehe ich nicht. Ja. Ja. Ja, guck. Tust das Pulver hier so in die Dose. Ja. Dann schüttest du ein bisschen Wasser rein. Nein? Ja. Ja. Dann musst du das dem Ficker auch nicht schütteln. Und dann schmeckt er. Und dann kannst du ihn reinziehen. Ja, dann gönn dir. Ja, ich trinke den gerade mit Strohhalmen aus irgendwelchen Gründen. Aber schmeckt lecker. Ist Bananen-Nutella-Geschmack. Hier. Danke. Bananen-Nutella? Ja, Bananen-Nutella und Erdbeere. Und Traubemünze. Das ist ja pervers. Komm. Ich glaube, der Pföln ist der Flughafen. Oder, Haschisch? Ja. Zweimal quacken heißt immer ja. Zweimal quacken heißt ja. Das habe ich dem beigebracht. Wann? Gerade eben. Aber ich war doch die ganze Zeit dabei. Du hast nie gesagt. Nein, da warst du kurz weg. Ah. Da habe ich dem schnell das beigebracht. Meinst du, als ich im Busch lag? Ja, genau. Bevor ich den gefangen hatte? Genau da. Ja. Es gibt ja gar keine Pumas. Sonst hat noch kein Tier angegriffen, außer Haschisch. Stimmt. Meinst du, ich habe eine Radiostation hier? Eine was? Eine Radiostation. Fahrräder? Radio. Radio. Richtig, schrei mich denn an. Jam FM, dann hör mir zu. Jam FM? Ja. Nein, gibt es nicht. Es gibt nicht mal Handyempfang. Woher willst du das wissen? Lass kein Handy bei. Ja. Wird ja einen Grund haben. Äp. Ich habe ein Problem. Ich komme hier nicht durch. Ähm. Warte, ich helfe dir. Äh, komm rüber. Excuse ma. Wie schaffst du das immer? Ich bin sportlich. Wow, wow, wow. Oh. Das sind die von der Kamera. Aber hier darf man nur mit einem Stab rein. Wir haben einen Leuchttab. Okay. Oh, Computer, Internet. Schreibst du eine Message an alle? Was soll ich schreiben? Ähm. Hallo? Wie ist nochmal der Code für Hilfe? Ähm. Weiß nicht. Hallo? 1, 3, 3, 7. Nein, nicht. Warum? Jetzt kriegst du gleich eine Invite zum Cisco Homage. Dann schreib du doch. Aber ich kann da nicht mit dem Ding schreiben. Ich bin eher old school mit, äh, Feder und Papier. Mit der Feder? Ja. Wie im Mittelalter. Was schreibst du denn da jetzt da? Schreib jetzt hin. Ja. S-O-S, please. Somebody help me. Okay. Under my umbrella. Ella. Du hast Ella, Ella vergessen. Oh. Ella, 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 Ella. Und dann welche E-Mail schickst du das? Oder bist du dabei geknuddelt? Ein Torgolino. Was? Torgolino. Ja, willst du nicht warten? Guck mal, das ist die Affe. Ja, wir müssen auf der Anfang warten. Das ist die Arschaffel, ne Bum. Auf dem Schreibtisch links. Das ist die Schwester. Guck mal. Die ist noch warm. Niemand war hier. Ja, sonst wäre der Computer halt nicht an. Ja, stimmt. Da hätte ich mir die Finger nicht schmutzig machen müssen. Du hast die E-Mail gar nicht abgesendet. Doch. Ich glaube, hier vorne ist der Flughafen. Oder? War mir nicht gestern hier? Weiß es. Ja, doch. Hier sind wir lang gefahren. Da war die einzige Schranke. Meinst du? Wir sind nur durch eine Schranke gefahren. Wir sind doch mindestens durch 20 gefahren. Sind du? Ja. Weiß nicht. Ich würde gerne wissen, wie spät es ist. Hm. Jetzt, äh. Jetzt stell dir mal vor, wer den Körner ist. 15 Uhr. Stell dir vor, wir hätten kein Essen. Stell dir vor, Pinky hat kein Essen. Doch, die hat. Aber die scheißt es sofort wieder aus. Aber ich hatte das ganze Trinken. Die hatte die malarische Grippe. Oje. Da ist ein Tor. Gute Nacht. Oh. Ich glaube, ich lege den Haschisch auf den Kopf. Und was? Oh nee, mach. Mach den Haschisch. Hallo. Morgen. Guck dir Haschisch an. Oh, ist wunderschön. Ich wollte den ins Gesicht legen. Aber der ist so laut. Der ist laut? Ja. Ganz laut. Ja. Ja, aber dann, also, es ist Hadaragwa laut. Okay. Ich höre ein Auto. Oh. Hallo. Präzis. Hallo. Hallo. Guck mal, ich habe Haschisch. Was hast du? Haschisch. Haschisch. Was ist Haschisch? Das ist mein Frisch. Okay. Den haben wir gefangen. Okay. Wer sind Sie? Können Sie uns verraten, wo wir sind? Wir haben uns verlaufen. Ihr seid auf Gallo Perico. Ja, das wissen wir. Ja. Hallo, Herr Juri. Guck mal, mein Kleiner Wursch. Guck mal, mein Kleiner Wursch. Ich habe ihn versucht, wieder ins Auto zurücklegen. Jawohl, ich wollte es nicht klar. Ich komme komplett im Inhalt. Ja. Guck mal, mein Wursch. Guck mal, mein Wursch. Ja, schön. Ich würde ihn aber ungern anpacken. Dann tue ich den wieder im Käfig rein. Oh mein Gott. Den nehme ich mit nach Hause. Er ist in seinem Käfig drin. Sind wir hier auf dem Weg zum Flughafen? Das ist richtig. Boah. Wir sind echt durch die ganze Wildnis gelaufen. Wir waren Tage unterwegs. Wir waren sogar in so einem Haus. Da kam Crime raus. Und da hat jemand gesagt, wir sollen abhauen. Ja, das ist okay. Ja, das war schon irre. Der hatte lange graue Haare mit schwarz. Oder lange schwarze mit grau. Er verschwindet hier sofort. It's only game. Aber es geht schon mal hier. War der Maske der Mörder. Aber warte nicht, dann warte ich nur noch zu. Herr Juri, ja. Ja, wir müssen einen essen. Die hat die malakische Grippe, ne? Die Twinkie. Die Grippe? Ja. Oh. Ich glaube, die wird gestochen von der Mucke oder so. Das kann durchaus sein. Das bleibt hier, glaube ich, nicht aus. Ja, da geht's überhaupt gar nicht gut. Die ist noch in der Villa. Okay, dann werde ich nachher mal nach ihr gucken. Der Dahl war die ganze Nacht auf dem Buttig. Da geht's nicht gut. Oh, ich dachte, das gehört zum Spiel. Nee. Was für ein Spiel. Kann die noch hierbleiben ein bisschen? Ja, klar. Sie darf ja auch, wenn sie krank ist, nicht reißen. Von daher müssen wir warten, bis sie gesund ist. Wann geht der nächste Flug nach Hause? Soll ich nachfragen? Wollen wir den nächsten Flug kriegen? Ja. Bitte. Wir haben noch, wir saßen noch im Auto drin, aber da war kein Schlüssel am Stecken. Manche lassen wir hier nicht stecken, die Schuße. Das kann ja sein, dass einer vorbeikommt und die klaut, ne? Wollen wir weg, hallo? Wunderschön, guten Abend, Kevin. Ist es möglich, eine Landekontrolle zu bekommen? Ach ja, oh mein Gott. Los Santos International in, weiß nicht, 10, 15 Minuten? Drei Personen? Oh nee, du hast ja den Falschparken immer noch. Alles klar, ich danke. Habe ich noch nicht noch geschlossen. Alles klar, ich danke. Ja, dann, auf, auf. Du fliegst, nicht Pilotslaver. Nein, nein, Slava ist nicht da. Geh vom Koffer rum weg. Ja, sofort. Ist auf jeden Fall sehr schön hier. Ich habe das, so ein Blut, dass ich immer in die Autos muss. Oh. Das ist ja eine sehr, äh, schlechte Alternative, das zu tun. Herr Juri, das Auto ist zu. Mach dich auf, Mann. Mann, jetzt lass dich auf, sieh auf. Oh, mach dich schon, dir geht's gut. Ach, mir geht's beschissen. Ah, und. Das ist ja eine sehr schöne Insel, Hansi. Warum geht's dir nicht gut? Nee, jetzt geht's mir gut. Mir geht's bestens, ich hab gut geschlafen. Hier ist es wunderschön, Sir. Ich hab nicht so gut geschlafen. Warum nicht? Die ganzen Mücken. Ja, da gewöhnt man sich dran. Ich dachte schon, wir kriegen Breiter die ganze Zeit auch los gemacht. Aber das Schlimme ist, wir haben kein Puma gefunden. Ja, hier gibt's gar keine Puma. Hier gibt's Puma. Und nicht den Mann mit dem Messer. Doch, den haben wir gesehen. Der müsste nachts rumlaufen, für den Mann mit dem Messer zu bringen. Ja, das ist auch sehr gut so. Ja, aber du hast ihn nicht gesehen. Ich hab schon wieder was gehört. Herr Juri, sind Sie auch ein Pilot? Ja, mehr oder weniger. Oh, guck mal, eine Tankstelle. Eine Tankstelle. Ja, das ist unser Karlöckchen, unsere Tankstelle. Meinst du, ich kann Hashish mitnehmen? Das müsstest du mit der BP gleich klären. Ich hab keine Ahnung. Ich sag denen das einfach nicht. Du musst denen das aber sagen. Und was ist, wenn ich das verheimliche? Dann machst du dich leider strafbar. Und wenn die den nicht finden? Ich hab keine Ahnung. Ich halt mich da raus, also. Okay, du weißt von nichts, Herr Juri, okay? Okay. Ich werd den verheimlichen. Der ist nämlich jetzt mein Freund. Was machst du, wenn er anfängt zu quacken? Ja, ich tu den... Guck hier, kleine Hashish. Ist der nicht süß? Er hat was. Ja, stink ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Weißt du, warum er ein blaues Auge hat? Ja, weil der Pinsel den verkloppt hat beim Frosch. Ich hab den verkloppt. Du hast den Frosch verkloppt? Ja, der ist giftig. Ich hab den mit meiner Käppi gefangen. Das ist nämlich ein ägyptischer Sonnenbrillenfrosch. Die sind in den ersten drei Sekunden super dupe giftig. Ach, nur in drei Sekunden lang? Ja, und dann schießt er sein ganzes Gift aus seinem Nacken. Aber ich habe auch mehrere Sekunden gebraucht, den zu fangen. Okay. Ja, ähm, ja. Ich tu den in den Weg. Im Knast nennt man das Bunkern. Den wird keiner finden. Ja, aber nicht, dass der einmal losquakt, wenn du mit Kontrolle bist. Nein, dann halte ich seinen Mund zu. Dann hört dir noch keiner. Außerdem hört der schon auf Kommando. Ach, der hört schon auf Kommando. Ja, 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 herrlich. Ja, dann... Aber du darfst mich nicht verraten, Herr Junge. Nein, nein, mir ist das egal. Also, ich bin für keine Kontrolle da zuständig. Okay. Müssen wir wieder durchs Fenster einsteigen, dass da ziemlich hängt. Ja, leider. Ach, Mann. Ich hätte mir auch gern was mitgenommen, hier. Zieh du mal lieber deine doofe Maske aus. Warum? Ja, weil die Polizei kommt. Ach so, ja, stimmt. Warum dürft ihr nicht die Treppe benutzen? Du darfst auch, wenn du wolltest. Ich geh auch durchs Fenster. Ich geh auch durchs Fenster. Hilf mir. Kannst du mir meine Mütze geben? Komm. Ja, warte. Da. Danke. Warte. Schieb mich, Pinsel. Schieb mich. Okay. Du musst... Oh, ich würde schreien. Oh, ich bin dran. Gut. Oh, ich bin ganz nah beim... Ähm, ja, ich... Was zum... Oh mein Gott. Ich... Hilfe. Ähm... Ich benutze die Treppe. Oh mein Gott. Äh. Oh, mein Gehweg aus dem Weg. Ach, du willst hier vorne sitzen? Oh. Hallo, Sir. Oh, der wird... Ich seh nix. Wie du siehst nix? Hi, warum darf der vorne sitzen? Weiß ich nicht. Ich bin Co-Pilot. Geh lieber nach hinten, oder, Sir? Es wäre besser, sonst... Nicht, dass du die falschen Tasten drückst. Ja. Du musst mir helfen. Macht doch keinen Sinn. Ich will mich auf den Nervenplatz hinsetzen. Dann macht doch... Okay. Komm zu mir, Pinsel. Hi. Hi. Ich will... So weit schlafen, da, ja? Ja. Ich möchte eigentlich zu meinem Freund. Halt die Klapparschisch. Aber warum heißt der Klapparschisch? Ich finde den Namen gut. Warum heißt du nicht so? Ist das normal, dass es hier kommt? Unser Brandreis? Okay. Das muss so. Oh, mein Gott. So, grad checken, wir sind durchgehend. Ja, siehst du, da ist das drin. Haben sie? Psst. So, Slava sagt, wir müssen 100 Sachen schaffen. Okay, das geht übergehen. Warte mal, du bist gar kein Pilot. Ja, Slava hat mir Liste gemacht. Ja, nix ist das, Slava. Oh, mein Scheiße. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das wird so gut gehen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Halt die Klapparschisch. Ah. Oh, mein Gott. Wir werden sterben. Wir müssen höher, höher. Slava hat, wir müssen 400 Meter hoch. Oh, mein Gott. Wie viel? Oh, mein Gott. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Kaffen wir es? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, der arme Frösch. Ach, stimmt. Sorry, Ravschisch. Ist er tot? So, jetzt haben wir, jetzt ist alles okay. Vielleicht müssen wir nur noch runterkommen. Herr Juri. Da? Können Sie fliegen? Das vierte Mal fliege ich gerade. Keine Kapriolen. Kannst du auch so im Kreis fliegen, so? Ein Looping? Ich weiß nicht, ob ich das gar nicht will. Ich will es auch nicht ausprobieren. Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So, selber, selber, selber. Fahr weg. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wie fliegen wir mit dem Loser? Oh, mein Gott. Oh, da ist die Lampe und da müssen wir runterkommen. Nein. Was für Lampe? Ich sehe nichts. Diese Landemarkierungsdinger hier. Du bist mein bester Freund. Du hast dir gar keine Laubnisse zum Landen geholt. Nicht so wie Slava. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, das kann funktionieren. Du hast keine Laubnisse zum Landen. Wie eine Laubnisse zum Landen? Slava musste die ganze Zeit mit einem Tower sprechen. Ach so? Slava, es waren sogar Stewardes da. Na, wir... Weiß ich ja nicht. Ich bin gestern das vierte Mal hier. Oh, mein Gott. Immer die Praktikanten. Oh, mein Gott. Ich bin nicht gestern mit dem Auto gefahren. Ja, stimmt. Wer vor dem Hinf... Sind wir schon gelandet? Wir sind gelandet, da. So schnell? So. Sei bloß vorsichtig. Oh, je. Oh, das wird eng. Ich klatsche... Oh, nee. Warte, was hat er gesagt? Das wird eng. Ich klatsche, wenn ich aussüchtigen bin. Oh, ich kann mich an so ein Jet-Set-Leben gewöhnen, ne? Kriegst du kein Jet-Lag? Hey, guck, guck mal. Was denn? Klatsche. Halt die Klappe, schiech. Guck mal. Was denn? Na, zu mir rüber. Ach, du rückwärts einpacken? Du klatsch. Hier. Wie rückwärts einpacken? Du hast keinen Spiegel. Ja, das ist diese Striche auf Boden, da dran muss man sich halten. Wir müssen auf Strich wahren. Wieso hat ein Flugzeug rückwärts kann? Das ist ein Schubumkehr. Sei bloß vorsichtig. Nimm jetzt noch ein Stück. Kannst noch weiter. Noch weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Stopp, 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 stopp. Oh mein Gott. Hast du geschätzt? Ja. Ist das Gehörzeit? Das drückt immer so wirklich. Ja, das ist so billig von C-Series. Oh, ich steig schon mal aus. Ja, wir müssen bloß jetzt auf Kontrolle weitergehen. Ich hab deinen Frosch. Nein, gib den her. Ich hab ihn. Gar nicht. Gib her. Gib her. Wo hab ich den her? Hier. Gib her. Nimm. Schnell. Bevor die kommen. Entschuldigung. Er ist in der Frühschlucht. Nein, ich mein Lachsch. Och, sag. Ist das keine Mund-zu-Mund-Beatmung bei ihm? Hoffentlich durchsuchen die uns nicht wieder. Ja, die werden wir dann durchsuchen. Ja? Ja. Dann lass uns kurz ans Auto. Ich hol meine Klinge. Aber rein theoretisch könntest du den jetzt ins Auto tun. Und schnell, ne? Weil es ist keiner hier. Ja, aber es kann sein, dass die Autos durchsuchen. Auch noch. Ich lass den jetzt einfach da, wo er ist. Oder wir gehen einfach. Bleiben Sie jetzt hier, Herr Juri. Pass auf. Ich bleib jetzt hier. Wir wollten doch auch noch das hier gucken. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Das Grundstück hier. Ja, genau. Da können wir gleich mal hochfahren. Okay. Auf jeden Fall sehr schöne Insel. Okay. Aber ein paar mehr Attraktionen werden cool. Wir arbeiten dran. Säbelzantiger und so. Säbelzantiger und so. Okay. Und vielleicht die einäugige Pupa. Die einäugige was? Die einäugige Pupa. Das Monster von Sanchos. Kannst du deine Maske abziehen, Pinsel? Nö, ich will nicht provozieren. Die sollen mich nicht durchsuchen, sonst finden die haschisch. Ich würde die an deiner Stelle nicht provozieren, sonst landest du im Knast. Irgendwas? Weil du sie provoziert hast. Das wissen die nicht. Ich sag einfach, oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, es war aus Angst vor den Tieren im Wald. Privat. Der muss immer mit seinem Pupa. Nein, ich bin gerade gelandet. Oh, alles dreht sich nur um ihn. Ich hab Auto hier. Ich hab noch gleich einen Termin, danach melde ich mich. Oder komm vorbei, bist du im Küb drin, oder wo bist du? Komm, Küb. Oh, Küb Disco. Ja, ich komm gleich vorbei. Bis gleich. Ach so, mir fällt gerade ein, mir hat die Slaver noch was gegeben gestern. Was denn? Moment, ich soll dir das geben. Er fand das richtig schön. Hey, Juri, wenn Sie Security brauchen, Pinseln, die sind echt stark und gut connected. Wenn Sie das schon mit Nachtclub zu tun haben. Ich weiß ja. Ich hab auch eine Knarre. Ich hab keinen Nachtclub. Aber Sie haben gerade was zum Küb gesagt. Küb, ja, das ist eine Diskothek, ja. Ah, die Klappe. Ach, schiech. Boah, wenn der uns verredet, dann komm ins Gefängnispinsel. Guck mich hier, das Läufer hat gestern was ausgedruckt. Er hat gestern ein Foto gemacht. Er fand das richtig schön. Ja. Ich hab eine Idee. Ich will doch schnell im Auto. Das guck ich mir mal an, das Foto. Ich will es auch sehen. Ui. Ich will es auch. Das hat Herr Slaver gemacht. Ui. Er meinte, das wäre schön für Ihr Urlaubsbuch oder sowas, hat er gesagt. Ui. Das kam ich mir ein. Wow. Und guck mal, Pinsel voll der Bierflasche, war klar. Und ich bei Twinkie am chillen. Da saß ich sogar kurz drauf. Ja, siehst du, ja, deshalb wurde die Kacke oben dran. Oh, wow, es ist wunderschön, das Bild. Aber ich dachte, Kameras wären verboten auf der Insel. Ja, weil wir haben doch Kameras. Wenn wir Fotos machen, ist das doch was ganz anderes. Und wir durften keine mitnehmen? Weil es uns zu viele Fotos gibt. Aber ich hätte keine Fotos gemacht. Ja, aber jetzt gab es ja ein Erinnerungsfoto. Dankeschön. Wie euer Fotoalbum. Alles wieder gut. Beruhig dich, Herr Juni. Das ist wunderschön. Ja. Wow. Und wenn du uns brauchst als Taxifahrer da? Ich meine, mittlerweile sind wir schon ein heißes Halt hier angekommen. Sind schon zweimal geflogen. Hast du nur das Bild einmal? Ich kann das garantiert nochmal von Slava ausdrücken lassen. Okay. Wie ist das denn, wenn ich in der Lüge der kopiert? Man scheint immer nur kopiert zu werden. Aber warum? Ich bin im falschen Bild. Ich habe übrigens eine Idee wegen dem Frosch. Welchen Frosch weiß nicht, von was du redest? Ja, pass auf. Du holst dein Telefon. Ja. Und du hast ja dein SMS-Ton. Aha. Quack, quack. Und was ist denn mit einer Lupe in deinem Po? Wollte nur fragen, ob du es vielleicht vergessen gehabt hast. Dann hast du ein Problem. Du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Achso, ja, okay. Wir sind hier. Wenn du mich verpettst wegen meinen Freunden schießen, dann knallt es. Aber normalerweise landet auch immer hier unten. Ach man, die ist nur im Labern. Ja, wegen Geisernamen. Es geht ab sein. Alles klar, ich danke. So etwas unwichtig ist. Die sind in einem falschen Flughafen. Oh mein Gott. Wir waren aber gestern auch genau hier. Ja, die sind in den Sandy oben drin, warum auch immer. Oh Mann. Einmal mit Profis. Ja, und sonst? Achso, äh, Sir. Das ist Herr Juri. Äh, warte, wo habe ich es? Äh, ah, hier. Oh. Halt mal. Nimm das. Was denn? Eins. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Äh, acht. Dann sieben. Letzten die Scheren. Ja, die haben wir gefarmt. Ja. Auf jeder Insel. Klebeband. Und Klebeband haben wir auch gefunden. Da war sogar ein T3, ne, T2-Helm in der Krippe. Ach, hier, nimm sie alle. Hier. In jedem Schuppen, in dem wir waren, lag eine Schere. Und Klebeband. Und Klebeband. Ja. Das ist dann, wenn die Leute sich nicht benehmen. Oder wenn da zu viele Hippies wohnen. Ja. Du, wann kommen die denn? Ich habe keine Ahnung. Wir hätten schon lange abhauen können einfach. Aber dann suchen die dich. Warum? Die wissen doch gar nicht schwer. Ach so, haben die so eine Strichliste, wer ausgereist ist? Die notieren sie, wer ausreist und wer wann einreist. Auch für die Leute, die nach Vegas ausreisen. Ich glaube, die Liste ist zu lang. Ich bin der Nächste. Ich glaube nicht. Wenn doch, sag vorher Bescheid, bevor die die Vegas abschieben, nehme ich dich mit rüber zu uns. Da können die mir nix. Aber ihr habt doch noch ein Auslieferungsabkommen. Ja, aber solange du keinen umbringst bei uns, soll mir das egal sein. Nee, ich bin kein Mörder. Ich bin nur frech. Ja, ich verstehe das Problem nicht. Ich habe noch nie jemandem was getan. Außer Pinsel, den habe ich vorhin getreten. Ja. Zum Glück. Zum Glück. Zum Glück. Ach so, ich habe Trinkgeld für dich, Sir. Ich brauche kein Trinkgeld. Ja. Kannst du uns Trinkgeld geben? Ein Dollar, danke. Das ist ein George Washington. Genau. Den rahme ich mir ein. Und welcher, danke. Ja, steht mein Name drauf. Und welcher ist auf der 100-Dollar-Marke? Schein? Leider nicht mein Kopf. Ich habe nur einer. Benjamin Franklin. Weiß ich das weiß? Nee. Ach, da kommt Baby. Hab letztens mit Twinkie, habe ich Slumdog-Millioni angeguckt. Apropos Twinkie, schattet ihr sogar noch. Ich hatte euch noch was mitgebracht hier. Was denn? Da. Oh, was ist das? Ich bin Twinkie. Danke. Wir geben uns. So. Der hier, sie ziehen auf jeden Fall erstmal die Maske ab. Ach, ich? Ach ja, habe ich vergessen. Ich sehe so aus, ich habe keine Maske. Entschuldige, Sir. Oh, der Sheriff ist hübsch. Ich rede, hat er mit ihren Kollegen vergessen. Wo zeigen sie eigentlich hin? Haben sie Crack geraucht? Nee. Habt ihr neue Uniform? Ja, wir haben neue Uniform. Endlich seht ihr aus, die richtige Sheriff gefällt mir. Dankeschön. Dann schnitt den Daumen hoch. Ja. Die Tür ist gering. Wow, ihr seht wunderschön aus. Wer darf mich denn heute überfümmern? Guck mal, das ist ein Pult 2. Ja, das mache ich. Ach, herrlich. Ja, ich? Wir haben auch neue Uniform. Dann bräuchte er mal erst die Ausweise. Wie geht es denn jetzt aus? Sie können den Herrn dann neben mir den Ausweis geben. Sie können mal zu mir angeben den Ausweis. Okay. Ich muss mein Portemonnaie suchen. Hachisch, halte die Klappe. Es ist reich, wenn Sie mir den Ausweis vor der Nase halten. Sie brauchen mir den nicht in die Hand drücken. Ja, ich muss da jetzt mal mein Portemonnaie rausholen. So, da. Sonst noch irgendwie Ausweis oder sonst was? Nö, ich weiß ja, wie du bist. Flugzeug noch checken? Wir hatten ja Dürttemberg. Ja, das machen wir noch. Ah, bitteschön. Ach, stimmt. Ja, das ist jetzt mit der neuen Uniform ist das ungewohnt. Ähm. Ich hatte unbezahlte Strafzettel bis gestern, aber Dieter Pfischer hat das gelöscht. Mal gucken, wir mal, ob die schon bezahlt wurden. Sieht gut aus. Okay, super. Gut. Dann hätten wir das. Können Sie den Ausweis wieder zurück in die Tasche stecken? Ja, wirklich schön. Ich tu dir mal die Befohle rein. Hinten ist kein Platz. Jetzt müssen wir noch sie durchsuchen. Okay. Darf ich das machen oder das? Ja, ja. Oh, okay. Aber seien Sie vor, ich habe geschwitzt heute. Keine Sorge, keine Sorge. Oh, mit der Flugzeug herkommen. Erstmal hier die Handschuhe anziehen. Warum das denn? Einfach nur so. Jetzt hat er denn irgendwas. Jetzt werden wir noch das ohne solche zu machen. Dann kommen Sie einmal ganz kurz zu mir. Oh, oh. Ein Moment. Das geht nicht. Gibt es aber eine Kollege in der Hand? Ja. Ah, keine Sorge. Müssen wir durch. Yep. Yep. Ja, aber wir haben mit einer Uniform gemacht. Keine Ahnung. Daran arbeite ich nicht. Und die Beine ab. Ich habe alle Scheren aus. Oh, oh. Oh, ich wollte gerade sagen, das ist eine sehr gefährliche Position. Oh, oh. Aber ich kann es versuchen. Ich muss da leider durch, ja? Ja, ich versuch's. Gut, dann... Hilf mir. Sie haben einen Schuhpinsel. Ich bleib hier. Ach, Sie bleiben hier? Ja, ich bleib noch an den Abend hier. Nachher eventuell geht es wieder zurück. Sie dann. Alles gut. Ja, wie gesagt, einfach anrufen, dann... Ja, kriegen wir gleich. Macht das selber. Okay. Ja, die sind... Sie liegen da. Ich bleib lieber sitzen. Ich habe keine Ahnung. Okay, gut, dann rufen Sie einfach schon dran an. Ja, wir sehen uns. So, dann. Was haben Sie denn für ein Problem? Können Sie wieder anziehen? Können Sie wieder anziehen? Danke. Sie müssen mir, Herr Pinsel, hilf mir, die Schuhe anzuziehen. Oh, das ist scheiße. Ist das schuld, wenn man sich das antut? Das muss sein, ja? Pinsel, ich brauche Hilfe. Kannst du meinen Schuhe wieder anziehen? Ähm. Das sitzt da ganz leerlos. Ja? Bleib hier. F. Was? So schnell. Mach eine vernünftige Schleife. Oh Gott, ich kann hier eine Schleife. Ich habe Schlappen. Ja, geht auch gar nicht. Ich habe Klettverschluss. Oh Gott. Okay, machen wir einfach rüber? Ja. Aber überkreuze, dann sehe ich cool aus. Hast du? Ja. Bist du Held? Ja. Okay. Held. Ha. Wir waren im Urlaub, oder? Und, wie war der Urlaub? War cool. Da gibt es Pumas. Die riechen wie mein Zimmer. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich wäre so nicht. Ich war ganz spannend. Ich wünsche mir noch lieber eine gute Reise. Wir haben giftige Pflanzen gesehen. Und wir haben einen Frosch gesehen. Haben sie noch gesehen? Häuser. Häuser. Oha. Wo waren sie nun, oder? Na, auf Kaya dieser Plaza Maloka. Hm. Beim Herrn Juri auf der Insel. Okay, das war jetzt ein Hinflug. Ich war jetzt ein Hinflug bei uns im Taxi, oder fliegen Sie wieder zurück? Nicht, da ist mein Auto in vorne. Ah, okay. Wir gehen jetzt Rasenmähen, und dann gehen wir arbeiten. Wir sind Taxifahrer. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Spaß bei Ihren Tätigkeiten. Entschuldigung. Danke. Ja. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen... Ja, wir werden auch einen schönen Abend eventuell später. Tschüss. 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 Dürfen wir jetzt einfach die Runde fahren? Ja, dürfen Sie. Okay, welches Geld müssen wir rausfahren? Am besten fahren Sie einmal nach vorne um das Gebäude, und fahren einmal nach vorne durch das Hauptgeld wieder raus. Okay. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, Herr tätowierter Sheriff. Abbaus. Ja, fahrt ihr mir dann hinterher, oder wie machen wir das? Ich habe mich gerettet. Ich hatte auch keiner gefragt, was du denn in der Hand hast, ne? Nee. Das interessiert Ihnen Scheißweck. Wir hätten fünf Tonnen Koks schmuggeln können. Ja, okay, hier nimm. Schenker sein. Gib her. Ja, wir fahren hinterher. Alles klar. Alles. Halt die Klappe, Tschüss. Danke nochmal. Wir fahren hinterher, hey, okay? Alles klar. Okay. Wir haben das gleiche Auto. Das ist das selbe Auto vom Mörder. Nein, oder? Doch. Der hat auch so ein Tarnmuster. Wir haben auch das Auto gekauft. Das ist ja ein sehr schönes Auto. Aber ohne Tuning, weil wir sind arm. Ja, warte mal ohne. Weil wir haben kein Geld mehr. Nix. Ja. Gut, der ist so tiefe gelegt. Wir haben illegalen Frisch geschmuggelt. Was? Was für ein Schlüssel? Ja. Guck mal, jemand war so nett, hat unsere Tür wieder dran gebaut. So nett. Boah. Ich hatte zwei Heinrichs, das waren meine. Und ne Knappe. Ich hatte vier. Okay. Eins. Guck mal, ob jemand angerufen hat. Hatt ich auch ne Knappe? Ich hatte auch ne Knappe. Der Wilde hat angerufen. Ruf den zurück. Das hier gehörte Pinky. Ja, hallo, wir sind grad gelandet. Ach, warte, ja. Ah, ja, okay. Ach, schon wieder? Ja, aber Twinkie geht nicht gut. Oh, warum, was ist denn passiert? Hat die Reisekrankheit? Wie ne Würmergrippe. Wie ne Würmergrippe. Oh mein Gott, ich hab den Flug nicht gesehen. Was hast du nicht gesehen? Ich hab das Flugzeug gerammt. Das war knapp. Ah, bitte. Pinky ist krank auf der Insel, die hat Gruppe. Oh, Mann. Die darf nicht einreisen. Ach du Scheiße, ja gut. Dann aber wird sich gut um sie gekümmert da drüben, ja? Ja, ich denk schon. Okay, super. Was macht ihr, äh, du, äh, heute noch? Ich bin mit Pinsel und wir fahren jetzt irgendwo hin, weil wir haben einen Gärtnerjob bekommen. Einen Gärtnerjob? Ja, wir sollen uns zum Anwesen kümmern. Vom Herrn Juri. Ah, okay, ja. Ich weiß nur nicht, wo das ist. Ja, ich auch nicht. Oh mein Gott. Wir können uns gleich treffen. Ja, können wir machen. Willi, wir haben was geschmuggelt von der Insel. Ehrlich, was denn? Ein giftigen, ergiebtischen Sonnenbrillenfrosch. Boah, da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr euch... Der heißt Hashish. Wie heißt der? Hashish, sag mal hallo. Hashish. Hashish heißt der? Ja, Hashish, sag mal hallo. Hast du gehört? Der hat hallo gesagt. Der ist so giftig und total illegal. Geil. Oh Gott. Verrat mich bitte nicht. Nein, ich verrate dich nicht. Oh mein Gott, so sind. Hast du jetzt nicht? Ich verrate dich nicht, mein Freund. Okay, dann, du hast mir ein Geheimnis anvertraut, ne? Ja. Ich vertraue dir jetzt auch ein Geheimnis an. Du bist von einem anderen Ufer, ich wusste. Nein. Wieso willst du mit mir mal rummachen? Nein. Ich trinke keinen Alkohol. Ja, ich hatte gestern eine Verabredung. Mit wem? Ja, mit einer jungen Frau und die hat auch bei mir übernachtet. Hat die den Zettel unterschrieben? Was für ein Zettel? Warte, ist grad schwer. Ich muss grad mit dem Knie lenken. Weil ich dann nicht auf die Knie einbinden. Und ich bin am Driften, ne? Was ist, was hat die unterschrieben? Ja, den Zettel, dass die sich mit ihr treffen darf. Oh mein Gott. Seit wann muss man den denn unterschreiben? Ja, wenn jetzt, weil die schon nachts sollen? Ja, 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 natürlich. Die ist, äh, 27, 28. 27. Ach so, und dann betreffend, dann erzähl uns davon. Ja, dann jetzt, ich glaub, ich bin ein bisschen verknallt auch. Oh, was ist mit dem Herrn Newton? Äh, nee, wir haben uns lange nicht mehr gesehen und wir haben uns irgendwie auseinandergelegt und... Gut, ich mag den nämlich nicht. Okay, soll ich den abschießen? Ja, mach Schluss. Wir sprechen uns später, okay? Ich hab gleich Feierabend hier um 10 Uhr. Oh, guck, wie ich jetzt lüfte mit meinem Knie. Déjà-vu! Oh Gott! Bis gleich. Äh, Pinsel ist... Bis gleich. Pinsel. Warte. Hey, Uvi! Hey, Uvi! Ich muss kurz zurückpinseln, weil du... Ja, dann, okay. Hey, Uvi, ich muss kurz zurückpinseln, weil du zur Tankstelle. Der ist verschwindet. Hallo? Hey, Uvi! Hey, Uvi! Hallo? 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 Hey, Uvi! Boah, ich hasse es. Aber mit dem Teamspeak ist alles okay. Sollte-Man, danke schön für den Prime im 16. Und Colonial, danke schön für den WeSup im 46. Monat. Und Blue Mist, vielen lieben Dank für den Prime Sub und herzlich willkommen. Und Sweat Blacks, danke schön für den WeSup im 32. Monat. Und Bear 4, danke schön ebenfalls für den Prime Sub und herzlich willkommen. In der Huhut. Und Meg 07, danke schön für den WeSup im 19. Monat. Und Jo Leute, danke für den WeSup im 5. mit Hukulu. Und Julio, danke für den Prime im 9. Und Puma, danke für den WeSup im 9. Termin noch. Und Nick, danke schön für den Gifte-Zap. Und Headbanger, danke schön für den WeSup im 42. Monat. Und Jack in the Books, danke schön für den WeSup im 25. Hallo, Audea. Und Floxy.de, danke schön für den Prime Sub. Ich komme nicht aus der Abo-Folle. Von wegen. Und Pitpeng, danke schön für den Prime Sub. Und herzlich willkommen in der Huhut. Hallo, Herr Juri. Warum? Warum? Hey, die Klappe hast du nicht. Hallo, hallo. Junge. Weißprobleme. Gestern und heute. Hallo, Herr Juri. Hallo, Herr Juri. Hallo, Herr Juri. Ja, Peanut, was ist? Ich wollte nur gucken mit dem Handy. Ja, okay, funktioniert. Ja, okay, danke. Ja, habt dich lieb. Ich glaube, tschüss. Tschüss. Herr Juri? Na? Warum reden Sie nicht mit mir? Sie freigeln? Was sind Sie? Warum rufen Sie, ich muss Pinsel holen. Ach so, ja, okay. Dann muss ich anstellen. Okay. Wenn wir dann nicht wieder hier warten müssen? Wenn wir nicht was? Warten müssen dann. Ja, das wird bestimmt dann. Wo sind wir hier? Ja, das ist das Anwesen, was ich drehen würde. Was dreht sich hier? Ja, Rasenmähen und von mir aus können Sie dann auch dafür hier wohnen. Hier sollen wir wohnen? Ja. Das können wir doch gar nicht bezahlen. Da wollen Sie locker 100 Dollar Miete. Also, wenn ich hier Rasenmähe, dann gucke, dass wir keine fremden Karren parken können. Von mir ist gratis hier wohnen. Da oben? Ja, von mir ist was da drin. Und wo ist das Rasenmäher? Den müsste ich nachher noch organisieren. Schlaganfall, soll ich abrufen? Wie soll mir wohnen? Ja, von mir aus. Schon wieder umziehen? Ja. Ihr habt auf jeden Fall genug Parkplätze. Ja. Fernsehrufe dann. Ja, wo bist du? Hallo. Warum springst du aus dem Auto? Ich dachte, der Frosch ist aus dem Fernsehersprung, aber war ein Popel vor mir. Ah, ist bei dir. Der Frosch. Ich habe ihn gehört. Wo bist du? Ich komme nicht holen. Ähm... Ja, das ist mein Handy. Parkhaus 3 ungefähr so irgendwo. Okay, ich komme nicht kurz zu. Herr Juri, ich gehe kurz Pinsel abholen. Ja, kein Problem. Aber ich würde das Auto nehmen und fahren, anstatt zu laufen. Ja. Ich nehme das Auto hier. Ja. Bis gleich. Okay. Pinsel. Waschen? Das ist ein Riesenvillal. Und wir sollen da wohnen. Und den Rasenmähen. Und gucken, dass da keiner wohnt. Also, oh mein Gott. Deja Vu. Was war das denn? Was habe ich gemacht? Was zum Teufel war das? Von wo kommt die hier? Warte, ich komme von oben. Oh mein Gott, ist das schnell. Das Riesending da? Das ist ein Riesenvillal. Wo bist du? Da, ich habe dich gesehen. Deja Vu. Oh. Oh, das sind aber laute Pöller. Du bist noch hin. Ich habe dich gerade noch gesehen. Äh, du bist weggefahren. Ich bin an dir vorbei. Hä? Hä? Du standst gerade hier. Äh, komm. Ich bin hier unten. Jetzt fährst du vorbei. Gar nicht. Äh, doch. Oh. Warte. Ich sehe dich nicht. Okay, warte. Ach da. Ich... Deja Vu. Hör auf. Oh nein. Hast du dir wehgetan? Nein. Komm, steh auf. Oh. Steh auf. Mach jetzt nicht diesen Harry-Kick. Geht's dir gut? Ich bin... Muss ich Krankenwagen rufen? Nö, ich kann warten. Was hast du da gerade gesagt? Ja, wie sag ich, ich kann warten. Müsste ich wieder aufstehen? Bist du verunfallt? Ich ruf Kampen auf. Ja, ruf mal Arzt. Oh nein, das wird wieder teuer. Pille. Geht's dir gut? Blut ist ein. Leitständer, dass die Amester kann auch möglich sein. Hallo, ich habe hier eine verletzte Person am Parkhaus. Moment. Oh, gut. Das ist hier Parkhaus 3. Der wurde... Der ist gegen ein Auto gesprungen. Der hat ganz dolle Schmerzen und ist ansprechbar. Mein rechtes Bein. Okay, er ist anspricht. Es tut weh. Sein rechtes Bein tut weh. Okay, das ist das dritte Parkhaus. Okay, gut. Ich schicke da gleich jemanden hin. Dankeschön. Perfekt. Tschüss. Ich mache erste Hilfe. Tschüss. Soll ich das Auto wegfahren? Nur ein Stück. Okay. Richtes Bein aus. Ich fahre es weg. Oh, was war denn das für ein Huckel? Oh, mein Bein. Ja, das ist tot. Das wird schon schwarz. Denn du drehst kein Liebe. Guck mal, Haschi. Guck mal, Haschi. Es kommt nicht an. Ich muss... Mein... So singen du sie aus, Haschi. Ich muss Herr Juri anrufen. Ja. Und wann das für Move? Geht nicht an. Was denn? Was hast du versucht? Dafür, wenn du mir vor der Karre springst. Bleib doch einfach da. Am Straßenrand, wo hier hingehört, die Zivilisten. Wenn ich hier meine Dürftpommes mache. Aber hier ist schon ein Zebrastreifen. Das ist kein Zebrastreifen. Aui. Ein kranker Mann kommt. Soll ich deinen Fuß wieder beleben? Ach. Wie denn? Ah, nun hast du noch ein Klebeband? Nee, hast du alles dem Herrn Juri gegeben. Leg ich mich in die stabile Seinlage, oder wie das heißt. Ich halte einfach den Mund für. Halt die Klappe. Aber du... Halt die Klappe. Halt die Klappe. Dein Kopf ist wie eine Wassermelone. Was? Immer wenn ich drücke, wird dir so dick. Lebst du noch? Nee. Ungefähr... Ja, wie geht's? Wie geht's? Was? Äh, hallo? Bist du tot? Ähm... Davon ist schon ein bisschen im Gehirn, ne? Ich glaube, du bist tot. Okay. Ich bin... Ich bin kein Geist. Warum springst du mit vor dem Auto? Ha. Nein, du hast gesagt, du siehst mich, ne? Ja, ich hab dich auch nicht gesehen. Aber ich hab gesagt... Du mit vor dem Auto gesprungen bist. Ja. Normalerweise reiß ich so Frauen auf. Was mit dem Auto? Nee, ich spring einfach aus der Hecke. Oh. Kein Scherz. Nein, das ist nicht lustig. Was? Komm, steh auf. Ja. Warte jetzt auf einen Doktor. Steh auf. Wie kann das passieren? Ja. Seh dich nicht, ich seh dich nicht. Ich leuchte, ich hab ne... Hab doch extra meine Müllklamotten. Ich hab dich nicht gesehen. Und dann war's so spät. Auto so, du so, ich so, Unfall. Okay, sure. Ich glaub, dein Fuß ist gebrochen. Oh, bitte nicht. Der ist auch so geknickt wie dein Finger. Jetzt bald brauchst du nur ne Augenklappe. Du kannst auf See gehen. Und Fische fangen. Ja. Dann geh ich auf die Jagd. Hast du keinen Schmerzen? Oh, bitte ich. Hast du keinen Auer? Nur das Bein. Eigentlich hört man das, wenn man jemand Auer hat, ne? Du liegst hier aber so, als wärst du im Ohrlob. In Transsilvanien. Das ist ja eigentlich ganz entspannt hier unten. Ja? Naja. Polizei! Wie immer. Oh, die von einem Verwalter. Muss ich erste Hilfe machen an deinem Fuß? Nein. Du brichst ihn. Da ist ein Fahrrad. Geh kurz auf. Guck mal auf Schluss. Kannst du die Koffereine mitschecken? Nein. Hier stehen Autos. Ich bin kein Dieb. Scheißfahrrad. Abgeschlossen. Hey, beweg dich ja nicht. Bleib ruhig liegen. Jedes Mal das Gleiche mit den Pinseln. Oh. B-Brivet? Hey, Juri, wir sind da in einer Garage. Der Pinsel ist von meinem Auto gesprungen. Es kommt in Krankenwagen. Ja, ich wollte dich gerade anrufen. Ich war gerade auf dem Weg hier runter an den Tankstil gucken, ob alles in Ordnung ist. Nein, hier ist nichts in Ordnung. Herr Krankenwagen hier, Hilfe. Kommen Sie her? Ja, kommt der schon im Krankenwagen. Ja, der ist gerade angekommen. Ja, dann kümmere dich erst mal um Pinsel und dann machen wir das später oder morgen. Was passiert? Das ist ja auch kein Problem. Ich muss gleich nur mal an. Das ist ja. Das ist mir ein Komet, das mir aufbein scheppelt. Ich bin mit dem Auto hier vorbeigefahren, hab Pinsel nicht gesehen und er ist mir voll fürs Auto geräumt. Okay. Ja. Habt ihr neue Capis? Nö. Die haben wir eh schon eine Zeit lang, aber wie gesagt... Bichser. Jeder mag die nicht aufsetzen. Um das geht's. Also manche wollen die nicht. Die wollen lieber ihre Haare zeigen. Ach, ihre blauen und rosa Haare? Ja. Geht's dir gut, Pinsel? Äh. Kannst du gleich mal dein Finger untersuchen? Oberschenkel rechts. Oberschenkel haben wir was. Und was haben wir noch? Körper haben wir auch noch. Sie stehen mit dem Fuß auf seiner Hand. Tut das nicht weh? Nee. Kannst du nicht. Das ist eine Ansichtssache. Ach so. Ja, die Ansichtssache, die kenne ich. Ja. Ja. Das kenne ich. Meine Ansichtssache ist gerade sehr beschränkt. So. Gut. Das heißt, wir werden versuchen... Wie... Haben's Taubheitsgefühle? Arme Beine? Ihr Schmerzlevel? Wo befinden wir uns da? Wie ist dein Schmerzlevel? Wie ist dein Schmerzlevel? Ja, mit wem sonst? Was hast du gesagt? Wo ist dein Schmerzlevel? Wie ist dein Schmerzlevel? 10. 10 ist fürchterlich. Ach so. Und 7. 10 ist das absolute Höchste an Schmerzen. Und von 1 bis 10 geht die Skala. Wo befinden wir uns? Ähm... 6. Okay. Ach, der lügt. Ja, 7. Ja. Der hat nicht einmal Aua gesagt. Nee, weil dann gehen wir da gleich einen Zugang mit einem Schmerzmittel. Okay, nee, Bade, so doll tut mir jetzt doch nicht weh. Bevor du mir eine Spritze reinfällst, ich bin kein Junkie, Mann. Ja, das ist jetzt nichts mit Junkies tun. Ich will ja nicht. Ich schau mal, dass ich dich so weit aufhabe. Ja, es ist so, ich muss dich, glaube ich, mitnehmen und ins MRT reinstecken, weil solche Verletzungen, da ist besser, man guckt wirklich nach, ob nicht irgendwas passiert ist. Weil nicht, dass du dann quasi schlafen gehst und wachst nicht mehr auf wegen einer Einblutung im Gehirn. Ja, okay. Also wir haben an und für sich Rötungen am ganzen Körper. 41 Rötungen? Einmal noch bitte hinlegen. Das sind die Mückenstecher. Nee, nee, nicht. Einige Rötungen am ganzen Körper. Betroffen ist der rechte Oberschenkel, Oberkörper haben wir was. Dann rechter Arm. Und, wie gesagt, schreibst du das alles rein, Kollege? Alles gut. Sehr gut. Dann lass du dir noch einen Namen geben. Nimmst ihn bitte auf die LS-Triagekarte. Ich hole inzwischen Vakuum-Matratze und Stiffneck. Das heißt, wir packen ihn jetzt gleich ein wie ein Hotdog. Und dann bringen wir ihn ins Buildbox. Der Herr ist in der Lage, mir einen Ausweis zu geben. Oder soll ich mir den einmal aus Ihrer Tasche rausholen? Das ist Pinsel, Hopps. Ja. Ronny, ich habe Hausverbot. Immer. Der bin ich. Sie haben Hausverbot? Ja. Das zählt in dem Fall nicht. Das ist aber jetzt in dem Fall... Nein. Das weiß ich. Aber ich brauche keinen Ausweis zu zeigen. Ihr wisst genau, wer ich bin. Ja, Ronny weiß ich. Ja, servus. Grüß dich. Grüß dich. Und der Nachname, den habe ich leider gewusst. Ah, Wupps. Ah, okay. So. H-O-P-S oder was? Nee. Ja, Hubs. H-O-B-B-S. Perfekt. So. Pass auf. Ich lege jetzt einen Stiffneck an. Ist er jetzt tot? Nein. Er tut nur so. So. Ich lege ihm jetzt einen Stiffneck an. Nein, nein. Er ist so weit stabil. Du hast schon ein Schindling. Nee, das passt schon. Du liegst so gut. Ich lege da jetzt eine Halskrause an, damit du quasi da jetzt stabilisiert bist vom Kopf her. So, das legen wir da schön. Wer ist? Ist ein Frosch gerade vorbeigehört? Ich habe nichts gehört. Okay. Ich habe unseren Bauch. Alter, ich meine. Mein Bauch. Mein Bauch. So. Halskrause ist dran. Dann Vakuummatratze liegt. Kollege, ziehst du mit. Dann ziehen wir ihn rüber auf die Matratze. Ich kann ihn auch über die Schulter tragen. Nee, das ist ja das Gefährliche. Wir müssen ihn ja jetzt stabilisiert tragen, weil es könnte ja sein, dass an der Wirbelsäule was passiert ist, aufgrund dessen, dass er ins Auto reingepurzelt ist. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Nein, der hat nicht ins Auto gemacht. Der ist davor gesprungen. Ja, ich weiß ja. Aber jetzt könnte was an den Wirbeln verletzt sein und deshalb packen wir ihn ja in Vakuummatratze. Vakuummatratze, ich kriege ja voll Programm. Das wird teuer. Das wird nicht mehr kosten, wie wenn wir sie ganz normal weg transportieren. Das ist, wie gesagt, das ist einfach nur damit jetzt nichts weiteres passiert beim Transport. So, da werden wir noch ein bisschen die Luft absaugen, damit sich das noch mehr anpackt kann. Aber ich brauche dich zum Atmen. An der Matratze. Achso. Du kriegst jetzt einen Daffwilderanzug. Ohne Witz. Ja, jetzt bist du quasi eingepackt wie ein Hotdog. Aber was sind die denn für ein Arzt? Ich habe schon Leute gesehen, die haben Schusswunden gehabt, die haben nur ein Pflaster bekommen. Das sind ja alles Hochstapler dann, wenn sie den richtigen Job machen. Ich kenne auch Leute, die springen vom Helikopter raus und klatschen so oder putzen sich ein bisschen ab, klatschen sich den Staub von den Klamotten und laufen weiter. Also ich habe hier schon einiges gesehen. Es gibt hier Ironmans. Es gibt hier wirklich Ironmans. Beim Crash-Debby sind wir jetzt schon im Lkw geflogen und von der Mauer runter. Die sind einfach weitergelaufen. Ja, das ist wie gesagt, nee, das ist... Die sind aber in super Art. Herr Doktor, merkt ihr eine Sache? Ja, bitteschön. Ich habe mich gut abgerollt. Ja, trotzdem. Jetzt sind wir sie stabilisiert und jetzt bringen wir sie in RTW und dann... Das stimmt so nicht, der ist umgefallen wie ein Sack mit Reis. Ja. Das war gepumstig. Der war auch ein paar Minuten, weil der ohnmächtig. Das stimmt nicht. Oh, doch. So weit haben wir alles. Kannst du mich rollen in dem Vakuum-Tonner? Nein. Deine Vakuum-Matratze. Das ist sowieso, musst du dir vorstellen, das ist ein Schlauchboot. Er stellt mich rein und dann saugt sich das an deinen Körper an. Oh, er saugt an dir, Pimpe. Du bist jetzt quasi eingepackt und es kann nichts mehr passieren. Also wir könnten dich jetzt quasi auch... Die liegen lassen. Das macht man nicht, aber wir könnten dich auch ein bisschen fallen lassen und du bist trotzdem stabilisiert, aber wir machen es trotzdem nicht mit. Wir tragen sich jetzt ganz vorsichtig rüber zum Öffn. Warum kann sowas dann nicht falsch im Springer? Dann kann ja gar nichts passieren. Naja, sagen wir so. Bei der Höhe ist das dann ein anderes Thema. Da wird die Vakuum-Matratze... Und nicht so ein Hochschlagplatz. Jetzt gibt's Vollservice. Ja, stimmt. Gib mir deine Nummer. Ja. Mach mal dann nachher. Und zeig dir auch mal deinen krummen Finger. Das kann ich auch mal... Wir kommen nämlich gerade aus dem Urlaub. Wir waren auf der Insel. Ja. Caso de la Plaza oder so heißt die. Aber wir könnten nachher im Billbox weiterquatschen, nur ich würde ihn jetzt schon gerne ins MRT bringen. Aber, Sir, eine Sache. Bevor du mich jetzt damit schläfst mit dem Ding. Ich hab offene Rechnungen. Ich bezahl die nicht. Ich bezahl nur die hier. Es ist egal. Es geht jetzt einfach nur mal drum, dass du wieder... Ja, aber die, die, die... Scheiß auf die Rechnungen im Moment. Es geht gerade um dein Leben, Junge. Es geht um was anderes. Es geht darum, dass wir dich hier wegbringen, anständig versorgen und dass wir hier, wie gesagt, wir wollen, dass du wieder laufen kannst und dass das wieder alles passt und das machen wir jetzt. Und gegen die Schmerzen gebe ich dann noch an... Der ist ja richtig am Haarwand. Ja. Wegen dem Ding. Gegen die Schmerzen lege ich dir jetzt auch noch schnell was an. Vorsicht, es piekst jetzt gleich. So. Und jetzt lege ich dann noch einen Zugang mit einer Lösung und Novamin ist drinnen. Das heißt, der Schmerzlevel geht gleich runter. So, das hängen wir da ran. So, Kollege, dann schnappen wir ihn bei drei. Haben Sie da noch einen Granataufwand tätowiert? Ja, ich war Militärarzt. Ich war Militärsanitäter. Ich habe, sagen wir so, bei jedem Einsatz habe ich mir quasi was Neues tätowieren lassen. Ich war sehr viel im Ausland unterwegs und ja, ich war Militärsanitäter. Da habe ich mit Ärger die Sachen zu tun gehabt. Sie sind sehr gut in Ihrem Job. Dankeschön. Jetzt nehmen Sie mit den Tue Scher. Jetzt nehmen wir mit bei drei, schnappen wir ihn. Eins, zwei, drei. Und auf. Äh. Perfekt. Und jetzt vorsichtig über die Tür. So, weil ich im Krankenhaus fahre die Pillbox? Wir fahre die Pillbox, ja. Unten, ne? Ja, weil wir haben geordert dann immer die. Ich komme nun später, bin sie rein. Oh, nein. Wann fangen die los? Ist doch voll lustig. Immer passiert irgendeine Dummheit, Alter. Chat, hallo? Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, jetzt. Mein Chat war kaputt. Huckeloof. Tschönen. Nee, da schlagt die ganze Zeit Connecting zu Chat. Das meinte ich damit. Weiß nicht, ob Portcrash-Telbys sind wohl nicht angerufen. Weiß nicht, ob Portcrash-Telbys sind wohl nicht immer wieder gerät. Ja. Pinsel ist im Krankenhaus. Was hat der denn gemacht? Ganz schwerer Autounfall. Ach du Scheiße, ich komm gleich, ja? Der schwimmt in Lebensgefahr. Ach du Scheiße, ich komm gleich, ja? Der wurde in so einen Sack eingepackt. Ja, bis gleich. Bis gleich. Tschö. Bis gleich. Ja, Chad ist auch hier. Sehr ruhig, aber ist gut. Kein Meter, kein Backseat, kein Mägen. Keine MP-Polizei, außer ich. Schreibt loben. Tänkepäckchen vor euch. Heute sogar gratis. Was hast du bezahlt, Teddy? Wunderschönen guten Abend. Hallo, ich will zu meinem Freund Pinsel. Ach so, ja, können Sie bis zum Bett, können Sie mit, aber ab der Tür nicht mehr. Okay. Kommt der durch? Ja, ja, das wird schon wieder. Er liegt jetzt auf Vakuum-Matratze mit Stiffneck an und wie gesagt, einfach MRT gucken, schauen, was wirklich, ihr wisst ja selbst genau, was zu tun ist. Und er hat einen, wie gesagt, Novamin-Lösung habe ich ihm gegeben gegen die Schmerzen. Okay. Wie schaut es mit den Vitalwerte aus, Kollege? Du hast es hinten geprüft noch. Wir waren alles stabil, ja. Okay. Er ist auch ansprechbar und wie gesagt, aber... In der Sicherheit haben wir ihn quasi hier so stabilisiert hergebracht. Ich werde ihn da immer durchleuchten und gucken, ob was da passiert ist. Perfekt. Sollen wir dir noch helfen beim Reintragen? Ja. Bäre nicht. Gut. Dann schnappen wir ihn. Ich war der Pinsel. Ich bin ein Gegenstand. Ist gleich. Ist gleich. Warum hast du Angst? Warte nicht. Ich rufe dich an. Doch, ich warte. Wie heißt der andere? Max. Genau. Max fährt auch aufs Wort. Mhm. Ja, der ist auch cool. Max ist der absolut coole Hund. Ja. Genau. Ja, ja, gut. Aber das müsste ich klären, ja. Ich behalte dich mal im Hinterkopf. Ich muss allerdings gucken, wann ich dazu Zeit finde. Und ich muss eben, wie gesagt, den Hundebesitzer kontaktieren. Und ich muss gucken, dass der Hund auch da ist, damit er mitkriegt, wann wir den Termin haben wollen. Gut. Perfekt. Jo, bitteschön. Ja, ciao. Ja, ciao. Hi. 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 daher, er wird jetzt schon, er liegt jetzt schon im MRT, jetzt wird das alles angeguckt, ob er irgendwelche Einblutungen, ob die irgendwas sehen und er ist jetzt in guten Händen, wird dann wahrscheinlich nachher noch gedrängt, es wird alles durchgecheckt bei ihm, damit nicht irgendwas ist und ja, ich kann es nicht sagen, wie lange es dauert, aber wie gesagt, er ist schon in Behandlung. Brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ja, bitte gerne. Dann wünsche ich Ihnen noch was. Schönen Abend. Schönen Abend noch. Was ist denn mein Freundin? Schwierige Sache. Herr Doktorin? Ja, bitte. Haben Sie auch einen Tierarzt im Haus? Äh, aktuell nicht, nein. Nein? Also wir haben einen Tierarzt, aber aktuell ist keiner im Dienst. Okay. Ist die Frau nicht ein Tierarzt da vorne? Bitte? Die Frau da vorne ist kein Tierärztin? Nein, das ist eine Psychologin. Das ist eine Psychologin? Dann hab ich ja fünf. Okay, danke. Um was geht's denn? Ich hab einen kleinen Frosch, der ist verletzt. Der hat ein blaues Auge. Ein was verletzt? Wollen Sie den sehen? Ein Frosch. Mein Frosch. Der heißt Haschisch. Frau, wo holen Sie den denn da gerade raus? Ja, gucken Sie. Das ist mein Frosch. Ja, hallo. Der hat ein blaues Auge. Ja. Gibt's da eine Creme für? Bitte was? Ey, wieso hat der denn ein blaues Auge? Der wird verklopft vom Pinsel beim Fang. Ja, nee. Da können wir nichts machen. Tatsächlich sind wir keine Tierarztin. Dann müssen Sie vielleicht mal im Laufe des Abends oder am Morgen nochmal versuchen, in der Tierarztpraxis anzurufen. Okay, dann tue ich den wieder im Käfig rein. Genau. Okay, dankeschön. Kein Problem. Schönen Abend noch. Tschüss. Ich wollte nicht weggehen. Ja, trotzdem wünsche ich. Ich war doch mein Freund Pinsel. Ja, das wird noch ein paar Minuten dauern. Okay. 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 Vielen Dank. Ich bin auf der Suche nach dem Tierarzt. Nach dem Tierarzt? Ja. Man hat mir gesagt, ich soll hierhin gehen. Ist der gerade hier unten, oder was? Weiß nicht. Man hat gesagt, er war gerade hier. Warum wollen Sie denn zum Tierarzt? Wegen meinem Frosch-Rashish. Was ist das? Mein Frosch. Ach, Frosch? Ja, Frosch. Der hat ein blaues Auge. So, Herr Böhne. Böhne. Ich kann es sich nur noch einen Sturm machen, bis das EMAT-frei ist. Solange der Schmerz würde noch wirkt, bin ich zufrieden. Sind Sie Tierarzt? Negativ. Ich bin nur Praktikant. Ich bin nicht voll. Hat kein Tierarzt im Dienst. Okay, dann gehe ich wieder eine Pfohle. Okay. Danke. Bitte. Jogi, warte, da kommt er ins Krankenhaus. Ein Frosch. Ich finde das so dumm, aber lustig. Wollen Sie doch mal den Frosch, den Herrn mit der Käffi zeigen? Sind Sie Tierarzt? Ja, mein Kollege hier ist Tierarzt, ja. Ja. Moment. Jetzt auf, um zu meckern, Aschisch. Hallo. Hallo. Da. Mille. Ach, du Scheiße. Der ist ja ganz braun. Nein, der ist nicht braun. Mille. 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 Der ist nicht, ich tue den hinten in die Tasche rein. Der ist aber klein noch. Guck, ja, das ist ein ägyptischer Sonnenbrillenfusch. Den habe ich von mir nicht fertig gebracht. Der giftig? Ja. Ja, komm her, du. Der war giftig. Die sind ja nur drei Sekunden lang giftig, dann haben die kein Gift mehr. Du könntest mir was gelusten. Für wie lange? Für nie wieder. Sicher? Ich kann nur einmal Gift absäunen, ja. Ich kenne mich aus. Ich kenne mich aus, damit ich habe Furchtkunde studiert. Furchtkunde? Ja. Haben Sie ein Studium da drin? Wieso, Aschisch stimmt so. Der ist mein Freund. Wie lange kennst du ihn schon? Seit drei Stunden. Seit drei Stunden? Ja, ich bin gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Da habe ich den mitgenommen von. Aber pass auf, dass du dich nicht hinsetzt, wenn du den noch in der Arschasche hast. Nur, da passiert nichts. Sicher? Na klar, ich saß drei Stunden im Flugzeug. Und der war die ganze Zeit hinten in meiner Tasche. Ach du Scheiße, der ist aber süß. Aber der hat ein blaues Auge vom Kämpfen. Junge, schrei nicht so. Wir schreiten hier. Hallo, habe ich geschrien? War ich das? Nein, mich sieht er hinten. Alles in Ordnung. Okay. Okay. Ein blaues Auge. Ja. Weil der Pinsel hat den Fabclub beim Fangen. Wann? Der Pinsel? Ja, Pinsel. Das ist mein bestester Freund. Der ist gerade hier in Behandlung. Warum schlägt der Frösche? Ja, man muss den... Beim Fangen muss man sich mit dem Prügeln, ne? Sonst lässt er sich nicht fangen. Okay. Ich habe eine ganz einfache Methode. Ja. Hast du Kühlpacks zu Hause? Nee. Aber Wasser heißt. Nicht. Weißer Eis. Ja. Okay. Pass da auf, wenn du das an deinem Auge hältst. Das muss gekühlt werden, auf jeden Fall. Weil das ist... Du siehst du... Ich soll sein Auge kühlen. Genau. Der hat ja... Guck mal, wie du siehst, dass er... Dann sprich ich ihm ein Ice-Pray ein. Nein, 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 nein. Nicht Ice-Pray. Nein, ein Ice-Pray. Nein, ein Ice-Pray. Nichtsmal gekühlt werden. Ja, aber der... Das Ice-Pray hat so einen Umfang, dass... Damit kältest du den ganzen Frosch. Ach, deshalb ist mein... Deshalb ist mein Hamster gestorben. Wait, what? Ich hatte einen Hamster. Ja. Wo haben sie den Hof bewahrt? In der Gefriertur. Richtig. Ich hatte keinen Käfig. Okay. Die haben ihren Hamster an der Gefriertruhe aufbewahrt. Ja, irgendwo muss der schlafen. Ich hatte keinen Käfig. Kryoschlaf. Also dann hätte ich das eher mit dem Frosch gemacht, als mit dem Hamster. Auch nicht. Was ist los mit euch? Warum? Machen das Frösche nicht im Winter so Wintersteil oder so? Ich hätte einfach einen Schuhkarton genommen. Schuhkarton? Ich bring dich mal gleich in die Tasche runter, dann kannst du mal da schlafen. Da schlafe ich jeden Tag. Ja, sieh man. Was ist denn jetzt mit meinem Fronterschicht? Auf jeden Fall irgendwas kleines zum Kühlen. Auf jeden Fall sein Auge legen. Nicht zu dran. Sonst kann es, äh, sagen wir es zu Gefrierbrand kommen. Dann hat dein Frosch kein Auge mehr. Heißt also nicht zu lange dran halten. Ja, aber ich glaub, dein kleiner Kumpel will auf jeden Fall beide Augen noch haben. Aber guck mal, wie süß der ist. Ja, aber süße, süße kleine Tiere müssen auch gepflegt werden und heißt nicht das Auge abklimmen. Nicht abklimmen. Mit Eis. Dann geb ich dem Wasser Eis. Und was, wenn ich das nicht mag? Nur ans Auge halten. Er soll's ja nicht essen. Okay. Haschisch, was sagst du dazu? Okay, der ist damit einverstanden. Okay. Mach doch einen Vertrag fertig, damit ihr weiter unterschreiben könnt. Dann könnt ihr das gerne machen. Der kann aber nicht schreiben. Einfach Pfotenabdruck. Der hat keinen Pfoten. Oder Tatze. Der hat doch keine Tatze. Was bist denn du für ein Tierarzt? Du bist ja ein Hochstabler. Ich bin kein vollständiger Tierarzt. Ich bin ein angehender Tierarzt. Ach so. Ja. Das ist der feine kleine Unterschied. Auf jeden Fall sein Patschähnchen einmal aufs Papier. Willst du meinen Frös schlicken? Nein. Das ist aber schön. Nein. Das ist nicht schön. Der ist die Welt schöner. Sag mir nicht, du... Moment. Wie sah der Frösche nochmal genau aus? Der ist bunt. Frag nicht. Den hab ich aus dem Urlaub mitgebracht. Ich war auf der Insel Caso de la Playa. Beim Herrn Juri. Und du hast einfach den Frosch gesehen und dachtest, ich nehm den jetzt mit. Ja. Die Polizei hat am Flughafen noch danach gesucht, aber ich hab ihn versteckt. In der Hosentasche. Ja. Und die haben nicht gecheckt, dass der da drin ist. Nein. Die haben nicht geguckt. Das ist schlecht. Nur in meine Schuhe haben die geguckt. Muss ich fragen? Nee. Okay. Also tue ich den Eis an seinem Auge. Ganz kurz. Nicht zu lang. Sonst hat der junge Mann, oder... Ist das ein Herr oder sie? Boah, weiß nicht. Muss ich nur mal rausholen. Woran erkennt man das? Naja, das erkennst du ganz gut. Moment. Wollen wir mal raus? Da. Da. Das ist ein... Hat er einen Schneeby? Das ist ein Mädchen. Ah. Aber der hat jetzt schon einen männlichen Namen. Ähm, ja. Was machen wir jetzt? Umwenden. Der heißt einfach Raschisch. Ja, okay. Das ist ein Mädchen, oder? Ja, das ist korrekt. Und wie krieg ich Kaukwapp aus der raus? Was raus? Einen Kaukwapp? Ich will Frösche züchten. Dann musst du in so ein Brüchlein angucken. Ich weiß es jetzt gerade selbst nicht. In ein Buch? Ja, es gibt auch so... Also soll den Fröschen ein Buch tun? Nein. Nicht der Frösch. Du guckst in so ein Brüchlein. Ein Buch angucken und lesen. Okay. Lesen, nicht Frösche einstecken. Und du auch nicht. Und dann wird der Frösche schwanger. Nein, dann liest du, wie Frösche schwanger werden, und dann kannst du das gerne tun. Ja, mit künstlicher Befruchtung. Oder holst du einen zweiten. Ja, gut. Da muss ich wieder im Urlaub fliegen. Das ist eine Möglichkeit, ja. Nee. Mein Haschisch ist lieber gern alleine. Er ist ja nicht alleine, der, der dich. Aber ich bin kein Frösch. Nee, aber du bist dein bester Freund. Nee, Pinsel ist mein bester Freund. Haschisch nicht dein bester Freund? Nee, nur mein Secondary Assistant Chief. Ach du Scheiße. Wer ist dein erstbester Freund? Pinsel. Wer? Aber sagt das nicht meiner Frau. Pinsel. Wer ist Pinsel? Ronny Hobbs. Okay. Und warum soll mir das deiner Frau nicht sagen? Weil die, ich darf kein Haus haben. Wie willst du es dann verstecken? In meiner Hosentasche. Wenn du schlafen gehst und er raushüpft? Und auf ihr herumhüpft? Nein, keine Gefriertur. Nein. Aber der eine hat gesagt, die machen Windischlaf. Nein. Nein, 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 nein. Dann im Backofen. Nein. Wer macht das denn sonst? Wer macht das denn sonst? Aquarium. Hab ich keins. Bin doch nicht Monte. Äh, ich meine Terra. Was denn jetzt? Aquarium mit Terrarium? Terrarium. Aquarium ist zu viel Wasser drin. Ja. Boah, ich bin voll komplett überfordert. John McGee, mein Name. Einfach eine Box kaufen, wo drumherum ein Glas ist und wo ein Deckel ist. Wo krieg ich so eine Box? Beim Baumarkt. Sicher? Ja. Und was ist denn nicht? Kriegst du? Also eine Box kann. Die haben ja auch eine Abteilung für Frösche zum Beispiel. Die können dich auch gerne da beraten. Im Baumarkt? Ja, die haben da auch eine Abteilung, wo Tiere sind sogar. Okay, dann werde ich gleich so nachfragen. Kannst du gerne tun. Was spielt ist denn das? Boah. Das ist gleich schon halb elf. Ja, guck zu, dass dein bester Kumpel was zu essen bekommt. Was essen Frösche? Fliegen. Kleine Tiere. Kleine Tiere? Mhm. Nein, kein Hamster. Schade, den hätte ich nämlich noch in der Gefriertruhe. Nein. Du kannst den Hamster, äh, ihn ans Auge tun, der ist ja dann kühl. Ja, nicht, dass er sich noch erschreckt dann, ne? Das wäre schlecht. Dann lieber doch ein Soft-Eis. Aber ich habe keine Fliegen. Äh. Ich gebe dem Kuchen. Nein, kein Kuchen. Warum nicht? Kein Kuchen. Kuchen ist nicht gesund für Frösche. Ein Schokoriegel? Nein. Pizza? Nein. Hamburger? Nein. Milchshake? Nein. Und nicht die Gurken vom Burger. Nein, auch nicht. Und Chikinagis? Nein. Sonst habe ich aber nichts. Aber mir dürfen sie das alles geben. Dann, äh, guck einfach wegen kleinen Tierchen irgendwo im Gras. Da sind überall kleine Tierchen meistens. Nein, ich rauche keine Drogen. Nee, ähm, krass, draußen. Auf der Wiese. Ach so. Ja. Da sind überall kleine Tierchen. Nimm eine Taschenlampe und, äh... Danke sehr. Was denn? Ich habe nur was runtergeschluckt. Ach so, das hat sich so angehört, als ob sie mich eingenießt hätten. Nee, nee. Also. Also, nehmen sie eine Taschenlampe und gehen sie auf die hat. Könnten sie so theoretisch ja so wieder tun, ja. Wenn, äh, kommt drauf an, ob der es frisst. Hm, was denn das nicht ist? Dann müssen sie eine Kellerassel oder so holen. Ich habe aber keinen Keller. Eine Kellerassel? Das sind so kleine Tierchen, die, naja, so kleine graue Nägel, so wie die aussehen. Kleine graue Nägel? Findet man auch öfters unter Steinen. Ja. Unter Steinen. Das ist voll viel Aufwand für einen kleinen Freund. Ja. Ja. Nennt man auch Verantwortung. Die Haustiere sind immer mit viel Aufwand verbunden. Ich habe Verantwortung, so zu sein. Echt? Inwiefern denn? Weiß nicht. Okay. Schade. Bist du sicher, dass der kein Kuchen ist? Nein, der ist kein Kuchen. Ich probiere das nicht. Ich hab den noch jemand noch. Nein. Das probieren wir nicht. Doch. Nein. Ich bin 99. Eingereuchtes Kino. Ja, Pina. Essen frische Kuchen? Du sollst jetzt arbeiten. Äh. Okay. Welche? Kommt auf den Froschern. Ja, 99. Siehst du? Frösche essen keinen Kuchen. Hast du das denn schon mal gesehen? Ich weiß es. Ja, woher? Bin die Arzt. Der Pepe isst auch Kuchen. Der raucht doch so weiter. Bist du noch im Tierarzt-Sachen machen oder bist du damit fertig? Was? Hast du den Frosch jetzt verhandelt oder bist du damit dabei? Achso, der Frosch, Pepe. Hab ich verhandelt. Gut, dann trage ich dich jetzt ganz normal an. Achso, ich dachte, der heißt Pepe, der Tierarzt. Und dann darfst du dir einmal von dem Tierarzt-Sachen. Wird man ein Tierarzt, Pina? Entweder die 96 oder die 97 krallen. Indem man sich in Bücher rein tut. Okay, danke, Herr Doktor. Willi, wir müssen Kuchen besuchen. Der Frosch hat Hunger. Äh, oh, ich hab einen sogar dabei. Ich bin weg. Guck mal hier. Ja? Guck mal her, hat einen leckeren Früchtekuchen. Oh, der Freund. Oh, oh. Hallo. Hallo, kleiner Freund. Hallo, Haschisch. Da. Salam Aleikum. Oh. Oh, der ist aber, oh, der ist aber hübsch. Jetzt soll ich deinen Rücken lecken. Nee, dann will ich nachher high. Nachher fangst du noch was mit der Jutta an. Gottes Willen. Da schnell wieder in sein Käfig. Guck mal hier. Der hat jetzt keinen Hunger. Also, der hat den Alter für den. Gott. Pinsel ist auf Intensivstation. Was ist denn passiert? Der wurde angefangen. Ja, von im Auto oder? Von im Auto. Okay, der war zu Fuß unterwegs. Nee, ich hab den angefangen. Was? Aus Versehen. Ich hab gedriftet. Okay. Und der ist mir vor's Auto gesprungen. Ja, das ist schlecht. Dann ist der so hochgeflogen. Ja. Weißt du? Super doll schwer. Okay. Der, der, der Michael sagte gerade, die geht. Der ist nicht so schlimm. Die haben den so einen Anzug gepackt. Äh? Was für einen Anzug? Und mit Luft aufgeblasen. Achso, du meinst du so? Er hat ihn wakonomisiert. Ja, ja, damit da nichts passiert beim Transport. Ich weiß. Da hab ich auch schon mal drauf gelegt. Der Arzt meinte, der wird vielleicht nicht durchkommen. Ach, Quatsch. Sag doch sowas nicht. Was hat der Arzt gesagt? Der Arzt ist ein Arschlocharzt. Ja. Unkraut vergeht nicht. Der kommt wieder auf die Beine. Beim Urlaub war es so schön. Ja. Aber Trinky muss da bleiben. Nichts krank. Ja, du hast gesagt, die hat eine Wurminfektion? Ja. Ja, was hat die denn gegessen? Aus ihren Ohren kam Morden. Och. Und aus der Nase. Das ist schlecht, ne? Das ist ein Pollock. Oh. Eine ganz dicke. Eine braune? Nee. So eine klebrige Gelbe. Boah, hör doch auf, ey. Wir haben die Martina getauscht. Martina. In drei Stunden gebrucht, um die zu fangen. Die hat sich dann hinterm Laminat versteckt an der Wand. Stimmt nicht mit dir. Ja, wirklich so. Ja, ja, es klingt nur so verrückt. Unglaubwürdig, ne? Ja, verrückt klingt das. Habe ich mir auch gedacht, als ich mir das ausgedacht habe. Ja. Ja, aber die ist wirklich krank. Ja, die Arme. Die hat Fieber. Die darf nicht einreißen. Okay. Scheiße. Nein, nein, nein. Kennst du schon? Bestimmt tot. Nein. Warum bist du hier? Ich bin alleine hier. Dieser Opa war doch bei dir. Ja, der Gunther ist da. Ja, der war schon hier. Der. Der. Willst du mal zu dem Gunther gehen? Ist der cool? Ja, der ist eigentlich cool, aber der. Es gibt eine Sache, da wird dem ganz schlecht. Was denn? Der Frosch kommt nicht in die Tiefgetruhe. Okay. Wenn du zu dem gehst, stell dich mal hinter den Gunther. Tu so, als würdest du was essen. Und dann sagst du, oh Gott, was ist da denn drin gewesen? Oh, mir wird schlecht. Und dann tust du mal einmal ganz kurz würgen. Und dann hörst du mal hin, wie der reagiert. Komm, du machst das. Nee, der kennt das schon bei mir. Dann krieg ich wieder Ärger. Dich kennt der ja nicht. Ich stelle mich vor den Quatsch mit dem. Ist das deine Freundin da vorne? Ja. Nee, das ist dem Gunther seine Verlobte. Das ist die mal. Nee. Doch, ich habe mir auch gefragt. Irgendetwas stimmt da nicht. Komm, ich geh mal hin. Jetzt mach. Oh Mann. Kennt ihr schon den Peanut? Gunther, willst du meinen Frosch sehen? Was ist der Frosch? Ja, ich habe den Frosch aus dem Urlaub mitgebracht. Äh, zeig mal. Oh, ist das aber ein... Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Da war der Knallfrosch. Oh, nee, warte. Was, holst du denn da? Da, guck mal. Willst du dann seinen Rücken lecken? Dann wirst du high. Ähm. Warum hat der braune Punkte drauf? Weil das ist ein ägyptischer Sonnenbrille, Frosch. Äh, und den? Deshalb halt auch die Sonnenbrille an. Jetzt sind deine Augen. Nein, eine Sonnenbrille. Und ich bastel dem den Hut. Lass mal gucken. Oh, ich habe mich verschluckt. Schuck mal. Meine Augen. Nein, nicht mein Frosch an Kotzen. Schau mal, man geht jetzt nicht. Entschuldigung. Oh Gott, ey. Ja, mein Hashi schon Ruhe. Was ist mit dir, Günther? Ich habe einen sympathischen Würgeflex. Ach so. Immer wenn einer würgt, muss ich mit... Ja, würgeln. Penze, bist du noch im Leben? Hör doch auf, ich kann nicht mehr. Ich bin in der Halle drin vorne. Ja, ich komme. Mit Willi und Günther. Was war das? Der Frosch? Mein Läufe. Oh Gott, wann ist es mit? Komm mit vor, Penzel. Ja, ich muss noch schnell sein. Ich komme dann. Okay, bis gleich. Willi. Hey, Günther. Die Toilette dich haben, bis sie wieder gut anläuft. Bitte auf, Pinat, lass. Der arme Günther, bitte hör auf. Und der arme Willi, hör doch bitte auf. Hör bitte auf. Scheiße. Scheiße. Nein, du bist. Hör auf, bitte. Pinat, das ist schwer für dich. Ja, das ist lustig. Ja, ich kann nicht. Sehen wir von euch Tyrone? Ja, ich. Nein, ich bin Pinat. Aber dem Günther geht es nicht gut. Ja, aber ich suche halt den Tyrone. Der ist leider noch davor. Der liegt doch da bestimmt vor, oder? Soll ich den mal anrufen? Ach, mein Drangl? Wie, nein. Wie, nein. Was? Bitte. Bitte, wirklich. Das ist nicht. Ja, bitte auch. Was machst du, wenn wirklich einer mal Kötzchen macht? Ja, dann geh ich ganz schnell weg. Kötzchen. Ich habe hier den Status-Rot-Patienten liegen. Du bleibst auch so eiskalt hier sitzen, ne? Hör auf, bitte. Sonst geht doch, bitte, Pinat, bitte, hör auf. Ja, Herr, leg dich schon. Ich habe dir angemeldet. Das ist die 98. Der hat einen Kopfschuss. Ich sage es nur. Was hat der gesagt? Der hat einen Kopfschuss? Günther, du bist mir einer. Ja, hör bitte auf. Krieg dich. Ich habe dir das so gesagt. Oh, bitte, ich habe so Bauchschmerzen. Das ist ja lustig. Ja, das ist geil, ne? Oh, da muss der Mike mal kommen mit seinem Gekotzen. Ja, wir hatten den mal im Auto. Oh mein Gott. Wir waren mit drei Leuten. Oh mein Gott. Wir haben das gemacht. Ich glaube, der hat wirklich gekotzt. Hör auf, ich kann nicht mehr. Mir tut schon alles weh. Mir tut schon alles weh. Nein, verbiss ich euch. Günther. Nein. Der hat das wirklich, ne? Ja, der hat das wirklich. Das ist ja das Schlimme. Hab ich dir doch gesagt. Pinsel. Ronny. Gibt's dir gut? Ei. Das Arschloch, das nicht angefangen hat, das finden wir. Ja, die schlagen wir brutal zusammen. Der Pinsel hat mir alles erzählt. Ja. Ja. Das muss wohl irgendeiner so ein Verrückter gewesen sein. Ja. Ein kleiner alter Bad Boy. Ja. Ja. Ja, die hat noch gesagt, die ist ja wohl mal vorgeheb. Der Tabu. Ich konnte nicht mehr bremsen. Tut mir leid. Das ist okay. Hast du noch einen Fitschki? Oh, ich muss den Dings, muss ich schnell Vanillekohle abholen bei der Cherie. Ja, hab ich. Ja, lass es wohl, danke. Oh Gott, ich hab so Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Boah, den schicklich besonders heftig. Geile Sau. Ja, da noch einen. Na, trinkst du schon? Schön, dass du ihn durch den Strohhalm heimst. Ja, wieder durch den Strohhalm. Kennst du schon den Glitter? Nee. Doch, der Kassler. Den kennst du, der bei uns gearbeitet hat. Ja, okay. Ich bin wirklich hier wieder raus. Hallo, Ronny. Hallo. Oh Gott, tut alles weh. Hülma, ich hab jetzt voll die Bauchmuskene. Hi. Halt die Klappe, Hashi. Hashi. Kann ich den nochmal haben? Hast du da drübergeleckt, Ronny? Hm? Man kann über seinen Rücken lecken. Dann wird man high. Ja. Was? Ja, mach doch mal. Oh, die hat den gerade angeleckt. Oh ja. Warte. Ja, leck mal drüber. Geh mal her. Nein. Nein. Bitte. Nein. Nein. Oh. Schnell im Käfig. Oh, der ist ein eigenen. Mann. Ich weiß sogar, wie man die paart. Äh. Wie man Froschbabys kriegt. Ehrlich? Wie denn? Er muss mal ein Buch tun, den Frosch. Nee, ich kenn das. Ich muss sie gegen die Wand schmeißen, dann kommt ein Prinz rein. Raus damit. Nee, dann muss man ihn küssen, dann kommt der Prinz. Oder so. Oder das Pferd. Schmeiß sie in den Brunnen. Und dann? Dann kann er auch gefunden werden mit der goldenen Kugel. Kugel? Ich kann dich jetzt nicht geproben. Oh Gott, du bist zu alt. Ja, komm. Ich will ihn nagern. Was ist das denn jetzt schon wieder? Und bist du jetzt tot? Guck mal, der ist ein cooler Sheriff. Guck mal. Der sieht cool aus. Der sieht Sheriff drauf. Ja. Wow. Und da stehen die Cocktails drauf. Nee, leider momentan nicht. Parkierer Nein. Nee, momentan nicht. Ähm, sie können aber gerne sonst nochmal in einer Woche oder zwei anrufen. Wer denn? Wer sagt das denn? Weißt du, was sie direkt gesagt haben? Was denn? Oh, ich sehe, sie haben hier noch offene Rechnungen. Wir sollen jetzt so einen Quatsch erzählen. Habe ich gesagt? Ja, dagegen klage ich gerade. Deswegen bezahle ich nur nie. Ja, aber ich meine, was bringt das, ein Praktikum zu machen, wenn wir momentan voll sind? Oh, die steigen ein. Komm, wir gucken, wir die hochheben. Kriegen wir da nicht weg? Nein. Die sind... Die hier von der Bodenneleuchtung. Oh, Katze, hör auf! Die läuft über die Tastatur. Da heben sie ab. Toll. Ich wollte doch irgendwie einschalten. Alles verpassen wegen der Katze. Oh, das ist weg, ne? Komm hier. Jetzt geht... Wollen wir jetzt schon wieder auf die Tastatur. Hör auf hier. Geh ab. Wow, die haben den Platz hier richtig gepimpt. Wow, was ist da los? Nee, die hat gesagt, die soll mich heute schonen. Ja, schon dich mal. Oh, tschüss. Was ist denn hier schon wieder passiert? Ich weiß nicht. Hallo, Mila. Willst du auch mal meine Kralle sehen? Was für eine Parkkralle? Ich muss noch meinen Autor gucken. Ja, guck mal. Ach so, ja. Hör auf damit. Warum? Willi! Willi! Ja? Guck mal, vom Pinsel dem Finger. An der rechten Hand. Guck mal. Der ist Captain Hook. Das ist mein Haken. Guck mal. Hast du zu viel Pistole geschossen, oder? Oh, der ist immer im Absuch. Guck mal, wir sind gestern im Urlaub geflogen. Hast du Alpezin drauf getan, oder was? Wir sind gestern geflogen. Ja. Und dann hat sie aus dem Flugzeug gestiegen. Dann hat sie auch mal glattguckt. Was war das? Hast du den Gunter gefunden? Nee. Ach, ich habe Hunger. Äh, ich habe dir doch einen frischen Kuchen gegeben. Ja, den habe ich mir gerade eingedöhnert. Ja, Juni. Ich ruf nochmal Juri. Oh, warte, ich habe... Ach, nee. Geht nicht klar. Du wolltest uns das Haus zeigen? Ja, Ronny, für dich. Also, ich bin dann die Mannschaftsager. Ja. Okay, mach das. Ich fahre schnell in den Cube, was abholen. Dann komme ich zu CK. Okay, dann bist du... Die haben Actionfiguren jetzt schon, ne? Ja, stimmt, wir müssen uns behalten. Okay, los, sonst gibt es keine mehr. Wo habe ich denn geparkt eigentlich? Wir bestellen vor, warte, sonst sind sie weg. Schnell, schnell. Was? Wir stellen das jetzt noch kurz... Und da war noch ein anderer Ausbilder davor. Legro war damals noch Azubi. It's only gay. Okay, bis gleich, Peanut. Bis gleich. Ich weiß nicht mal, wie ein anderer ist. Irgendwas mit J, glaube ich. Johan? Nee, Johan ist der Chef. Ja, sonst gibt es keine. Hallo. Okay, ja, dann ist er mit... Sonntagsfahrer. Oh, Alter. Der hat mich fast überfallen. Hatte keine Augen im Kopf. Du meinst, würde ich faszinieren, ist ja schön. Das ist ein ganz schön hässliches Auto. Damit würde ich nicht mehr einkaufen gehen. Das hier? Wie hässlich. Du, 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 du. Oh, Aua. Hoppla. Entschuldigung. Ja. Du musst kurz noch jemanden anrufen, okay? Ich gehst mir ruhig. Hallo, Lupe. Zwei Dinge. Erstens, am Krankenhaus steht ein Auto. Das ist an. Ja. Ja. Unzerkratzt. Heißt er Lupe 1 oder sowas? Hallo, Rati. Deja Vu. Ach so. Okay. Und zweitens... Ich konnte nicht anrufen, weil ich war im Krankenhaus. Fick dich, Lupus! Ja, ist schön. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, perfekt. Vielleicht bin ich wieder im Krankenhaus. Ja, wir sind jetzt beim Burger. Cody... Bei Cody's. Erdnuss und ich. Und Opa Willi. Magst du nicht den Lupe, Erdnuss? Ich kenn den noch gar nicht. Ich geh mit dem Cylinder. Mit Karte. 500 mit Karte. Warum? 650 Dollar bitte. Dann komm her, wir gucken nochmal. Wir fragen. Wollen Sie mit Karte zahlen? Ja, sehr gerne. Dann bitte 650 Dollar. Das war knapp. Das ist nichts in die Hose gegangen. Super, vielen Dank. Schönen Abend, euch. Hallo, Chef. Tag, Tag. Habt ihr auch was zu essen für mein Hashish? Okay. Ich ruf dich gleich nochmal an. Guck mal, mein Fuss. Du musst kurz damit bestellen. Oh. Den hab ich aus dem Urlaub mitgebracht, von der Insel. Oh, wie war's? Gut. Ähm, ich schau mal kurz, ob wir noch was für den haben, ja? Ja, der ist, ähm, der ist, ähm, Fliegen. Ich würde ja gern von Twinkies Popo abkratzen, aber der ist nicht da. Gott, das ist richtig. Guck mal, mein kleiner Hashish. Wunderschön. Das ist mein Freund und du hast ihm ein blaues Auge gehauen. Verheilen. Sehr wohl. Ich bin auch dein Freund, du hast mich Platz gefahren. Ähm, weiß ich nicht. Der Tierarzt hat gesagt, eine Fliege. Fliegen? Fliegen haben wir leider keine, aber so wie Ronny aussieht, zieht er die ganz schön an. Leider nicht. Gibt's Actionfiguren? Dein Käfig, Hashish. Ausverkauft. Du. Keine Actionfiguren heute? Nee, ihr sind schon verkauft, alle zehn. Das sind aber keine neuen, ne? Nee, sind dieselben. Oh, Gott. Dann ist mir egal. Sonst hätte ich dich jetzt hier über die Theke gezogen. Heute, heute haben, haben Leute sich schon rumgebrüllt, die wollen ihre Actionfigur für 100.000 Dollar verkaufen. Und ich verkaufe meine nicht. Doch, ich verkaufe meine und dann hole ich mir eine neue. Nö. Wie, ich, 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 du musst sie noch mehr bekennen. Noch mehr? Ja. Ah, ich weiß nicht. Zehn ist schon, ne, die Leute standen heute schon lange und waren alle traurig, dass keiner welche bekommen hat, so. Also, da gehen schon viele leer aus, man muss sich schon bemühen. Zehn ist schon echt wenig. Ja, schon. Ich will die ganze Sammlung haben. Ja, dann musst du immer fleißig zu uns zum Essen kommen, so. Ich bin jeden Tag hier. Ja, ja, aber auch nicht jeden Tag um zehn. Vielleicht, wenn du es einen Monat lang nicht schaffst, um zehn hier zu sein, dann, ups. Ach, echt? Dann musst du nur, wenn die da drücken. Immer um zehn werden die verkauft. Nee, auch nicht vordrängen und so. Die Leute mit Leute... Nein, du sollst uns einen aufheben, notfalls, dass wir von jedem Monat eine haben. Ein Exemplar. Das geht nicht, Conny. Das, 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 das spiel dich verstanden. Du musst dann ja kommen, um die dann selber zu bekommen, darum kämpfen. Ach so. Ich hab' ne Knarre. Hör auf damit, Pinsel. Aber ich hab' eine. Kann ich bestellen? Ja. Ich auch. Ich bekomm zwei Cola, fünf Trinkpäckchen. Fünf Trinkpäckchen? Hier. Und... Fünf Bacon-Burger. Und zwei Bacon-Burger. Hey, du Mädchen, willst du mein Haschisch sehen? Was will ich sehen? Mein Haschisch. Amy, du darfst Ronny bedienen. Ja, zeig mal. Guck, warte. Äh... Guck. Äh, okay. Das ist mein Frusch. Wie heißt du? Haschisch. Hast du grad gedacht, der hat Kacke rausgeholt? Ja, ich dachte schon. Dass ich ne Kackwurst raushol? Ja. Ich geh' Haschisch mal kurz im Badezimmer sauber machen. Ja, mach das mal bitte. Ja. Ich werd' keinen Rund. Frau Mila, ich werd' jetzt auf den Sack gehen mit meinem Frosch, Alter. Warte ab. Jetzt wirst du gebadet, klein auf dem Schisch. Schwimm. Schwimm, du bist frei. Es ist so geil. Es ist so dumm, Alter. Ich hab' Hunger. Aber die Affen sind doch wieder aufs Festland gezogen. Halt die Klappe, Oma. Wollt ihr Tingepeichchen haben, Chad? Oma, es ist nur um Ärgern. Ja, klar. Es ist einfach geil. Ich hab' einfach... Ich hab' einfach'n Frosch, Alter. Ich hab' noch nie die Charakter getroffen in meinem ganzen RP-Leben, Alter. Der ein Host hier dabei hatte, so. Du bist ja dumm, Alter. M-hm. M-hm. Schisch! Nein. Oh, was soll das? Hallo, geht's Ihnen gut? Hallo? Hallo? Wer hat denn da gerade geschrien? Komisch. Jeff, da hat jemand auf dem Klo geschrien. Da hat jemand geschrien? Jetzt wird der Ding runterfallen. Vielleicht der Ronny, der hat gerade geschrien. Der hat gerade eine Schelle bekommen. Warum hast du meinen... Weil der mir einfach an den Arsch gefasst hat. Du darfst den nicht hauen. Doch, wenn der mir an den Arsch fasst. Ja, dann präsentier den doch nicht so. Ja, kann ich ja nichts dafür, dass ich gut ausdehe. Aber willst du dein Essen noch haben? Ja, ich will nur meinen Freund Pinsel suchen. Der hundlichen Bonbon, hat er gesagt. Wo? Weiß ich nicht. Bei der Apotheke oder so. Bitte sehr. Danke. Und dein Schrägpäckchen und deine Goal. Dann geh ich wieder. Danke. Ja, mach dein 385 Dollar, bitte. Ich zahl mit Karte. Okay. Hast du eine Fliege gefunden? Nee, leider nicht. Aber warte... Wenn du eine findest, kannst du mir die zurückhalten? Mhm. Warte mal. Wir haben so ein Ding da hinten, ganz hinten in der Ecke hängen. Müssen das Lebendige sein? Nö. Wir haben so einen Fliegenfänger, damit da keiner halt rumspielt. Vielleicht hängt da noch was dran. Ich zahl 50 Dollar für ein paar Fliegen. Ich komm gleich wieder. Ey, aber du pulst die selber von dem klebrigen Scheißteil runter, ne? Ja, okay. Okay. Wer hat ein Schild auf mein Auto geworfen? Hallo, Günther. Das hat schon Style gemacht. Hallo, Pina. Oh, oh. Nein. Nein, natürlich nicht. Nein. Pencil! Was haben wir gelernt? Was sind denn das für Autos hier, Alter? Das ist Pina. Was sind das denn für komische Autos hier? Haben wir schon welche Andere die Hut übernommen? Und warte mal, wenn ich mit Kürtus komme, Junge. Pinsel? 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 Aufstehen? Brrrr. Brrrr. Hm. Pinsel? Aufstehen? Das sind von denen, die Autos machen. Der Pinsel Winschreden. Was ist los? Der will nicht reden. Der will nicht reden, okay. Nö. Geht's ihm gut, dem Herren? Ja. Willst du meinen Haschisch sehen? Dein Haschisch sehen? Ja. Du hast Hasch. Ja. Haschisch. Willst du sehen? Pff, oder warum nicht? Guck mal. Äh. Ja? Ist der nicht süß? Das ist... Das ist mein Freund. Haschisch. Mein Pusch. Mein Pusch. Willst du an seinem Rücken lecken? Nee, 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 nee. Alles gut, alles gut. Warum, Pinsel hat auch dran geleckt. Äh, ja, ich bin... Nee, danke. Ich will nicht am Pusch lecken. Danke. Dann tue ich dir mit deinem Käfig. Ja. Pinsel? Ja. Warte, wie? Pinsel. Pinsel? Der heißt Pinsel, der hier. Der... Achso. Nee, das ist Ronny. Oder irre ich mich? Der Ronny, aber ich nenne den Pinsel. Ah, wieso? Der ist mein bestester Freund. Achso, ja, schubbel, schubbel. Wir kommen gerade aus dem Urlaub. Ihr kommt aus dem Urlaub? Okay, das schubbel. Wir waren auf der Insel. Da haben mich heute im Frisch mitgenommen. Hm? Pinsel! Davon geht's gar nicht so gut. Dummes Arschloch ist das. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Pack die Hände runter, Mann. Alles gut. Ich will nicht... Du kannst die Hände runter. Alles gut. Ronny, hallo? Hallo. Hi, hi. Nicht mich mördern. Ja, wir wollen niemanden mördern. Alles gut, Ronny, komm mal mit. Was? Was hast du gemacht? Ich bin mir getötet, nun. Wir machen nichts. Wir machen nichts. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja? Ich dachte schon, ich muss von rechts pushen. Du kannst doch gleich eine Wand bauen, so wie du es siehst. Ja, kann ich auch. Mach ich Cambo. Tut dir meinem Freund Pinsel weh? Ne, tun wir nicht. Alles gut. Ich rufe die Polizei. Die wollen, die wollen, wir müssen die Polizei rufen. Was? Die wollen Pinsel weh tun. Oh nein, hab die Polizei rufen. Ruf schnell. Peanut, was ist los? Die wollen Pinsel weh tun. Was wollt ihr mit dem reden? Weiß ich nicht. Denkst du dem Schluss was zu? Wir müssen die Polizei rufen. Soll ich? Ja. Pinsel, geht's dir gut? Schönen guten Tag Herr Hops. Ich bräuchte hier wirklich ganz dringend Einheiten bei Codys Burger. Hier wird eine Person gerade von mehreren Leuten umsingelt, mit denen die maskiert sind. Die Personen ziemlich zwingend, um was zu machen. Das wäre sehr gut. Ja, super. Tschö. Polizei ist auch auf dem Weg. Die dürfen dem Pinsel nichts tun. Das kriegen wir hin. Und da sind die P***er. Hoffentlich sehen die nicht, wie ich geparkt habe. Jo, klar. Kannst du schön sitzen. Gar kein Problem. Wunderschön. Ach du, der ist Detective. Oh, der ist Detective. Und wie ist es so die Herren? Das sind Gingstern, ne? Jo, wir wollen nur unsere Identität schützen, so wie euer Sundainer. Sondereinsatzkommando. Wir wollen nur unsere Identität schützen, so wie euer Sondereinsatzkommando. Halt auf. Ja. Oh, da habe ich aber schon was ganz anderes gesehen. Ja, dann halten sich einige von euren Leuten nicht an die Gesetzlage. Wieso sollte ich? Ja, es ist nicht gut. Nie. Oscar, Oscar, äh, ja, Jungs. Ganz gut. Äh, war nicht mehr gut drin? Wieso muss ich ihnen den geben? Wieso? Hm. Da kommt der Pulser. Ist er schon da? Ja, super, super, super Arbeit. Nein, überhaupt. Jetzt drehen wir ganz viele. Boah, der hat einen Schuttgarten, da kommt noch mehr. Wunderschön. Besser weg, ihm bisschen. Ja. Da kommen noch mehr. Guten Abend. Guten Abend. Wir haben Waffen in einen Grammgrad. Hallo. Wir haben Waffen in einen Grammgrad. Frau Borel. Ja? Ich habe nur Hallo gesagt. Und die man von Ihnen hier angerufen bei uns? Ja, ich. Die Herren, die kamen mit dem, an Roddy Pinsel, oder wie der Typ heißt, ihr Herr, meinten, Ronny, bewegt dich oder schubst sich dahin. Und das sei ziemlich aus, Gefahrensituation in der... Geht's dir gut? Ja. Was wollten die? Die haben nur gesagt, sie suchen nach jemanden. Ist wieder ein bisschen langweil. Und ich bin's doch nicht. Der hat aber eine Pistole in Langehabe. Jo, die haben gedacht, ich hätte von dem Kerl die Freundin eingeparkt. Eingeparkt? Eingeparkt? Ja. Oder hast du dich in ihr reingeparkt? Ach, danke. Hast du deine Freundin geknallt? Nein, ich hab ja nicht Auto eingeparkt. Aber die dachten, ich bin das. Die dürfen dir nicht wehtun. Nee. Haben sie die Waffen in einen Hand gehabt oder auf sie gezielt oder bedroht? Nee, nur in eine Hand. Bzw. gedroht. Nur in eine Hand, okay. Oh, hallo. Hallo. Wir kennen uns. Tatsächlich, ja. Das sieht scharf aus. Der Wash Machine. Jo, das ist Havashi. Oh, ich hab neue Outfits. Ja, sicher. Cool. Ne? Mann, das war bestimmt voll der Krasse, der die genäht hat. Bestimmt, ja. Ich kenn den gar nicht. Gute. Gute. Hallo. Sieht gut aus. Ja, direkt nochmal an den Ausstieg. Was ist das denn? Können wir mal gucken von hinten? Ey, Washington. Hi. Wie siehst du denn aus? Ja, flott, wa? Richtig kreis. Oh, oh, oh. Oh, oh. Die beleidigen sich schon. Lieber. Sieht ja ungewohnt aus. Sieht's dir gut? Ich glaub, die sind da schon mal essen und nicht gekriegt. Ja, komm her. Der könnte hier hinter Ihnen gefährlich werden. Warte. Komm her, Ronny. Oh, der hat den Pissar und du gerammt. Oh. Jetzt geht's los. Verbrecher. Haben die Ronny? Was ist der? Ronny ist hier. Die wollten Pinsel töten. Die wollten Pinsel töten. Ich will eine Actionfliege. Das haben die gemacht, Alter. Ja, ja. Ronny, komm mal her. Jetzt dein Essen. Puh. Weg sind sie. Wir probieren, Mütler. Zum Glück haben wir einen Sheriff gerufen. Der ist kein Sheriff. Haben die den Ronny bedroht? An der Milchonne ist doch perfektes Ding für deinen Frosch. Buffet, machst du einfach aufguckst, ob da ein bisschen Zeug drin ist für den. Nee, ich will eh nicht aus der Milchonne. Vielleicht eine Made oder eine Fliege? Boah, bist du ekelhaft. Nein, für meinen Frosch. Ach schich. Wie viel, 340? Willst du den sehen? Und kein Trinkgeld. Guck mal. Wie? Mein Frosch. Guck. Guck. Oh. Das ist mein Frosch. Ach komm, es stinkt nur ein bisschen, Nabu. Machst schon. Ich würde da trinken. Gut, mein Frosch. Peter, du bist ekelhaft. Nee, nee, nee. Bleh. 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 Komm, Ginter. Was packst du auf deine Freundin zu, Dummkopf? Ich war das doch nicht. So, Rolly, kriege ich jetzt auch mal ein Dankeschön. Wofür? Was haben die mit dir gemacht? Gar nichts. Wir mussten den Sheriff anrufen, weil wir Angst um dich hatten. Die haben gedacht, der hat gedacht, ich habe von dem die Freundin zugeparkt und hat gefragt, findest du das witzig? Wie zugeparkt? Was meint er mit zuparken? Hast du ihr rumst? Zugeparkt. Hast du dir die über den Pisser gerissen? Was? Hast du die Vorhaut zurückgezogen? Na auf, Ginter. Das reicht schon. Was ist schon gesagt? Ich meine deine Vorhaut, nicht die von deiner Freundin. Nein. Was? Hast du seinen Freundin geknutscht? Nee, ich weiß nicht mehr, wer die sind. Pinsel, die wollen uns umbringen, stimmt. Oh nein. Und das alles in dir. Das pet sich Twinkie. Twinkie? Ist das nicht so eine grüne Kugel? Oh nein, jetzt kriege ich noch einen Anruf von Hassbett. Pinkie ist deine Frau. Mhm. Hallo? Oh, jetzt kriegt der Morddrogen per Telefon. Oh Gott. Weil er es nicht geht. Ich bin bei Codys. Ich wurde gerade fast hops genommen. Von den Gangsters. Am besten sind es sogar noch die Typen, die ihn gerade hopsleben wollten. Ich weiß nicht, wer die sind. Er hat gefragt, ob ich die Freundin von denen zugeparkt habe extra. Gebums. Ja nein, bestimmt eingeparkt. Nee, weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, ich habe angerufen, du warst halt nicht. Und dann wollte ich gehen. Oder durfte ich gehen. Er meint, ob er sich gebums hat. Das ist das. Ich weiß. Ein sexy Mann. Nichts anderes. Ja. Genau. Und dann? Äh. Puh. Nee, wir sind gerade aus dem Urlaub gekommen. Warum habe ich eine Spitzhacke? Was zum Teufel? Ja. Ja. Pink Patschon. Pink Patschon. Doch, er hat schon geschrieben. Elli hat sie schon geschrieben. Ich gehe kurz die Fliegen holen. Für Hashish. Latif Hashish. Oh. Danke, dass ihr den Sheriff gerufen habt. Hast du jetzt Fliege? Äh, haben wir nichts? Waren wir nicht. Waren wir tatsächlich nicht. Die Pfau. Äh, da war wohl einer schon früher. Ja, der Opa hat die auch gerufen draußen. Alright. Hast du jetzt Fliege? Hm, nur die Toten. Hier. Ja, okay. 50 Dollar. Oder abholen. 50 Dollar? Ja. Okay. Das schmeckt mein Schicht nicht. Dann kriegst du. Dann musst du mal an so eine Mülltonne mit dem. Gut, ich zahle meine. Ja, guck. Geht aus Haus. Geht aus Haus für dich. Danke. Ja, gerne. Hätte mich auch gewundert, wenn ich für tote Fliegen zahlen müsste. Ich hab jetzt für eine tote Fliege. Danke. Ah, kein Problem. Der ist. Oh. So, ich hab ihn echt nicht für Haschisch. Der hat ein rohes Steak gefressen. Wer hat was gefressen? Der Rolli hatte ein rohes Steak gefressen. Warum? Und du auf deinen Finger sitzt so krümmen Pinsel. Und zieh die Maske ab. Geht nicht. Warum? Ist festgeklebt? Ja, hängt. Ich muss mein Auto noch holen. Na dann, los geht's. Oh, oh, oh. Kann ich was? Kann ich dir was geben? Ja. Hast du noch meine Spitzhacke? Ja. Warum hast du mal deine Spitzhacke nur große Tasche? Ja, ich hab Alkohlenfleisch. Ich hatte Hunger. Ja. Ich brauch den Platz. Ja. Ja. Nimm die doch in die Hand. Nein, ich brauch die nicht. Ups, jetzt ist dir runtergefallen. Oh, schade. Was machen wir hier? Du kriegst jetzt ein Kohl. Da ist ja ein Schwanz auf. Was ist das denn? Was ist das denn? Da ist der Pimmel auf der Becher. Nein, ich mag kein Bier. Weg damit. Das ist aber alkoholfrei. Ich mag einfach kein Alkohol. Schmeiß weg. Hier in der Schachtel kippen. Was soll ich damit kippen? Das ist Nuss. Das Essen haben wir nur ihren Zarten, Jungs. Aber wer ist das? Komm, wir gehen jetzt mein Auto holen. Ja, löst geht's. Kann ich mitkommen? Ich hab kein Auto. Komm. Boah, fett. Nerven nicht. Boah, ich hab doch... Ich muss zuerst. Ja, toll. Wie soll ich jetzt einsteigen? Das ist die Frage, die niemand stellt. Der Keporet. Oh mein Gott, pass auf. Ich sitz vorne. Nullin. Kommst du mit? Wo fahrt ihr hin? Ja, Auto-Pool. Äh, wo war das nochmal? Bennys, ne? Ja. Ja, ich komm rübergefahren. Okay. Boah, ey. Der ist ja für Kleinwüchsige. Versalten. Geld abu. Ja, ja, du schenkst. Der ist ja in der Schlimmheits-Tokio-Drift. Ja, ich bin nur die Klinge. Dunkelkopf. Ui. Koi-ba. Ich dachte, jetzt krieg ich Egger-Wingle-Pistolen. Sender-Globentor. Wieso den Sailor-Mood? Deja-vu. Anni, du tatsch. Aua. Wir heißen Schilder. Wo ist denn mein Auto? Ist das mein Auto? Ich schaue es. Aber wie ist die Nummer von hier? Eins, drei, drei, sieben. Ehrlich? Vielleicht? Nein, war das nicht Lonnie, Gentleman. Hallo? Wir fragen einfach. Da ist doch keiner. Doch, natürlich. Da reden 3. Schau's zu laut. Ich habe mich verwirrt, Entschuldigung. Okay, alles gut. Bye, have a good time. Peanut. Nein, nix Peanut. Hardy. Hi. Ui, wir sind aneinander vorbeigesprungen. Ich wollte mein Auto abholen. Ja. Ja. Hast du schon meinen Frosch gesehen? Frosch? Ja. Nee. Willst du den sehen? Ja, zeig. Guck mal. Oh. Nein, nein. Ja, eine Hose-Tasche. Ah, genau. Da guck mal. Dein Name ist Hashish. Hashish, okay. Willst du den küssen? Nee. Nicht? Nee, will ich nicht. Durch. Ist mein Auto fertig? Ja, ist fertig. Ich habe dir den Schlüssel schon gegeben. Danke. Ist das mein Auto? Ja, das rote. Ja. 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 Aha. Aha. Sieht schön noch, ne? Boah, was ist das für ein Gerät? Ah. Okay, ich habe ein Schwein. Sehr voll schön. Oh Gott. Vanille Krug. Okay. Ja, der Krug. Ich muss noch zur Bank. Ich muss Geld einzahlen. Das ist dein Auto und da steht 5LXH. 5XL. Ja. Willi, was ist mit deinem Chip-Rick? Ja, warte mal, Jürgen. Was soll mit dem Chip-Rick sein? Wo soll ich den hinfallen? Ich muss mein Auto mitnehmen. Äh, äh, fährst du den, packst du den im Parkhaus 10 ein? Halt die Klappe, ach ich. In welches Parkhaus? 10. Wo ist das? Ja, da wo ich wohne, da in der Nähe. Meine Karte ist hier kaputt. Ja, aber wie soll ich dann wieder herkommen? Äh. Oder können wir kurz fahren? Du dümst mich wieder mit. Ja, komm. Ja, komm. Okay, dann wartest du kurz Pinsel? Äh, ja, Jürgen, du fährst zum Casino. Ähm. Ich glaube, ich gehe kurz zum Taxi hoch. Ja, und wie willst du da hinkommen ohne Auto? Ich fahre mit ihm. Der hat kein Auto, den haben wir mitgenommen. Oh. Ja. Dann rufe ich mir ein Taxi. Dann komme ich gleich zum Taxi. Okay, wir treffen den Stuart. Okay, bis gleich. Jetzt aber schnell. Parkhaus 10, Peanut, ne? Ja. Okay, Jürgen, bis gleich. Deja Bu. Eigentlich ist die Karte gar nicht so schlecht. Folg schnell. Das waren die, die Pinsel verhauen wollten. Die haben den festgenommen. Boah, schicke Jacken, Jungs. Woher? Boah, die FAB-Jacken waren geil. Wo soll ich da parken, will du? Ja, einfach in den Parken, wenn es geht. Okay. Ähm. Oh. Die hat mich ja gar nicht gemacht, dass du magst. Oh, die Magic. Oh. Nein. da ist nichts mehr frei das ist nichts mehr frei dann fahren wir zum casinoparkplatz okay okay so 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 Kondom. Feine Kondom. Hä? Der einen Parker sagt, ich soll den anderen Parkplatz suchen. Ja, fahr einfach fort. Versuch du mal. Guck mal, ich geb deinen Schlüssel. Danke. Der doof kopf der. Puppekorben. Ja, so eine Puppekorben. Ja, Dosen-Jurie-Puppekorben. Dosen-Jurie-Dösen-Curry. Arschloch der. Haha. Oh, ist der hier noch im Auto? Nee, der ist bei mir in der Tasche. Okay. Okay, dann fahr ich dich schnell runter. Danke. Aber nicht so schnell, sei bloß vorsichtig. Willst du lieber fahren? Ja. Hättest du das mal nicht gefragt. Hättest du das mal nicht gesagt? Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Jürgen, ich komm gleich zurück. Let's go. Oh Gott. Das war ein Fehler. Ja, ja, es wird gut. Halt mich an. Oh Gott. Leck mich fett durch. Oh Gott. Alles gut. Alles in der Kontrolle. Alles gut. Alles gut, Wille. Alles gut. Alles wird gut. Du Scheiße. Du heilige Scheiße. Scheiße. Alles in der Kontrolle. Der Stift kann schon malen. Ich hab mir in die Busschen drin. Ich glaub, ich war mal Profi-Kennfahrer. Ja, ich glaub auch. Ich mach die Augen so. Du Scheiße. Jetzt musst du dich festhalten. Oh Gott. Deja vu. Deja vu. Ich glaub so schnell. Oh Gott, ich schwitze. Danke. Leck mich fett. Was kannst du fahren? Ja, hab ich alles gelernt beim Crash-Gurby. Ich bleib jetzt erst noch mal 10 Minuten hier sitzen. Meine, gib dich mit dem Stift. Ah, nee. Ich muss den Jürgen abholen. Ja, nicht den Jürgen wirken. Nee. Ich fahr zum Taxi zum Pinsel. Kommt Frau dahin? Äh, ich fahr... Wollt ihr mit... Ah, nee, die Jutta brauchte eine Großraumabholung. Warte mal. Wollt ihr mit? Nee, ne? Nee. Mir egal. Musst Pinsel fragen. Ich hab mir nichts vor. Warte mal. Das wird bestimmt lustig. Ich weiß ja nicht, wie viele Personen da mit abgeholt werden müssen. Dann lass ich mein Taxi gleich treffen. Okay. Bis gleich. Gleich. Hau rein. Und grünen bei Dankeschön für Luisa beim 11. Monat. Oh, stickes Auto. Tschüss, Adi. Und danke. Ja, ja kann ich nehmen. Tschüss. Oh, ich fahr zum ersten Mal dieses Auto. Wow. Das wird gut. Boatest ist gut. du sei sie was denn hier los was du kannst du kannst du hast du keine ahnung als impasse ist unterwegs mit büchse Hallo. Ich bin nicht gerade lang gefahren. Was? Ich bin nicht gerade lang gefahren. Was? Ich bin nicht gerade lang gefahren. Kannst du unser Sprach sprechen, wenn du schon hier bist? Ja, das würde ich gleich einfach machen. Was ist hier passiert? Ich bin morgen schon gerade lang gefahren. Was? Ich bin nicht lange gefahren. Kriegst du den Kiefer auseinander? Ey, den Kiefer auseinander! Ey, du Arschloch! Schallt, Stadtkinder. Schön, kann man helfen? Ja, ich muss zur Arbeit. Ich bin zur Arbeit, wann sie außen rum? Wollang denn? Links rum. Links, dann rechts, dann geradeaus, dann geradeaus, dann rechts, dann links. Okay. Und passen Sie mal hier hinter den auf dem Rolllauf, der hat gegen mein Auto getreten. Der Kriminelle, der kommt ins Knast. Ja. Tschüss. Ciao. Schade, ich würde Tyrine gehen mit? Nee, weiter. Nee, kein weiter. Nee, ein weiter. Tyrie ist wieder nur noch fein bei uns, alter. Ich schur, war gut. Hehehe Hehehe Ah, der nicht, aber... Keine Lust, da hat irgendwelche Leute kommen und sagen... Guck mal, du kennst ihn, deshalb nimmst du ihn mit Weißt du, was soll ich meinen? Paul, da geht's schon wieder Das war erdnlos sein Auto, aber warum interessiert mich denn erdnlos sein Auto? Was ist denn hier los? Guck mal, das ist der Mörder, der ist von Günther Erdnloser ist der Mörder Ist das der Mörder? Ja Na, das ist ja nicht die eigentliche Frage Schuldest du uns wirklich Geld? Ich hab den Chef gehört, wo ist denn der? Ich steh da Jeff Oh Mann, Siggi, das ist aber jetzt nicht cool Wie dumm ist er denn? Da ist hier jemand gesprungen Boah, beim Polizeigewiege ist die Hölle los Und die haben die festgenommen, ne? Wen? Oh, ihr werdet wen bedroht? Ja, der Pinsel wird bedroht von Cody Sembergler Und der hat die doch geschält Die Polizei gerufen, damit's dem gut geht Und das FID haben die grad festgenommen, ich hab Fotos gemacht Ich mag seine Schuhe, die leuchten Jeff? Ja? Wir waren im Urlauber von der Insel Ja, geil, und wie war's? Na, geil Ja, geil Ja, geil Was denn? Zeig mal Kann ich den auch noch auf der Scheibe Nein, bleib hier Chef Hier, guck mal Das Haschisch, mein Fusch Wo hast du den denn hergezogen? Den hat der Roni Der Pinsel hat mit den gekämpften den gefangen für mich Und wo kommt der her? Wo hast du den gehabt grade? Wo hast du den hergeholt? Meine Hosentasche hinten Hosentasche hinten? Aber frag nicht, wie wir den geschmuggelt haben Nee, Frosch nicht Hast du die ganze Zeit gestanden grade im Auto oder wat? Nee, ich sitz drauf Auf dem Frosch! Er passiert nix Und der lebt Ja Streich dir mal sein Köpfchen Den versteckt ja in seinem Arschloch Wenn du dran leckst Wenn du dran leckst, will der Hai Ola, dein Popo ist ja bei euch wie ein Wackelpudding Ola Leck mal an seinem Rücken vom Froschisch Ich dachte, ich soll die am Hintern lecken Nein, beim Froschisch Nee, ich leck mich an dem Hintern Du hast drauf gesetzt Ich will wissen, wie oft du den angefurzt hast Gar nicht oft Der Doktor steckt in seinem Arschloch Gar nicht oft Riech doch dran Nein, das möchte ich nicht Mach einen Riech- und Lecktest Genau Nimm mich so heim Warte Ihr habt jetzt im Uuuuuh Was ist denn mit dir los? Uuuuuh Oh, so widerlich Was ist das? Das ist nicht widerlich Halt, das hat man aber nicht so im Chemieunterricht gelernt Was hat man im Chemieunterricht gelernt? Man soll nicht dran riechen, man soll zufächeln Ja, auf jeden Fall wird Pinsel wieder mit Waffen begonnt Zufächeln Zufächeln? Fächeln Zufächeln Ja Nächst mal riech da Dinge, mach ich so Oh mein Gott Oh mein Gott Tu das Ding weg Pinsel Ja, Entschuldigung Sag mal, ist heute irgendwie, ich höre Hans-Peter nicht zu Tag? Ich versuche euch auch jetzt im Moment alle zuzuhören, ne? Ist das, ist das der Günther oder der Mörder? Mörder Ich will nicht, dass du der Mörder bist Namen, Ort, Fahrzeuge, irgendwas Peanut Du bist der Mörder Du bist auch der Mörder Ja Du wolltest uns töten mit all deinen Freunden Kann keinem Kann der Peanut sein Das hast du aber gesagt Ich hab ein Haus, ein neues Knicker kommt Oh, Kicker kommt Ich hab auch ein Haus Klickiklocki Ins Auto Kocki Heute ist was los in der Stadt, du? Ja, hab ich schon gesehen Auch am Heumair war eben ein Großansatz, oder? Ja, total Und die haben neue Uniformen, ne? Die Polizei-Scheriffs Ja, hab ich auch schon gesehen, cool Ja, cool Jo Und wir haben immer noch keinen Funkgerät für Taxi Ja Ja Er kommt Der trinkt jeden Tag den gleichen Pulli Der ist voller Stinker Lass den mal ausgrenzen Ne, der braucht den Pulli Der braucht keinen Haken mehr dafür Der kommt nach Hause Und dann stellt er die neben die Tür Ja, ja Und wenn er geht, winkt der Pulli noch von selbst Hallo, du hast mich vergessen Und macht ihm dann die Tür auf Kicker, wohin des Weges lang Guck mal, er will auch hierher laufen Aber der Pulli legt immer in eine andere Richtung Alles klar Was denn? Sein Eigenleben entwickelt Guck mal, jetzt unterhält er sich sogar mit dem Pulli Bist du besoffen? Ich hab telefoniert, du Ekelpeter Mit deinem Pulli? Nein, mit meinem Telefon noch Schmuck Ist er schon so verseucht, dass der Funke in der Fernezen entwängt? Ja Witzig Ich bin dein Vater Bist du nicht Bist du nicht Oh Mann Das ist Haschisch Nein, überhaupt nicht Guck, warte Ich hab dir bestimmt bestimmt 50 Mal was geholt Warte Guck hier Guck Das ist Haschisch, mein Fusch Warum lachst du? Hallo Snickers Küss ihn Wenn du auf deinen Rücken leckst, bist du heil Willst du den jetzt küssen oder nicht? Dann kommt er wieder in dein Käfig Was habt ihr alle gefröschiger Arschpellner? Der Brauchst halt feucht und warm Ich hab ein Sumpf Und du, und du zieh dir meinen anderen Pullover an Nein, wieso? Weil du stinkst Hä, du hast doch auch jeden Tag dasselbe Football-Tekor an So, das stimmt ja so nicht Ja, wieso? Ich hab das in mehreren Ja, 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 genau Deswegen steht da immer eine 24 drauf Weil das jedes Mal ein anderes ist Man kann's lange tragen, wenn man im Rücken Taxi-Downtown hier ist die Leitstadt der Lupau Achso, ja klar Weil das ist luftig und so, ne? Luftdurchlässig und... 24 Tage kann man's anbehalten Wieder gewohnt der hier Aber das ist halt das Ding eingebauten Deo-Roller, oder was? Nee Aber der Chef hat auch immer einen Erzählmann Nein, die Klapp, Aschi Ja, die Mantel hat er ja nur ein paar Kaltes Nein, die Klapp, weil du bist der Mörder Wir haben Anzeige gemacht Wir mussten wegen dir 41.000 Dollar zahlen Hä, warum? Weil der uns 16 Mal mit seinem Auto gerammt hat Plus Krankenhaus für Mühe Und Krankenhaus Hat er auch seinen Führers an am Klughafen bekommen? Bloß Krankenhaus Oh, scheiße Wien dir hab ich offene Rechnungen im Krankenhaus Äh, Chef, wie teile ich denn die Fahrten auf? Äh, genau so Äh, bis jetzt haben wir alles nicht gefahren War ich ihn mit einer Machete oder so? Nein, wem soll ich das geben? Nimm mal eine Toxie fährt Nimm doch Willst du fahren, Ronny? Kalle kannst du anrufen Wen Kater? Nein, der Willi fährt Kalle Kalle, okay Willi fährt, Kalle fährt Auf jeden Fall war es sehr schön auf der Insel Aber Twinkie ist da in Quarantäne Oh Ja Die wird gestochen Von der Mulukumucke Von was? Von der Mulukumucke Der hat jetzt Fieber Oh, dann ist schlecht Mein Bett für der Mücke Von der Mulukumucke Jetzt ist die Frage Verschiebe ich meine Geburtstagsparty komplett um nochmal eine Woche? Oder scheiße einfach drauf? Ich erreiche niemanden Hast du keine Freunde? Nee, ich habe keine Location, nix Und ich habe langsam die Schnauze voll Ich erreiche niemanden Das ist ein Problem Ich habe nur Location Du kannst mit Peanuts Kräuter zusammen feiern Happy Birthday to you 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 Drei циere Runde fragen Ich halte locker Wann wir schon Kemaly Ich bin immerhinament Gar nicht. Ja, das ist endlich aber nicht mein frischer Fisch. Ich hab du gesagt, das ist ein Dümpel. Hast du den Stinke-Rockern Hashish auch zu ihm gezeigt? Was? Hast du denen da Hashish auch zu ihm gezeigt? Doch, doch. Willst du Hashish kennenlernen? Hashish? Ja. Okay. Hier. Nach ihm. Das ist doch Ronny. Der mit dem Zylinder oder was? Nein, du bist... Nee, dem rechts daneben. Rechts daneben? Ja, der Dicke, der neben dir steht, Mensch. Ach so. Ich bin nicht veräschten, Dicke. Ich hab den gar nicht... Den hätte ich ja fast übersehen. Hi. Danke. Ronny, magst du die Leidung? Ich will dich nicht. Nein, ich will immer noch keine Leidung. Hast du Eingang zu verkaufen? Auch nicht. Mach mir kurz. Ich hab noch nie eine Garten. Okay, wir reden. Lass mich kurz im Automaten lassen. 20. Monat. Hashish! Du hältst die Klappe auf meine Schwester in Ruhe. Du Penner. Jeder andere. Nur nicht du. Pfff. Willst du noch ein Taxi fahren? Wenn du noch arbeiten willst, Klo? Können wir machen. Okay. Kriegst du mich mit ein? Okay. Ronny, warum siehst du nicht so aus? Das passt zu dir. Weil ich cool bin. Geht ihr auf Technoparty? Ja. Ja, auf ein Rave gehen wir gleich. Oh, Bischof, dir zeig ich mal ein Chashish. Wie, was? Willst du meinen Chashish sehen? Ja. Den hab ich mit von der Insel gebracht. Guck. Das ist mein frischer Chashish. Leck mal dran. Leck mal dran. Nein, nein, nein. Nein. Das ist diese andere Droge. Glaub an die Pilze und alles andere. Ist nix dagegen. Mach vor, ich mach nach. Leck mal dran. Leck dran, nimm ich so rei. Komm schon. Leck mal dran. Warum ist denn der eigentlich so lecker? Nein, ich leck dann nicht dran. Halt, das Glitsch. Ich weiß, du Frosch. Ronny, da ist ein FIB anrufen. Die kommen jetzt her, die wollen mit dir reden. Hast du geschockt? Ach, nö, warum? Nein, ich leck dann. Los, leck dann. Lecker, mein Frosch. Junge. Leck dann. Leck mal an mein Frosch. Machst du ein. Adela, leck vielleicht an die Frosch. Angela, vom Sasa-Zahn. Ich will nur mein Frosch lecken. Der riecht, oh Gott, wie riecht denn das Ding? Nein, die wollen nicht schlafen. Die wollen nur mit dir reden, haben die gesagt. Flumpine. Trost. Brauchst du nicht wundern? Keine Ahnung, ich verteidige dich. Nee, ich wirklich, nee. Flumpine mag auch nicht. Rauchst du ein Alibi? Wieso? Komm, Bishop. Ich rieche, ich rieche an. Nur mit der Zungenspitze. Ich bin ein Alibi. Nur sagen, du hast mich an deinem Zylinder versteckt. Ich komm schon. Was bekomm ich, wenn ich das mache? Nein, Dollar. Um Gottes willen, Alter. Angela, nein. Mach es nicht. Doch. Was soll schon passieren, wenn ich ein Froschlecker habe? Wo hat er denn den Froschlecker rausgezogen? In der Hosentasche halte ich ihn, in der Tuppeldose. Das stimmt nicht, der war in seinem Arsch, ich hab's gesehen. Das stimmt nicht. Doch, der hat dann voll spiel in den Tuch. Ich ramm dich gleich in deinen eigenen Arsch, Mr. Zylinder. Siehst du, das meine ich schon nicht. Das meine ich. Immer diese unprofessionellen Kommentare. Das ist fies. Das ist okay, Harry Potter. Ich war ja lieb, aber er hat das wirklich aus seinem Arsch gedrückt. Der hat einen Feuchspiel-Tort drin. Ich tu den wieder im Käfig. Ja, mach mal. Siehst du, der sagt Käfig, dann steckt er sich in die Asche rein. In eine Hosentasche. Einfach reingesackt. Einfach. Die sind fehlende. Ja, Kalle? Natürlich. Komm, Pina, einmal rein in den Arsch. Im Blutsch. Wenn ich jetzt noch Geld zuschmeißt. Oh Gott. Was denn? Hörst du mich jetzt? Wahre. Pinsel, was will das FAB von dir? Pinsel? Oh, wir haben einen Kunden. Du weißt gar nicht, was er hat. Taxi downtown. Woran denn? Wer denn da? Und jetzt heute lümmelt hier rum, oder was? Wieso? Ich glaube, die ist angefressen, was ich gesagt habe, dass es nervt, wenn ich so viel lacht. Er hat anwesend, rechts neben Richmond Hotel. Ist er da beim Golfplatz? Weiß ich nicht. Okay, rechts neben dem Golfplatz. Rechts neben dem Hotel Golfplatz. Okay, wir versuchen. Aber eigentlich haben wir noch was zu tun, Pinsel, ne? Wir müssen noch den Herrn Juggel anrufen. Okay, wir schauen. Warum? Hallo, Herr Juggel. Hallo. Wir wollten noch was gucken gehen. Ja, das Haus oben. Ja. Halt die Klappe auf, Fisch. Ja, hast du Klappe auf, Fisch? Ja, immer noch, ja? Ja, klar. Ich habe auch Fliegen für den gekauft. 50 Dollar habe ich bezahlt. 50 Dollar für Fliegen? Ja. Oh, da kommt das, Herr Fabian. Das ist ja fast eine Bundesmiete. Schlepp hin, sie müssen abhauen. Die wollen uns... Was zum Teufel? Was ist denn für den Rollstuhl, Jungs? Hase Peter sind im Rollstuhl an uns vorbeigeflitzt. Ja, okay. Du hattest schon wieder einen Unfall gehabt, ja? Nee. Ähm, wir haben jetzt einen Kunde... Ronny, da sind die Herren. Die wollen mit dir reden. Ja, dann mach den Kunde und dann rufst du an. Alles gut? Okay, dann rufe ich gleich nochmal an, Herr Juggi. Alles klar, wir sind okay. Bis gleich. Bye, have a great time. Ich glaube, die haben explizit nach Ronny gefragt. Hallo, Jan, habt ihr ein bisschen Koki? Dauert zwei Minuten. Oh, ihr habt aber schöne Jacken. Die sind schön, ne? Warte, ich gebe die Fahrt ab. Ignorieren mich. Ich hab hier Koki. Man hat einen richtig guten Schneider, den kann man nur weiterempfehlen. Habt ihr Koki? Koki? Du fragst echt nach Koki beim FIB? Nee. Gibt's nicht. Warte mal, du bist ja völlig schlöpelt. Wieso wollte ich mir kein Koki geben? Sigi, ab jetzt, Hundeplatz. Geh da rüber. Pfui, aus. Was die Herren hier... Was machst du denn? Ich lasse halt dann über ihr weg. Ja. Sir, eine Frage. Ist der illegale Transport von Tieren in seinem Analbereich verboten? In seinem Analbereich? Welches Tier möchten Sie mir im Analbereich transportieren? Ich will vielleicht was melden. Ich hab da was mitbekommen. Ich auch. Nein, aber wenn zum Beispiel... Der hier mit dem Zylinder, der möchte den Harry Potter, der hat nämlich Sackhaare importiert. Das stimmt nicht. Der Herr, der hat einen Frosch in seinem Arsch importiert. Aus Caio Perico, einen Giftfrosch, den versteckt er in seinem Arsch. Wo denn? Scheiße, was haben Sie denn? Wo denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist nicht... Oh Gott. Oh Gott. Ich hab so eine Jocke. Wir haben eine Fahne. Wie nö. Ja, oder wenn wir für Bier anfangen. Schnell. Ich schlöse ab. Okay. Schnell weg. Der wollte mich verpetzen wegen Haschig. Der mit dem Zylinder. Aber ich glaub, die sind wegen mir da. Ja, aber der wollte mich verpetzen bei dem. Oh. Dann sag ich einfach, ich hab's vergessen. Geh zu. Oh. Oh. Ich hab's vergessen. Hast du mich eingetragen? Hast du mich eingetragen? Ich hab's. Geh zu mir an. Dann. Dann. Peer noch eine Eite, bitte. Wir haben gleich noch das Treffen mit Herrn Juri, ne? Okay. Ja. Machst du Licht an? Bitte. Danke. Ja, weiß ja. Keiner wird dich mir wegnehmen, Haschig. Aber du bist ein ganz fein. Hoffentlich tötet Trinkie dich nicht. Oh, ich muss dich noch eintragen. Ja, hab ich dich grad zweimal gefragt. Ja, ich hab's ja nicht geschafft. Ich mach gleich. Das merk ich mir. Ich hab mich ja noch nicht mal geschafft. So, wo musst du mir hin? Keine Ahnung. Irgendwas mit einem Hotel. Golfplatz und Hotel, hab ich mir gemerkt. Ja. Über dem Golfplatz ist ein Hotel. Und da neben dran ist ein Anwesen. Wir kamen doch nicht halb zwölf schon, Mann. Was? Ja, wir haben halb zwölf schon. Oh. Ist hier ein Anwesen? Weiß ich nicht. Was ist denn? Keine Ahnung. Was ist denn Anwesen? Hotel sollen wir. Da, da. Wie kann man? Das ist ja noch. Oh, der sieht reich aus. Ja, der gibt was. Hallo, Tansi. Doppelpiece. Ja, Richard. Schönen guten Tag. Ähm, entschuldigen Sie, Herr Taxifahrer. Ich muss zur Verwahrstelle. Ja, ich hab gerade einmal die Polente an der Strippe. Ja, ich bin sofort, äh, konversativ. Zu welcher Verwahrstelle? Die normale. Die normale. Ja. Soll ich die Pärs machen? Ähm, ja, äh, Herr Officer. Ja? Ich melde mich später nochmal. Okay. Jo, besetzt. Und wer hat jetzt für Sie gestrippt? Wer für mich? Was? Sie haben doch jemals eine Strippe gehabt. Würde ich Ihnen jetzt spontan so eine 7 von 10 fürgeben, um ehrlich zu sein. War, war gut, aber war jetzt nicht der Oberbörner. Also, wissen Sie? Ich verstehe nicht. Können Sie auch nicht. Ja, sprechen Sie unsere... Verwahrstelle. Der will das zur Verwahrstelle. Ich hab da um die Pärs schon eingetragen. Ach so. Ja. Ja, ich hab gerade gar keine Zeit. Ich hab noch... Ich muss mich noch in den Tagsmark seintragen. Damit ich dir die Flocken aus dem Taschen ziehen kann. Achtung. Trinkgeld ist Pflicht. Trinkgeld ist Pflicht? Ja. Ja. Ja, gibt es da eine Summe, die Pflicht ist? Nein. Nein. Ich hab 10. 10. Meine Frau Trinkie hat das eingeführt mit Trinkgeldspflicht. Ja, gut, aber das ist ja auch selbstverständlich, ne? Ja. Wollen Sie Haschisch sehen? Was will ich sehen? Wollen Sie Haschisch sehen? Haschisch? Ja. Verkaufen Sie Haschisch? Nein, das ist umschalbar. Nein. Den gibst du denn so auf? Genau. Nur eine Familie. Gucken Sie mal, das ist Haschisch. Das ist mein Fusch. Ah, zeigen Sie mal. Nee, du willst den nur klauen bestimmt. Ah, ich will den Feini doch nur mal sehen. Nee, du kannst gucken. Ja, ja, ich guck nur mit den Augen. Ja, dann guck mal hier. Das ist Haschisch. Siehst du? Oh, das ist aber ein Feini. Den haben wir importieren lassen. So was? Wo kriegt man denn hier so ein Frischlein? Nee, den kann man, den haben wir aus dem Urlaub mitgebracht. Ja. Ja. Wir waren nämlich auf dieser Insel. Carlos Perros La Küche. Ja, ja. Nee, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Vom Herrn Juri. Caillou heißt die. Caillou. Ah, und da haben sie einfach einen Frosch geklaut. Ja, und den habe ich rübergeschmuggelt nach Loslanders. Hat keiner gemerkt? Nee, die haben nur in meine Schuhe reingeguckt. Ah. Wo hatten sie den denn? Wollen Sie den versteht? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber sie können bei meinen Fingern riechen. Vielleicht kommen sie doch. Hallo, Willi? Ja, ich kann das mir vorstellen. Pass auf, das ist ein Gangster. Welche Bullen abgehauen? Doch, wir sind abgehauen und das FRB war da. Ja, das war doch da. Sag, wir treffen uns mit denen an einem geheimen Ort. Wir wollten was von mir. Ich habe es vergessen. Ich habe jetzt eine Taxifahrt gemacht. Pinsel. 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 Ja? Pinsel. Pinsel. Ja? Pinsel. Ja? Sag, wir treffen uns mit denen an einem geheimen Ort. Willi, wir treffen uns an einem geheimen Ort. Aber woher soll jeder wissen, wo der ist, wenn der geheim ist? Sie sollen da hinkommen, wo Frodo ab 23. Minute den Ring hingebracht hat. Wo die Sonne aufgeht im Süden. Im Süden. Am dritten Tag. Am dritten Tag. Der Eltenparty. Eltenparty. Wenn die Sonne am höchsten steht, ne? Genau. Ja, ja. Er hat mich verweist nicht. Wir sind da. Where's the money? Aua. Ja, erstmal müssen wir ja reinfahren, ohne noch einen Unfall zu haben, ne? Ja. Bei wem darf ich denn entlöhnen? Weiß ich nicht. Was, zahle ich bei Ihnen hier oder bei dem? Beim Pinsel, beim Fahrer. Ja, mach. Was kostet das denn? 1650, Sir. Ja, machen sie 3000. Oha. Hast du 4 gesagt? Der hat 5000 gesagt. Ich hab 4 verstanden. 5000 Dollar, danke. 5? Ja, ist doch kein Thema. Dankeschön. Der ist reich, der ist in der Gruppe. Dafür holen sie mich aber gleich nochmal ab, ne? Ja, klar, aber vorher fährt sich die Tür ins Bein. Warum? Nee, das will ich jetzt nicht. So. Jetzt, hör einmal bitte durch die Schlitz. Ja, aber gerne doch. Hast du auch einen Helikopterlandeplatz? Dankeschön. Ob ich einen Helikopterlandeplatz hab? Ja. Ich hab 3. Boah, der ist in der Gruppe, sag ich dir. Ja. Peace out. Hau rein. Doppelpeace. Bis dann. Bye, have a good time. Willi, was wolltest du? Sag doch, das FIPS soll herkommen. Ja, FIPS, komm her. Wir sollen uns treffen. Wir sollen uns hier treffen. Wir sollen uns hier treffen. Bei dem Waffenladen hinter der Verwahrstelle. Beim Waffenladen hinter der Verwahrstelle, Willi. Genau. Dann können wir gleich den Kundenteil wieder mitnehmen. Ja. Hast du das Leibstellentelefon? Ja, hab ich gekriegt. Bist du bescheuert? Was denn? Warum? Ich will doch nur dein Knie anfassen. Ich bin einsam. Twinkies nicht auf. Willi, kannst du auflegen? Jo. Tschüss. Willi, leg nie auf. Ja, das wiederholen da. Ich brauche die Powerbank. Wenn er zuweiter geht. Was wollen wir dem FIPS gleich erzählen? Die wollen bestimmt wissen, was sie von ihr wollten. Wer ist denn FIPS? Ja, die Typen, die gerade bei uns waren. Mit dem frischen Jaxen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie wollten. Die kommen bestimmt wegen den Typen, die dich bedroht haben. Ja, ich kann nicht sein. Den 1,3 Millionen Dollar, die du denen geben sollst. Ansonsten fackeln die das Taxiunternehmen ab. Weißt du nicht mehr, Pinsel? Doch. Wegen dem Geld, was die schon seit Wochen bei uns erpressen. Wie hießen die? Ähm, die Brownies. Die haben braun getragen. Na, pass auf. Die dürfen die nicht anlügen. Wieso? Ich weiß, was wir machen, wenn die reinkommen. Oh, oh, oh. Nimm alles, was du willst. Sorge. Nimm alles, was du willst. Also, Peter ruft an. Hallo? Ich hab meine Pistole auf. Nimm. Wir sind beim Waffenladen. Bei der Verwahrstelle. Achso. Oh, stimmt. Ich hab die vergessen. Ich hatte einen Kunden. Ja, aber die sollen doch herkommen, oder nicht? Achso. Ja, ich bin am Waffenladen. Bei der Verwahrstelle. Du hab vergessen, dass die was von mir wollten. Pinsa, ich geh kurz Pibi machen, Lulu. Bis dann. Bye. Bye. Kurz klutschelt. Nimmt euch Klingepäckchen. Formation photo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. It's only a game. Why you have to be mad? Steffmann, dankeschön für den Prime im fünften. Still und heimlich. Danke. Hallo, Jürgen. Ja, hallo. Seid ihr durch oder was glaubt ihr noch? Ja, jetzt. Treffen wir uns oben? Ja, wir sind noch oben. Ich hab noch einen anderen Termin gerade auf Wandel. Alles klar, bis gleich. Das ist Peanut, das ist mein Freund Jürgen, mit dem bin ich damals eingereist. Jürgen, das ist der Peanut. Hallo, Jürgen. Und fasst du meinen Bauch an? Ich wollte eigentlich bis zu deinem Arm kommen, aber hat leider nicht hingehauen. Pinsel, wir müssen zum Herrn Juri schnell. Ja, dann mach das mal. Wir treffen uns später nochmal. Vielleicht. Eventuell. Ja. In unserem Job. Jawohl. Oh, jawohl. Ja, ich hab nur mitbekommen, wie der Hans-Peter sagte, äh, die sind nicht mehr auf dem Gelände. Oh Gott, Ronny. Pinsel. Schieß, schieß, schieß das. Wollt nur meine Hechtronne trainieren. Komm jetzt, der Herr Juri kann nicht lang warten. Jawohl. Wir müssen nur nicht. Ja, bis später. Ich dachte, der Fipp kommt jetzt her. Ich dachte auch. Vielleicht ist Opa will die beiden Fipp. Tja. Vielleicht ist der undercover. Wir müssen Richtung Highschool. Okay? Mhm. Weißt du wo? Mhm. Was hast du im Mund? Gip her. Mhm. Gip her, ich will auch. Gib da, gib da. Gip da. Gip da. Gip da. Gip da. Gip da. Gip da. Teil mit mir. Nee, 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 das ist Hunger. Pa, was ist das denn? Mhm. Nee, das will ich nicht. Du hast ja schon drauf rumgekaut. Ähm, mich. Äh, äh, Missyway. Missyway? Äh, äh. Sieht aus, als hätte jemand in den Mund geragert. Äh, äh. Misha? Was? Misha? Schluck runter. Ach, Misha? Wieso? Nicht möchte ich. Ich habe noch was dabei. Okay. Ich habe noch ein Kinkbäckchen. Kinkbäckchen. Aber eigentlich macht das gar kein Geräusch, nur wenn es was leer ist. Misha, Trinky macht Ärger, wenn wir schon wieder umziehen müssen. Weiß, dann hat sie viel eingeschoppt schon. Na, wir haben Möbel gekauft, ne? Also schon bestellt. Oh, oh. Die... Musst du abbestellen. Kann man nicht mehr. Kann ich mir nur ganz schnell zwei deine Tablette kaufen? Ja. Nur schnell. Bringst du mir auch was mit? Aua. Jetzt brauche ich auch eine. Echt? Ja. An sich, Sarah. Wie viel brauchst du? Einen. Okay. Das ist doch der schlechteste Sound, den ich gefunden habe, Alter. Ey, wie schnell vergeht denn die Zeit? Mann, das ist doch unheimlich. Geht's euch gut, Chat? Hallo? 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 Und lass die Miele in Ruhe. Du hast lange gebraucht, ne? Ich habe auf den komischen Knopf gedrückt. Welchen Knopf? Den Notfallknopf. Warum machst du das? Wieso? Und jetzt kommen die hinter uns her? Nö, weiß doch keiner. Nö, die haben keine Bewachungskamera. Oh, ja gut, dann haben wir ein Problem. Du, du warst da drin. Ich habe nichts mit dir. Nee, ich war das nicht. Das war der andere. Was ist hier? Was ist hier? Das sind die? Die Bownies. Und schon wieder ein Kreis. Ja, ich würde echt sterben, wenn ich im Kreis stehen würde. Wir machen den Taktikel. Kreis-Sekunden-Besprechung. Äh, wir müssen so heiß gut. Da, wo ich dich angedürftet habe. Weiß. Weißt du noch? Jo. Ja? Jo, ja, das. Möchtest du denn mit uns zusammenziehen? Ja. Okay. Sollen wir Willi auch noch dahin ziehen lassen? Warum nicht? Ich frage den Herrn Juri gleich. Wir müssen uns nur um das Grundstück kümmern. Haben wir da Rasenmäher? Der Herr Juri und der Herr Slava haben einen. Na, dann fahre ich da rum. Ich auch. Aber ich brauche. Wir sind viel bessere Rasenmäher als du. Nee, ich bin Meck-Rasenmäher. Ich komme vom Dorf. Ich habe Kühe gesehen, die Grasen. Ich will eine Kuh melken. Boah, vielleicht dürfen wir eine Kuh haben. Boah. Wir müssen da eine Straße links suchen. Guck mal, da ist nur mein Blut. Ja. Und das ist blau. Du bist ein Adliger. Ich bin Alien von Halo. Was ist Halo? Ein Spiel. Oh, neue Diablo-Season hat heute angefangen. Echt? Ja. Hast du schon mal gespielt? Ja, drei. Ja, Diablo-3, neue Season heute. Ja, Feuer. Nee, ist immer das selbe. Oh. Ich habe auch ewig nicht gespielt. Wo müssen wir denn hin? Weiter geholt raus, ich sag dir schon. Okay. Ich bin nämlich ein super tolles Navi. Okay. Das ist eine riesen Anlage, ne? Das ist viel Rasen und so. Wir könnten da Kühe und so halten. Ja, warum nicht? Nächste rechts. Aber mit Handbremse, komm. Alter, das war wohl nix. Ging das? Nee. Oh Mann. Du musst dagegen lenken und Gas geben. Und immer so. Hier rechts müssen wir reinfahren. Das ist das Anwesen. Gott, wie schlecht. Ich muss das üben. Oh, komm mal. Hier mache ich es jetzt. Deja vu. Pass auf. Hallo. Ach, nö. Das ist ja ganz, Herr Slava. Nein, Slava ist, der ist im Urlaub bis Mittwoch. Ah, stimmt. Er hat gesagt, dass der Molo fährt. Richtig. Ja, wie gesagt. Du kannst aussteigen, ne? Das ist ein Grundschicht wert, das halt. Ja. Du müsstest halt Rasen mähen, dann müsstest ich noch den Rasenmäher organisieren. Ja. Und halt gucken, dass wir keine fremden Autos parken. Und dann könnt ihr von mir aus hier kostenlos wohnen. Kostenlos? Kostenlos. In dem Haus oder da oben? Von mir aus in beiden. Okay. Ja, das ist kein Problem. Wir brauchen nur die Intensil, wo es den Pinsetzinger hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist der... Hallo. 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 Wir brauchen nur den Rasenmäher und Kescher und sowas, wenn es hier einen Pool gibt. Ja, es gibt einen großen Pool. Tennisplatz. Und dein Pool ist da hinten drüber auch noch da. Ich brauche auf jeden Fall einen Kescher. Einen Kescher. Weil das sind ja noch Blätter in dem Pool. Hoffentlich schneiden wir die Bäume ab. Nein. Da kommen keine Blätter mehr rein. Nein, keine Bäume töten. Warum nicht? Was macht dein Frosch? Das hier, warte. Ist der immer noch da drin? Ja. Da. Da ist Hashish. Hat er von der Insel mitgenommen? Nein. Doch, von Herrn Juri, seine Insel. Seine Frau vom Taxi hat gerade auf seinen Rücken geleckt. Jetzt ist die high. Ja, wundert mich nicht. Da, wo der wohnt, davon weiß ich nicht... Äh, nein. Nein. Ich war vorhin beim Tierarzt mit dem. Und was sagt der Tierarzt? Dass ich den nicht mit Kuchen füttern darf. Darf mein kleiner Hashish im Pool schwimmen dann? Von mir aus, du hast hier vorne einen kleinen Pool. Also da ist der kleine Pool und da hinten oben ist der große Pool. Tatsache, das ist ein Teich. Aber ich kann das Schisch nicht freilassen. Der gehört mir für immer. Rein da. Wenn du schlafen gehst mit Puppe oder Jürgen, dann stehst du auf mit Fingern, die stinkt. Okay. Hat meine Oma immer gesagt. Ja, aber wäre das hier dann was für euch so? Na klar, guck mal, was hier abgeht. Aber ich glaube, ich bekomme Ärger mit Twinkie, weil ich schon wieder umziehen. Das ist das vierte Mal diesen Monat. Das fehlte Mal? Ja. Ja, aber hier hättet ihr halt mehr Platz, schönerer Aussicht, großen Pool, Garten, ja. Ja, wir brauchen nur einen Rasenmäher und so. Ja, den besorgen wir. Okay. Fahren wir morgen oder so, fahre ich den kaufen und lass den hier hochbringen. Oh, ich hab letztes Mal einen gesehen auf dem Highway, den Rasenmäher. Auf dem Highway, den Rasenmäher. Ja, auf dem westlichen Highway ist ein Rasenmäher gefallen. Oh, okay. Ja, aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann lassen wir die Papiere ändern auf das hier Grundstück und dann, ja, können wir das machen. Nochmal, was für Grund, was Papiere? Ja, die Mietpapiere hier, dass ich hier wohnen dürfte, offizielles Dokument. Achso, Mietvertrag. Ja. Okay. Machen wir. Ja, alles klar. Ich mache die Außenfassade neu. Okay, ja. 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 Ja, okay, warum auch immer. Ja, und ich pflanze ein paar Früchte und so. Ja, immer gut. Selbstversorgung, immer gut. Ja. Apropos Früchte. Peanut? Ja. Was machst du lieber? Erdbeeren, Bananen oder Weinbaugen? Erdbeeren. Erdbeermarmelade. Machst du Erdbeeren? Guck mal hier, ich habe was für dich. Erdbeermarmelade, Beste. Oh, bist du einer vom Feld? Nee. Wo ist denn dein Schaufel? Danke. Ich bin einer vom Cube. Boah. Die sehen ja aus, als hätte ich dich aus dem Käfig vom Haschisch geholt. Ich bastel dem noch einen kleinen Helm aus dem Haselnusschaule. Also, ich kann auch mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie ein Gerege oder so für den bekomme. Das ist übrigens ein Mädchen, ne? Der Tierar hat geguckt. Okay. Also, eigentlich ist das eigentlich ein Shisha. Shisha? Aber wenn ich E-Name benutze, dann sagen alle, lass mal ziehen, Bruder. Und das wollte ich nicht. Aber sie braucht kein Kopftuch, oder? Nein, nein, nein. Auch nicht bei der Sonne? Nee. Sattel, der kriegt einen kleinen Helm. Oh, gut. Au, 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 au. Was hast denn du schon wieder? Krisch. Erst rennst du weg, jetzt steigst du wieder ein. Was ist mit dir, Pinsel? Krisch. Ja. Also, Pinsel, wir können hier kostenlos wohnen, wenn wir uns um das Grundstück kümmern und aufpassen, dass hier keine Obdachlosen Gangdanks feiern. Und Herr Juri besorgt einen Rasenmäher, dann müssen wir das hier pflegen. Krisch. Ja? Ich kümmere mich ums Tisch, ums Netz, was ich da oben sehe. Und da ist auch noch ein Pool hinten. Da kann Haschis schwimmen. Oh. Du kannst auch mit Haschis schwimmen da drin. Wie viele Leute dürfen denn hier einziehen, weil du ist schon riesengroß, ne? Ja. So viel wie ihr Platz habt. Ja. Da voll ist riesig, da ist und da oben sich auch noch. Ja. Danke. Die Ursache. Weil wir haben noch einen Freund im Wille. Wem? Willi. Willi? Ist das der vom Taxi? Ja, genau. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Das ist der mit dem Pferdeschwanz, oder? Ja. Ja, der, der so komisch reden kann. Der mit dem Pferdeschwanz und der Dingsfrisur. Und den langen Haaren, ja. Ja. Wie viel ist ein Blatsch hier? Ich meine, hier kannst du locker mit einer ganzen Gang hinziehen. Hallo? Ja, ist ja nicht so, dass vorher hier eine gewohnt hat. Ja, ein Keidig, Leute. Aber wir haben schon Möbel bestellt. Die müssen wir dann hier hin liefern. Das ist kein Problem. Oder ist das mobilisiert? Also, wir können auch die Möbel überlassen hier. Das ist auch kein Problem. Okay. Oh. Das ist ja auch ein großes Brett. Wie viel kostet denn die Miete schon? Ja, nichts, wenn ihr für Rasenmäht und aufpasst halt. Aber wo ist der Haken außer einem Pinsel in deinem Finger? Willst du meinen Haken sehen? Es gibt keinen Haken. Du sagst, du musst nur aufpassen, dass wir keine Reckenpänner parken, die hier nicht zu suchen haben. Willst du meinen Haken sehen? Guck mal auf meinen Finger. Rechts. Und halt Grundstück ordentlich halten. Ansonsten gibt es keinen Haken. Hallo? Guck mal auf seinen Finger. Ich will das nicht sehen. Guck mal. Guck mal. Oh mein Gott. Guck mal. Guck dir den Haken an. Das ist auf deiner Insel passiert. Oh, okay. Warst du hier bei Doktor gewesen? Nee. Ja, den Fazit Doktor? Nee. Vielleicht kann ich den berichten. Nee, ich mache da so Extras, ja. Ach so. Das ist eingeboren. Wir waren am Strand und da sind so Kisten vorbeigeschwommen. Ich habe die Geänder hakelt. Das ist krass. Mit dem ganzen Klebeband und den Scheren. Und den Scheren, genau. Guck mal. Ich kann nicht weggucken. Ich muss das auf der Finger gucken. Das ist wie ein Unfall. Oh. Da lacht sogar Hashish. Ich dachte Hashish, ja. Nein, Hashish. Ich glaube, bevor das eskaliert her, ich muss los. Aber das ist dein Grundstück, ne, Herr Jogi? Das ist unser. Und wenn die Polizei kommt? Nix. Wir machen Papiere fertig und dann, ja. Okay. Das gehört zwar von mir privat, das hier. Du kannst die Hecken trimpen, so. Ja. Ich dachte, der Busch muss gestreichelt werden. Ich will. Der Busch muss gestreichelt werden. Er so, oh. Da ging direkt die Augenbraue hoch. Hallo. Huckelo. Da bringt dann der Hakenfinger auch was beim Busch. Ja, da verhedere ich mich. Festgefahren, ja. Einfach fest dran ziehen. Okay, und was machen wir? Machen wir dann morgen mit dem Schlüssel? Wir brauchen den Schlüssel. Ja. Oder ist er offen? Das Tor hat kein Schloss. Nee, nicht das Tor. Hier für das Haus. Für das Haus. Für das Haus. Ja, Mietvertrag und so schon. Mietvertrag mache ich fertig. Ja. Guten Morgen. Morgen oder, welchen Tag haben wir heute? Wenn du uns nur einen Schlüssel gibst, dann kommt hier einer hin, der hat ein Vorkaufsrecht. Wir haben das Vorkaufsrecht. Oh. Ja, siehst du, dann kommt hier hin und sagt, ja, wir haben das Vorkaufsrecht. Das ist angeschlagen. Das haben wir auch. Ja, aber die laufen uns hier zu wohl. Ja. Wenn wir die Busch streicheln. Ich meine nur mit dem Sitzrasenmäher hier. Ja. Ja, was denn sonst? Ja, haben wir doch. Oh. Wir lassen den entweder morgen oder Sonntag. Wir lassen den Kuchen liefern. Ja. Wir brauchen zwei. Ja, kriegen wir hin. Vier. Nein, drei. Das wird schwierig. Okay, zwei. Zwei kriegen wir hin. Ich muss das erst mal meiner Frau erklären, aber die ist doch eh noch Urlaub. Ja, die weiß es nicht. Machen wir das ganz einfach. Wenn sie wieder gesund ist, ich bring sie zurück, hol sie sie einfach unten ab. Dann ist sie vielleicht ganz entspannt. Und dann zeigst du das hier oben. Sagst du, hey, wir müssen nach Hause gehen. Ich kenne meine Frau nicht, die klatschen mir ein und sagen, du hast schon wieder Glücksspiel gemacht und hast gewonnen hier. Okay, dann mach es anders. Dann machst du jetzt einfach den Umzug in der Zeit, wo sie noch krank auf der Insel ist und dann sagst du einfach, hey, wir wohnen jetzt hier. Okay. Oder irgendwie so. Okay. Machst du ein Grillfest, wenn sie kommt mit ganz viel Essen. Was sagst du? Wer ist eigentlich der Kerl hier? Ich bin Peef vom Cube. Der ist Peef. Der ist Peef. Peef, guck mal auf meinen Finger. Was willst du? Guck mal auf meinen Finger, da ist ein Engelhaken. Das willst du nicht sehen. Guck weg, guck weg. Der andere. Was ist damit? Das ist Captain Hook. Wenn ich damit poppe, brauche ich zwei Minuten, bis ich ihn wieder rauskriege. Oha. Den Finger, nicht den Borken. Nein. Ich habe keine Zeit für sowas. Okay, dann fahren wir mal Willy. Bringst du gerne Cola von Ihnen? Sind Sie morgen wieder im Land, Herr Jovi? Ja, ich bin morgen da. Wenn ich nicht entführt werde, ja. Warum sollten Sie ihn füllen? Oh, danke schön. Ach, ich weiß nicht. Es gibt da so ein paar Leute, die meinen, dass ich auf Wehrlose gegangen bin, weil ich denen klar gemacht habe, die sollen sich von meinem Grundstück verpissen. Oh, Wehrlose? Da. Okay. Was machen wir? Ich muss noch was wissen. Was denn? Weil ich die vom Grundstück geworfen habe. Wer wohnt hier jetzt alles? Hallo. Noch nicht. Also wir beide und Pinky. Ja, Twinky. Und wir fragen, will der noch? Okay. Also wir können fragen, aber ihr wohnt nicht hier, ihr zwei? Nein, nein. Kann sein, dass wir zwischendurch mal hier im Office vorbeischauen. Nein, du musst klingeln. Das ist jetzt unsere Hütte. Ich komme dann vorbei im Klingeln einfach. Oh. Ich verstehe gar nicht, was der da gerade getan hat. Nein, aber wenn sie... Oh Mann. Okay, wir stehen dann weiter. Wir müssen unbedingt nur mit Billy quatschen. Ja, wir müssen auch weg. Wir telefonieren im Morgen. Ja, wir telefonieren. Und Piefke vom Kuh, Frau Reinhardt auch. Bis morgen auf der Beachparty. Ihr kommt vorbei, habe ich gehört. Ja, klar. Hast du eine Beachparty? Aber Hase Petter feiert morgen Geburtstag. Wer? Hase Petter. Oh, wann feiert der denn? Ich bin, glaube ich, gar nicht eingeladen, aber der feiert. Perfekt, aber ihr seid doch auf die Beachparty eingeladen. Wann ist die denn? Wo ist die? Also 8, 9 Uhr irgendwann. Und wo? Am Park war es 22. Am Strand unten. 22? Ja, genau. Und wo ist die Prinzessin? Auf der Erde. Die ist am Strand, die wartet auf dich. Prinzessin Peach? Die ist am Erbefeld. Oh. Oder im Wald Holzkloppen. Kinderfell. Ach gut. Okay, bye-bye. Dürfen wir die, wenn hier Fremde kommen, einfach abknallen, weil das unser Grundschul ist? Ja, komm. Ja, die dürfen nur auf Wehrlose gehen. Immer auf Wehrlose, immer von rechts. Immer auf Wehrlose. Ich rufe jetzt dem Wille an. Ich habe nur eine Frage an dich. Ja. War Kralle Gras eben hier und hatte Leitschändel von geklaut? Wer ist denn Kralle Gras, Junge? Und aus dem Taxi? Achso, nein, da war keiner. Nicht? Nee. War so, als hätte ich das Leitschändel von. Ja, Pinat. Willi, wir müssen uns unbedingt treffen. Oh, was passiert? Wir haben das Angebot unseres Lebens bekommen. Und da du auch unser bester Freund bist, wollen wir mit dir unser Glück teilen und dich mit hochziehen. Ja. Was heißt hochziehen? So bin ich. So bin ich. Vergess nie meine Freunde. Okay, das stimmt. Wo soll ich irgendwo hinkommen? Wo sollen wir uns treffen? Äh, ich bin gerade am Pink Cage. Warum? Wir treffen uns am Pink Cage lang. Ja, wenn ihr hier hinkommen wollt, dann kann ich nur schnell... Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Weißt du, wir holen uns den Willi, dann brauchen wir nix machen. Dann soll er den Rass wählen. Was? Wir holen uns den Willi, dann brauchen wir nix machen. Okay. Nee, Mila, das ist nicht der Gieber. Ich denke mal, der baut das noch für sich um. Einmal mähen für immer. Nein, ich will auch Rasenmähen, bitte. Ja, einmal mach mal du Rasenmäher-Tour. Dejabu. War das gut? Was? War das gut? Dejabu. Nein, war das gut? Ach so, ja, das war in Ordnung schon. Du musst halt üben. Du musst die Hangbremse ziehen. Ja. Und dann gegenlenken und immer ein bisschen Gas geben. Oh. So langsam. Das geht aber nicht mit dem Taxi so gut. Nee, ich brauch den kleinen Blauen. Hä, in deinem Alter? Was? In deinem Alter brauchst du den kleinen Blauen? Bist doch nur jung. Ich bin Ronny, ich verstehe das nicht. Hä? Den kleinen Blauen. Wie kann man das nicht verstehen? Du bist ein Typ, Junge. Aber ich... Hast du noch nie heftig gebachbart? Die Casper? Nein. Die kleine blaue Pille, Viagra, Mann. Oh mein Gott. Wow. Wir fanden so ein Pinkage. Boah, du hast den Witz echt nicht verstanden, ne? Doch. Kein Wunder, dass du ein Sachpädagoger bist. Und du? Was denn? Riech auf meinem Finger. Riech auf meinem Finger. Riech auf mein Herz. Du bist so ein Dummkopf. Warum? Ich bin ja auch kein Essier. Oder es ist ja du. Ich hab dich trotzdem lieb. Ich hab dich ja auch lieb. Jetzt küsst du mich. Nein, ich darf Twinkie nicht fremdgehen. Das petz ich dir. Nein. Dass du mich fremdgehen machen wolltest. Wow. Ja. Dann nimm das so. Ich finde ihn nicht. Du hast ja immer nur Duckface. Ich will dich nicht... Nein! Okay. Ich verpetze dich. Ich stehe nie davon. Nein, warum? Ich weiß nicht. Ich war so im Element. Will dich. Willst du das alleine besprechen? Ja? Müsst egal. Wenn die zwei... Ja, weiß ich nicht. Wer sind die dann? Das ist der Jürgen. Dein ist der Jürgen ein Gumpel. Und dat ist der Vermieter vom... äh... Pinkage. Das ist Brian. Das ist der Reinste. Immer Taschengeld, Brian. Was ist denn passiert? Nur so. Du schnappst oder Alkohol? Toll jetzt kann ich dir nichts sagen mit euch. Kann ich noch vorher pinkeln gehen? Oder... Ja, geh ruhig. Pinkeln. Okay. Ich habe dich einen Namen verstanden von dem Herrn hier. Was? Ich bin Peanut, hallo. Ah, hi Peanut, grüß dich. Grüß dich. Äh, was wolltest du, Ronny, ein Auto? Äh, ja. Wofür brauchst du denn? Oh, so 200.000. Ich fahre mal eben zum Bankautomaten. Hä? Ist das dein Papa-Pinsel? Nee. Bis gleich. Der gibt dir 2.000 Euro. Blüttel. Ich weiß nicht. Ich wollte... Ich habe eigentlich nur hochgepokert. Ich dachte, ich kriege aufs Maul. Jetzt kriege ich... Jetzt kriege ich wohl Geld. Der gibt dir Geld? Warum? Oh, keine Ahnung. Jürgen, hast du schon eine Wohnung? Äh, ich habe jetzt immer bei einem, ähm, äh, hier... Ich bin jetzt gerade erst wieder eingereist. Ich war jetzt was weiter weg. Immer, ich war sonst immer beim Willi geschlafen. Okay. Wartet, wartet. Ich habe auch eine Zeit lang hier im Pink Cage gewohnt. Wein, ich sagte 500.000. Ich weiß ja auch nicht. Hä? Okay. Ich bin mal gespannt. Was habt ihr gewohnt? Ich bin gleich schon 500.000 reicher. Wie kann man denn... Boah, das wird schwierig, Alter. Heute war wieder ein verrückter Tag. Heute war ein klasse Tag. Ja. Was habt ihr gemacht? Wir sind aus dem Urlaub gekommen. Wir waren auf der Insel. Ja. Das haben wir, glaube ich, schon 50 Mal gesagt. Und ich habe ja schon 60 Leuten meinen Frosch gezeigt. Ich... Müsste ihm auch noch sein? Nee. Nee, danke. Ich kann nicht... Los, Hatschi, sag hallo. Hab den gedrückt. Er war am Schlafen. Wie so ein Marshmallow. Oh Gott, das beißt sich aber. Ich soll Gurken und... Was sollst du mitbringen? Oh, nö. Hallo. Du musst immer noch die Rechnung zahlen, Jutta. Ich habe die doch schon bezahlt beim Willi. Hast du schon? Ja, 2.500 hat die Mehl. Gegeben, das stimmt. Okay. Beim letzten Rennen noch schon, letzte Woche schon. Okay, dann habe ich dich wieder lieb. Ich hatte dir eine Rechnung ausgestellt. Ah, das ist gut. Also, Willi, pass auf. Ja. Ich versuche dich mal zu umarmen. Komm her. Okay. Lies zu fest. Oh ja, sorry. Mann, du hast... Hast dich wehgetan. Wer... Wen habe ich wehgetan? Der Frosch. Hallo, Ryan. Mein Frosch. Na. Miete. Miete ist alles. Ah, ja, stimmt. Ronny, ich habe ein Problem. Das ist Ronny. Was? Konto war gesperrt. Aha. Ja, aber ich kann sein, dass ich vielleicht heute 100.000 oder so verzockt habe im Casino. Was? Und Bank hat es so gemacht. Aber ich habe aber noch mein Geldmarkkonto. Da habe ich alles abgehoben, jetzt, was ich hatte. Hier, das gebe ich dir jetzt. Jetzt höre ich mal. Mh... Hier, bitteschön. Dank. Oh, Sir, danke. Kannst du ein paar Lollis von drauf. Okay, ich warte, kriegst du direkt. Was ist denn... Ja, 50%. Ähm... Kannst... Ich hoffe, da kannst du ausrechnen. Natürlich nicht, sag es mir. Warte. Ich weiß nicht mal, was du mir gegeben hast. Was habe ich dir gegeben? Keine Ahnung. Hast du noch mal in der Tasche? Ich glaube, das waren 148, ne? 148 Dollar. Ja, dann sind es 74, 50%. Los, where's the money, Liboski? Ey, Jutta. Tell me the money, danke. Fliegst du heute noch so im Mond, oder was? Ein Urschwarrer. Wie, Brüder, 50, 50. Ich wollte eher auf den Clubfahrt gehen, aber die hört mich schon zu, die... Hallo, hallo, Willi, hörst du zu? Ja, ich höre dir zu, Peanut. Wir waren ja heute im Urlaub auf der Insel da. Ja, hast du erzählt. Und wir haben jetzt noch einen Zweitschub als Gärtner. Äh, wo jetzt dann? Das ist dann so eine Riesenvilla. Ach, da. Nicht bei deinem eigenen Gart pflegen. Das ist echt ein Riesenvilla. Ja, ja, okay. Und da? Warte, beim Juri auf der Insel? Beim Herrn Juri, ja. Ja, und da? Und da? Ja. Das gehört uns, das Haus. Äh, wie? Ja. Der hat uns das gerade geschrieben. Welches Haus? Ein Riesenvilla. Auf der Insel? Nein, hier. Ach so. Okay, und das heißt? Und du wolltest mir dich fragen, ob du mit einziehst. Ehrlich? In diesem Vosel. Wo willst du eigentlich doch noch reinziehen, Willi? Ja, chill doch. Ich hab ein... Kannst du mir das zeigen dann? Ja. Und wenn dein Freund noch nix hat, kann der auch reinziehen. Oder ihr zahlt miete hier im Hotel. Also willst du ja oder nein? Ja, klar. Also, ich guck mir das gerne an. Aha, Chad, aha, aha. Ja, ich wohne ja eh jetzt hier hinten in der Weinwood Hills. Aber wenn das... Das ist 20 Mal so groß. Ehrlich? Kann ich das gleich mal sehen? Ja. Aber wir müssen nach Rasen wehen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Das kann ich ja auch machen. Wechseln wir uns ab. Und wie ging Riesenmeer? Ich bin angefangen. Ist das Jürgen? Ja, sagt er, Willi hat er als Hoosmeister hier angefangen. Ja, richtig. Als Pistar? Als Hausmeister. Hausmeister. Das heißt Facility Manager. Ja, richtig. Willi wohnst zwar nicht mehr bei mir, aber das finde ich so schade, aber Hausmeister ist immer noch. Zumindest in meinem Herzen. Aber oben mit den Klimaanlagen habt ihr da mal was gemacht. Ja, klar. Gegen getreten, dann laufen die wieder. Doch immer. Ja, klar. Lass das Handtuch vom Ventilator. Ja, wir haben noch die Deckenventilatoren, oder nicht? Oder bin ich gerade im falschen Film? Nee, da habe ich mich nicht mehr dran gehangen. Wolltest du Selbstmord machen? Nee, da habe ich die Six schon wieder mehr dran gehangen. Ach, die Björky von Ikea. Ja, und Willi hat immer den Türstoppen drin gelassen, dass ich mal zugucke, ne, ihr Schweine. Ja, wir wollten das so. Pinsel, Willi, zieht mit ein. Komm, ich fahre noch mal hin. Willst du mal sehen, Willi? Ja, gerne, gerne. Ich lasse meinen Buggy hier stehen, ja? Ja. Wir haben zwei Plätze rein. Wir müssen noch Miete machen, ne? Tschüss, böse Jutta. Wir müssen noch Miete machen. Tschüss. Mach's gut. Schönen Abend. Tschüss. Willst du Rechnung machen, oder muss ich sagen? Äh. Darum sagst du denn noch Nein? Das war doch klar, wenn du ja sagst. So, wie kann man denn dann Nein wecken? So lockt man Willi. Ja, warte, den locken wir jetzt, weil der stellt schon so einen Kreis. Guck, siehst du? Guck mal, wer rennt. Willi, ich hab dich befreit. Boah. Boah. Und da können wir wohnen, oder was? Ja. Ja. Für umsonst. Wo wohnt denn dein Freund eigentlich? Der Jürgen ist ja jetzt meistens, ist ja immer in Köln beruflich. Aber der kann gerne sonst bei mir pennen, wenn der dann mal hier ist. Jo. Ja. Ja, gerne. Aber nicht der Mörder. Der nicht. Äh. Kannst du mich mal anrufen, Jörg? Ich glaube, ich hab deinen... Ich weiß ja, wie du mein Telefon heisst. Wo hättest du denn Nein gesagt? Der hat gescheppert, mein Alter. Kölscher Adelsname. Jürgen Schmitz. Oh Gott. Ich nenn ihn Smitty. Wie, Smitty? Wieso Smitty? Smitty. Smitty. Also Smitty. Okay. Ja, what the fuck. Wo fahren wir hin? Ich weiß gar nicht, wie du heisst in meinem Telefonbuch. Oh. Ruf mal an. 5, 5, 5. Fahr ich denn lang? Ja, frag ich mich auch gerade. Ja, 5, 5, 5. Ja, weiter weiß schnell. Ah, schon wieder ein Kreis. 5, 5, 5, 5, 4, 6, 7. Hast du deine Nummer im Kopf? 0, 6, 7, 9. Ja, ich glaube, vielleicht könnte es jetzt schon sein. Und, ähm, was ist denn, wenn, wenn jetzt mal gesetzt im Fall, ich hätte vielleicht mal, äh... Frauenbesuch? Ja, danke. Ach, das ist doch nicht schlimm. Kann ich mitnehmen? Ach, klar. Oh, du musst nur ein Handtuch vor die Tür machen, weil der Pinsel guckt nicht immer nur Schlüssel los. Oh, nein, das macht der ja nicht. Ach, der nur bei der Jutta. Soll ich dir sagen, wie du mit dem Telefon heisst? Ja, wie denn? 5, 5, 5, 2, 8, 2, 4, 5, 8, 0. Aber du den Namen, den Nummer eingegeben. Oh. Ich leg mir auf. Leg du auf, ich fahre. Ja, sag ich ja. Ach so. Achtung, das wird ein Déjà-vu. Oh, bitte nicht, Ronny. Oh, ja, Baby. Ronny. Déjà-vu. Oh, das ging gerade aus. Sei denn noch da? Hä? Willi? Gut, dass ich, ja. Also, ja, okay, dann, ich muss noch gerade wohin. Ich kriege was gezeigt und dann dauert noch ein paar Minuten. Ich komme dann, ja? Äh. Nein! Dann würde ich dir das sagen, weißt du doch. Willst du mit mir Drogen nehmen? Ehrlich nicht. Ich freue mich noch, dich zu sehen. Dann auf die Sporen heben. Hallo? Okay, die singen so laut. Okay, dann bis gleich, ja? Für Jill. Jetzt Déjà-vu. Versuch's, ich geh mal messen. Achtung, Déjà. Déjà-vu. Ich bin angestellt, weil ich von Ronny in Trautereinsteiger immer direkt. Ich habe mich aus Versehen auf Faschisch gesetzt. Direkt in sich jetzt. Mann, das ist voll anstrengend, Déjà-vu. Gary Lee, Dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Für 13 Minuten, ich hoffe, du bist noch da. Oh, mein Gott. Oh, das war auch so ein Anstrengend. Hier? Ja, hier. Kenn ich doch. Hier waren wir in der Hochzeit. Ja, hier wohnen wir jetzt. Ach, Quatsch. Doch. Das ist kein Witz. Und ich darf hier auch wohnen, meine Autos parken. Ja, alles. Wir wohnen hier. Komm, wir gehen mal hinten hin. Ich wollte nur nicht gucken. Hier soll's doch ein Pool geben. Wir haben schon hinten mal angekommen. Ey, Alter, Sack, schubst mich hin. Hier war deine Hochzeit, Willi. Äh, nein. Wen hast du denn geheiratet? Ich meine, da war... Ja, die Samantha geheiratet. Die hab ich doch zum Altar begleitet, da oben. Hier können wir überall wohnen. Ist sogar Möbel bleiben drin. Und einen Tennisplatz gibt. Aber wir müssen uns... Willi? Ja? Wir müssen uns dann um das... Ähm... Anwesen kümmern. Anwesen kümmern. Ja, das kriegen wir hin, oder? Der holt die Rasenmäher raus und so. Da müssen wir Rasenmähen und Hecke schneiden. Ja, aber bei dem großen... Und streicheln die Busch. Beim großen... Bei so einem großen Rasen sollen wir dann jetzt so ein... Was? Okay. Der will das nicht gehalt. Nee. Warte, mit streicheln die Busch? Ja. Ja, ich versteh den nur nicht gerade. Ja, die Busch. Achso. Jetzt ist er angekommen. Das ist doch aus deinem... Ergang. Ja, danke. Die Busch. Barschloch. Ich mein, du hast ja auch die Busch im Gesicht. Okay. Ähm... Ja, das war mit dem schönen Pool hier, ja? Hier gibt's den Pool? Ja klar, da hinten. Ja, da oben. Und das ist jetzt... Und wir dürfen hier wo? Ja, das gehört uns. Ja, aber wer darf denn noch hier wohnen? Alle, die wir wohnen. Also ihr bestimmt das? Ja. Okay. Sozusagen. Aber nicht, dass er... Parsons Rehabilitationscenter... Ja, ja, ja. Hier passt man perfekt hin. Hier passt man richtig gut hin. Boah, was für ein Pool. Ja, da oben haben die geheiratet. Da ist voll die schöne Aussicht. Wo? Da hinten, komm mal mit. Hier war ich noch mit der Jutta... Das ist aber kein Busch in die Pool. Hä? Oh, guck mal, da ist sogar liegen. Da kann Twinkie sich sonnen. Nee, ich glaube nicht. Mann, ich komme aus einer Scheune aus Arizona zu einer Villa in Los Santos, Alter. Ich habe es geschafft. Müsst ihr dafür irgendwas tun? Also außer Rasenmähen? Und auffassen, dass hier keine Asis hinkommen. Okay. Ich glaube da... Ich glaube nicht. Was denn? Oh, guck mal, da liegen schon Handtücher. Die sind billig liegen. Wir müssen die austauschen. Da sind keine billig liegen. Doch. Was redest du denn da? Das Gute ist, mach mal Goni holz. Ja, schickes Ding in ihr. Boah, habe schon viele gesagt, Fischi. Wie kommt der jetzt da drauf? Also dazu? Weil wir haben... Der hat uns ein Jobangebot gemacht. Wir sind ja immer nur im Ausland. Wir sind ja nicht hier. Boah, was für eine Aussicht. Joa. Boah. Wir müssen eigentlich ganz auf den Berg da hoch. Ab wann können wir denn hier wohnen? Ähm, der macht die Papiere fertig, glaube ich, von morgen oder übermorgen. Morgen oder übermorgen, okay. Ja, gut. Was ist das für eine Aussicht? Guckst du dir an, Willi, die ganzen Geringverdiener? Ja, da unten stehen sie. Warte. Im Kreis. Da vorne. Hallo? Oh, guck mal, da kommen sie. Da. Da. Guck mal. Oh, haben die sich gedreht? Ja, der hat sich gedreht. Oh Gott. Das war ein Sheriff. Oh. Der fällt dem Berg runter. Das ist Schande. Ich glaube, der hat Hunger. Wo ist der hingefahren? Scheiß nicht. Ja, das passiert, wenn der Chef nicht guckt. Ja. Aber mir haben die ja... Polizei, dein Freund und Helfer. Und fragen, ob alles in Ordnung ist. Na, Quatsch. Nö. Wir haben Schutzwesten. Ja. Wir sind meistens alles rein. Boah, aber das ist schön hier. Ja. Meinst du, ich kann... Aber nee, das wäre noch zu früh, oder? Was denn? Meine, ich habe doch noch eine Verabredung gleich. Na klar, hol die hin. Wenn ich mich mit ihr hier gleich treffe. Oh, die tut doch so. Sagst du dir, ach so, ich hatte heute ein bisschen Stress, ein bisschen, ein paar Gespräche wegen Immobilien. Ich habe da eine erworben. So, kann ich dir ja gleich mal zeigen. Oh ja. Da stehen ja auch keine Autos hier, ne? Ja, stimmt. Das hast du gekauft. Ich hatte vorher eins deiner Autos. Da ich jetzt Geschäftsführer vom Taxi bin. Ja, ja, das hast du gekauft, so. Hat dir zwar nicht weh getan, aber mal gucken, ob das gute Investition ist, so 16,4 Milliläuren. Mal gucken, ob das klappt, so. Dann holst du die hier oben im Pool und dann bergbaßt du sie weg. Dann gibt es wieder Zeitungsartikel. Richtig. Und dann wieder eine Woche Urlaub. Oh Gott. Kannst du da rumfüllen? Ja, das mache ich auch, aber, ja. Gott, da muss ich ja der Quinn noch erzählen, wenn ich dann wirklich hier oben ziehe. Ja, klar. Aber ich glaube, das wäre schon schön hier oben. Sollen wir mal da oben auf den Berg? Vielleicht kannst du da besser sehen. Absolut nicht. War mir klar, da tue wieder keine Bock da drauf. Ich bin todesmüde und voll Hunger. Ach so. Einfach nur in meinem Bett, aber Twinkie ist nicht da. Will angeben von dir. Ich weiß nicht, ich kriege wieder Ärger, weil ich nicht beides schlage, obwohl ich auf einer anderen Insel ist. Ich wollte gerade sagen, was kannst du denn dafür? Ja. Ich habe gesagt, die soll den Käfer nicht essen. Oh Gott, die hat einen Käfer gegessen? Ja, ja. Dann hat der wahrscheinlich Eier in ihren Bauch gelegt. Dadurch kamen die Würmer danach. Was? Hätte ich jetzt Papa? Willi, guck mal, meine Kralle. Was für eine Kralle? Ja, habe ich doch schon gesehen. Deine Abzugsfinger. Deine Kralle hat heute auch schon 60 Leuten gezeigt. Jo, ich dachte, der funktioniert gut mit dem Frosch. Wo landen wir noch, meine Freunde? Irgendwann sind wir so voll. Haben volles Imperium hier. Wieso kann der fliegen? Warte mal, was haben wir heute? Den zweiten April, ne? Ja. Okay, also es ist definitiv kein April, Schatz. Du weißt schon, dass da auch eine Liege ist, ne Jürgen? Muss nicht mehr auf dem Boden pennen. Hat er gesagt, es ist billig Material. Das ist alles Ansichtssache, aber die war echt stabil. Irgendwie höre ich das immer öfter mit Ansichtssache. Ja, mit drei schon. Will ich spielst du denn, Telnuss? Ja, klar. Wir haben... Was? Der Jutta, der Willi und ich, wir haben schon gespielt. Ich war der Balljunge. Ja, weißt du noch? Ja. Das war richtig gut, ne? Der Willi hat eine Mordsvorhand. Äh, Vorhand. Vorhand. Ja, die schlabbert so runter. Immer wenn der Pinkel macht, hat er so... Oh. Nee, das ist ein Schleppwohnen. Wer will denn hier oben wohnen? Das ist mir viel zu viel die Trepperei gelaufen. Mir ist ja egal. Ach, du Scheiße. Sorry. Wann war ich da? Ist das hier nicht nur ein Poolhaus? Ja, und? Willi ist doch der Poolhaus, Junge. Willi, du wohnst im Poolhaus. Obwohl eigentlich pinseln, ne? Willi muss unten. Ja, weil ich älter bin. Aber ich will auch da unten wohnen. Ja, wir können doch alle unten wohnen auch. Oh, was ist denn da hinten? Kann der Jürgen oben bleiben. Das ist nur eine Mauer. Das ist das Gästehaus, würde ich sagen, da oben, oder? Ja, oder so. Ja, Gästehaus. Ja. Ja. Und wer darf entscheiden, wenn hier einziehen darf? Ja, wir. Wir sind so ein, wie heißt das nochmal? Eine Demokratie. Peshwirk. Demokratie. Okay. Oh, da muss ich mir einen anderen Gang zulegen. Guck mal hier. Ja, was geht. Ha, ich bin Willi. Ja. Mach lieber die Kralle, Willi. Hey, Puppe. Sag es nicht, das ist so schlecht. Oh, guck mal, Memo. Boah, super Haus. Ja, das ist echt toll. Pinsel, fährst du mich zum Taxi? Ich muss zu meinem Auto. Jawohl. Und wir haben ja sogar einen kleinen Teich vor der Tür für den Haschisch. Ach, da, ja. Gut. Ein wunderschöner Traum. Also ab morgen. Hier rechts wohne ich auf jeden Fall. Ja. Und daneben ist nur eine Tür. Da wohne ich. Links da meine ich. Links? Die rechts kann meine Wohnung ganz, ganz links da vorne auch. Ja, warte denn jetzt. Also du wohnst... Ich wohne hier im Haupthaus. Da, wo die Doppeltür ist. Ja. Ja. Okay, und ich wohne rechts daneben. Okay, und da hinten... Nee, da wohne ich schon. Ja, gut, dann wohne ich da links. Okay. Okay. Da habe ich auch die Bank da vor der Tür. Ich frage mich nur, wo wir so eine große Gießkarte herbekommen, um die Bäume zu gießen. Ja, wir brauchen so einen fahrbaren Rasenmäher. Willi hat da einen langen Schlauch in der Box. Was? Meinst du ehrlich? Naja, einen alten... Wir haben sechs Obsthändler hier. Dieses ist da. Ja, der frisch ist am Wind. Eins abzücheln. Also höher geht's nicht mehr als hier. Das ist absoluter Upper Class. Ja. Oh, den zeige ich gleich. Also Peter. Peanut. Der wird Augen machen. Danke. Ja, nicht dafür. Danke, Peanut. Ja. Das du oder ihr an mich denkt. Ja. Ihr habt auch an mich und Twinkie gedacht, dass wir neu waren, als wir von Arizona her geflogen sind. Weißt du noch, wie wir beide uns kennengelernt haben? Ja. Ich weiß noch, du warst beim Cody und du hast so eine Frisur gehabt, so einen Pinselkopf. Ja. Deshalb nenne ich dich auch Pinsel. Ja. Und am zweiten Tag hast du Taxifrucht begangen. Hab ich gar nicht. Hast du... Du bist doch weggerannt, hast du den beschalt, weißt du nicht mehr? Das stimmt überhaupt nicht. Doch. Oh mein Gott. Warte mal. Das ist eine Lüge. Moni? Hast du dem Peanut schon mal erzählt, wie wir uns kennengelernt haben? Ja, im Swingerclub. Nicht ganz, am Klo im Krankenhaus. Warte mal, bitte fahr nur mal zurück. Was? Was ist passiert? Oh Gott, nein, bitte nicht. Wie im Kreis? Patti, ich sehe den Bund, Alter. Wie zum Spiegel. Hä? Vielleicht hat der Busfahrer... Der hat dann nie in den Bus geparkt. Ja, aber... Nein, nicht hier, halt hinter uns. Fahr noch mal zurück. Jetzt sagt mir nicht... Der hat dann nie in den Bus geparkt. Vielleicht ist das der Chef vom Busunternehmen. Och, lass jetzt mal... Oh, das kannst du keinem erzählen, Alter, was hier abgeht, ne? Ja, bei... Oh, guck mal hier. Oh, nö, leg mich auch am Zug. Oh, verreckt, verreckt, verreckt. Das ist mit dir nicht in Ordnung. Ähm, lass mal einfach mal sitzen bleiben. Bin eh ein bisschen müde. Ich hör dich nicht. Warte, es ist so. Der quietscht so laut mit den Reifen. Ja, okay. Lexus, dankeschön für dein Haus. Und hallo, herzlich willkommen, guten Abend. Ich dachte, ich hatte eigentlich schon im Kopf. Herzlichen Glückwunsch. Moin, Tagsam und Huckulu. Es geht. Die hatten Crash schon wieder. Bitte nacht schon, lieb. Dankeschön, Lexus. Tagsam. I wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Dann bin du... Boah. Der war mal richtig mit dir schmackt. Entschuldigung, Hachisch. Ich kann... Ich hab vor 60 Leuten meinen Frosch gezeigt. Ehrlich? Frosch gezeigt. Nur? Da waren doch bestimmt mehr, oder? Als 60. Und alle haben uns geäkelt, weil ich denen aus meiner Hosentasche geholt hab. Die dachten, ich hole jetzt Kackbustel oder so. Was? Ne, hier, die Bärchen. Wie heißen sie hier? Neusk... Ne, wie heißen sie? Gummibären. Ne, ne. Brüder Grimm. Ne, ne, ne. Willi, du weißt, was ich meine hier. Welche Bärchen? Glücksbärchis. Ne. Klappustabären. Klappustabären, genau. In Köln-Sämmer Winterkirsche. Winterkäse? Winterkäsche. Kirschen. Winterkirsche. Ja, Winterkäsche. Ja. Bäh. Bäh. Haha. Das... Müsst... Warte mal. Da war lustig eben mit dem Gunther, ne? Ne, das ist der Mörder. Ne, da war nicht der Mörder. Der eben im Krankenhaus, der so gewirkt hat. Das ist der Mörder. Ey, das ist doch kein Mörder. Da war... Der Mörder ist doch jemand anders. Hat der nicht ne... Nein, das ist der Mörder. Der Tuten, der heißt... Der nennt sich nur anders. Ach so, meinst du? Ja. Da. Oh Gott. Ich steh voll nach Fuß. Hä? Ich krieg 100% Diager mit Twinkie wieder. Aber die... Weil die verlangt von mir, dass ich zur Insel zurückfliege. Und bald der Haier mache. Ja, aber wie willst du das denn machen? Geht doch heute kein Fluch mehr, oder? Ne. Außerdem nicht, dass du dich ansteckst da mit der Wurmkrankheit. Was hast du gesagt, Jürgen Würgen? Ist das deine Freundin? Das ist meine Frau. Oh, deine Frau. Ja. Wie lange sei der eigentlich verheiratet? Eins, zwei, drei, vier, vier und halb, fünfeinhalb Monate. Oh. Okay. Noch frisch. Ich hab das schönste Kleid in Arizona getragen. Wer? Sie? Ich. Achso, du? Ne, die hat den Sack holen. Okay, habt ihr das andersrum gemacht mal? Ne, es gab nichts in ihrer Größe. Okay. Da mussten wir den Notgedrogen ändern. Ah, verstehe. Ja. Musst mir mal bei Gelegenheit Fotos zeigen, weil bestimmt eine wunderschöne Ort zeigte. Oh, auf gar keinen Fall. Ich war schrecklich geschminkt und verheult. Okay. Ja, war ja auch ein aufregender Tag dann, ne? Ja, vor allem ist das so ein Wurm da. Arizona? Ja, aber wir haben voll gute Filterbuchen gehabt. Wir waren bei KFC. Oh. Wie lange? Boah, drei Stunden haben wir uns da durchgefressen. Dann war leer. Ja. Danach haben sie angefangen, die Rappen zu grillen, weil sie kein Hühnerfleisch mehr hatten. Oh mein Gott. Kommst du denn her? Was geht ab? Hogwarts! Was soll das? Oh mein Gott. Oh, guck mal, wie sie hier stehen. Ja. Ja. Ringadio. Hauptsache die Vespas. Livio Zaha. Ja. Also ab morgen, übermorgen kann man da wohnen. Einziehen. Warte mal, Pinsel, waren wir nicht letztes Mal hier vorbeigefahren und hier war keiner? Und jetzt stehen die drei Erdbeerfeldkarten. Erdbeerfeldkarten. You claim that sweet food. Ja. Joni, what the fuck. Mann, ich kann es einfach nicht. Oh, das gehört dir dem Bishop. Bishops, what the fuck. Ja. Steh. Pink Sandwich. Boah, ich hab so unnormal Hunger. Worauf? Auf Essen. Was? Was hast du Bock? Oh, oh. Oh nein. Kennst du diesen Sandwich-Maker? Was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, noch ein Scherz. Ich hab nur eine Kurve gemacht. Kennst du diesen Sandwich-Maker? Ja. Boah, das ist lecker. Lecker, hm. Inschallah, ist gut. Ich kenn ihn nicht. Boah, schön mit Zucuk. Du kennst keinen Sandwich-Maker? Nein? Zucuk. Oh, Junge. Gib meine frische Luft. Oh, wir müssen eigentlich... Oh, Gott. Oh, mein Gott. Deja-Boo. Oh. So, frische Geh-Boot. Ich geschlafen jetzt. Ich lauf gut. Peanut. Bis später, Jungs. Ja. Bye. Guten Nacht. Nacht. Und lass dich nicht umbringen, Pinsel. Ja, ich, ja. Ja? Schönes Auto. Wunderschönes Auto. Ich bin jetzt mal gespannt, wie Twinkie von der Insel runterkommt. Gibt es gut, ja? Ja? Gut, cool. Cool. Ich muss tanken. Wo ist die nächste Tankstelle? Kinatown. Gar nicht? Okay, dann spiel ich wieder allein auf Insel. Pff. Suche ich mir neue Törtchen. Ich bin schon leider. Das ist mein Vegas. Vielleicht schafft sie es auch ganz zu locken. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was? Oh, mein Gott. Wenn eine Tankstelle dir sagt, dass du arm bist. Stimmt. Ich kriege ja gar kein Arbeitslosengeld. Ich bin komplett abgebrannt. Oh, mein Gott. Hä? Ich hab nur 3.000 Dollar. Ich bin komplett broke, Mann. Ich hab 10.000 Dollar. Na klar, in der Wilderwohnung. Sonst. Du warst doch ewig durch Schwacharbeiten, aber meistens ist ein Twinkie gefahren oder Pinsel dann. Ich muss auf jeden Fall mal wieder arbeiten. Oder wird Pinsel jetzt kriminell? 10.000 ist echt broke, Oma. Das ist auf dem Server hier gar nichts. Bis ich mir im Kohl drankomme. 600 Dollar, Alter. Die rauchen doch Crack. Streamtitel für morgen ist da. Ich brauche auch nichts. Nur zum Tranken und Essen. Ab, nach Hause. Obwohl ich das hier eigentlich auch schön finde, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn jetzt los? Herr Juri, bitte gehen Sie ins Telefon. Na? Herr Juri, ich habe ein kleines Problem. Was hast du für ein Problem? An Ihrem Haus, das Sie uns vermietet haben. Das davor vor der Villa. Na? Hier stehen so Autos vom Erberfeld. Boah, es ist kein Problem. Wir schicken morgen den Fotografen rum, lassen die abfotografieren, reichen das beim D.U.G. ein, dann werden die abgeschleppt. Okay. Jetzt muss ich den Nominem anparken. Ja, schieb sie weg. Hier steht sogar nur tot. Ja, weg, Samen. Die haben da nichts zu wirken. Ja, okay. Ja, das ist normal da unten. Das haben wir alle paar Tage. Wir haben schon Stempelkarte beim D.U.G. Das ist ja lustig. Okay, dankeschön. Ja, kein Problem. Tschüss. Es ist so. Es ist egal. Die Leute hier, ne, Alter. Ja, fuck. Ja, fuck. Äh, tut. Nee, es gibt keine Übersicht. Du musst zum Department of Justice gehen und nachfragen. Und die sagen dir dann so nach ein, zwei Tagen, ob du das weißt. Und dann auch noch diese dreckigen Rusty Rabbids, ne? Die kosten 5000 Dollar oder so. Clown 500. Natürlich kann man hier nicht böse sein. Rust Bibi. Hier steht halt nix. Und so claimst du halt auf dem Server irgendwelche Fahrzeuge. Fahrzeuge. Häuser. Oh, ist ganz schön stabil. Da steht so ein Fahrrad. 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 Kalt. Kalt, kalt, kalt. Schlech ein. Platz da. Hallo, was geht da ab? Die haben halt wieder gehört, dass ihr ein neues Haus habt. Ja, da kannst du nichts gegen machen und da kannst du auch keinem Übel nehmen. Die sehen ein Haus, was irgendwie cool aussieht und da steht nichts vor. Jo, ist frei, dann let's go. Wenn ich es hatte vor, schätze ich wieder etwas Feuchtigkeit. Das war ja die Intention jetzt gerade dahinter mit dem Fahrrad. Muss ich kurz anmerken. Ich bin's, Dennis. Guten Abend. Was ist das für ein Kacklied, Alter? Pack doch den Reisebus davor, ja. Ich hab hier schon ganz andere Sachen gesehen. Dass Leute so ihre Einfahrt zumachen mit irgendwelchen LKWs und so, damit da ja keiner aufs Glende drauf kann. Bin auch mal weg. Deiner, gute Nacht und schlaf gut. So, ich geh jetzt auch pennen. Guck mal, wer nur da ist. Nee, nee. Kein Bock jetzt, Alter. Gibt immer Drama. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und vielen lieben Dank für den Support. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Ich hatte ganz viel Spaß. War super lustig. Und wir sehen uns nachher wieder ab 19 Uhr, okay? Schön am Samstag. Vielleicht feiert Hansa Peter seinen Geburtstag. Ansonsten gehen wir dings. Beachparty. Parkhaus 22. Ich weiß Bescheid. Tschüss, Chad. Und wunderschöne gute Nacht und vielen lieben Dank nochmal. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bis nachher. Tschüss. Tschüss. Tschüss.